Pass auf, wir müssen heute einfach ein bisschen chillig machen und so, das Spiel ist da, alles ist da. Hey Gundula, hast ein Ei gelegt? Das kann man vorkommen. Du hast sogar zwei Stück gelegt. Gundula, bist du ja eine Gönnerin heute. Die Eier stapeln sich schon. Ja, ich glaube wir müssen das ja aufräumen. So, was wir heute machen, ich habe keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Wir brauchen noch so einen Daydon, einen zweiten. Wir hatten ja zwei Männchen und mittlerweile haben wir einen Männchen, den weh, 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 weh und ein Weibchen. Weil ich mir ein Weibchen holen war. Dann wollte ich schon einen zweiten Juti, also Erwins Frau holen gehen. Ja, da war dann Gustav ein bisschen zu hektisch und er hat den umgebracht, also sie umgebracht. So, Wölfe werden immer mehr, ich muss aber ganz ehrlich sagen, so mit den Wölfen, boah, natürlich ein bisschen schwierig, weil die ja, ähm... Oh, guck mal, hier ist schon wieder einer tot. Ja, genau das ist das Problem, ne, weil die legen ja keine Eier, ist ja klar. Ja, und, äh, da kommt es mir vor, dass die zwischenzeitlich sich immer so ein bisschen knabbern, ne? Und das finde ich nicht so gut. So, mit Sound geht es noch ein bisschen besser. Was hast denn du schon wieder? Er hat schon wieder Hunger, ne? Ist immer das Gleiche. Komm, gönn dir mal acht Steaks und dann gucken wir mal. So, hier steht noch ein Ei rum und die Raptoren, die habe ich auch ein bisschen ausgedünnt mittlerweile. Äh, weil, keine Ahnung, sie müssen im Level steigen, sie sollen nicht kleiner werden, weil, ne, Insurz und so wollen wir ja auch nicht wirklich hier haben. Man muss halt entspannt bleiben, ne? So, Gamora, wie geht's dir? Du bist ein Mädel. Ein Raptor, männlich, weiblich, ja, du hast es aber gut hier, muss ich mal sagen, ne? Hier mit deiner ganzen Gang. Pass auf, ich ziehe die mal kurz ein bisschen mehr aneinander wieder, weil sonst läuft das ja hier nicht, gell? Kommt hier mal kurz einmal alle. Äh, nee, du nicht, du nicht, du nicht, so. Ja, Moment, Moment, kriegen wir hin. Ist immer so, ja, schön. So, und dich können wir ja reiten, das ist ja insoweit, wir können dich nicht reiten. Was hast du denn in dir drin, dass du so schwer bist? Oder, ich bin so schwer, ich habe ja hier noch Ketten. Oh, Kettenbohler, Leute, das habe ich auch oft gern probiert. Muss ich eher sein, bin ich kein so ein Freund davon. Aber, guck mal hier, das funktioniert ja so. Die kommen schon irgendwie klar miteinander, die Herzen fliegen. Was wollen wir mehr? Nichts. Gustav, hier stehst du rum. Pass auf, ich hatte den Gustav neben mich, weil ich oft keinem unterwegs war, hatte ich ihm das Katapult gegeben. Hier, das, äh, die Balliste. Und, äh, die Ketten hat er auch. So, pass auf, wir haben noch ein paar dabei, aber du bist gut geladen, muss ich sagen, ne? Ich habe einen kleinen, kleinen Ausdruck mit den Raptoren gemacht. Komm mal mit, Gustav, ich brauche dich kurz. Ich zeige euch mal. Das hier ist jetzt mal eine kleine Raptor-Farm, die wir hier so haben. Also, das ist Überschuss im Endeffekt, bis wir die guten Raptoren haben, ne? Die stehen jetzt hier und Dr. House, wo ist denn der? Der müsste auch irgendwie hier in der Mitte stehen. Kann ich den gerade übersehen? Ah, hier steht Dr. House, hier. So, den haben wir hier hingesetzt. Warum ist der mittlerweile Level 20 geworden? Ach, klar, weil ich auch den kleinen hier hingesetzt habe, ne? Ja, ja, die leveln hier alles, ne? Ist halt sehr, sehr gut und sehr praktisch. So, der geht dann immer mit auf Tour jetzt, wenn wir unterwegs sind, damit die Raptoren nicht so schnell sterben. Aber mit der Heilung ist noch so eine Sache, ne? Müssen wir mal gucken. Sarah kennt ihr ja noch gar nicht, ne? Äh, wen kenne ich noch gar nicht? Äh, Dr. House in den Raptoren. Äh, ach so, ne, 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 ne. Ach, da ist sie auch mal. Ja, Entschuldigung, ich war irgendwie schon direkt so beschäftigt irgendwie mit Blödsinn. Sag nicht mal Bescheid, dass es im Spiel ist. Äh, sind echt, ja, da hast du recht. Ich sag, ich muss erst mal auch Hallo sagen eigentlich. Also, äh, das ist schon echt krass, wie viele Raptoren jetzt hier auch sind. Heftig. Ja, also ich würde gerne wieder eine Höhle machen. Und guck mal hier, die sind auch so am Leuchten, ne? Ja, manche, ich weiß halt nicht, was das ist. Ich hab so eine Vermutung, dass sie... Partnerbonus steht da. Ja, ist das vielleicht, weil das Zwillinge sind? Keine Ahnung, ich hätte jetzt eher gedacht, äh, dass die irgendwie eine Mutation haben oder so. Ja, oder das, ne. Aber das ist es auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie genug zu essen. Äh, ich möchte gerne in die Höhle gehen. Boah, die können wir aber auch alle teils noch ein bisschen leveln, ne? Dass die so ein bisschen, äh, mehr, äh, aushalten, ne? Ja, wir machen... Genau, wir machen aber ein bisschen entspannt in der Höhle, ne? Also, ich würde die gerne erst zuerst machen, dass wir mal das zweite Aktefakt dort kriegen. Ja. Äh, das wäre eine gute Sache. Ich müsste mir die eine Liste da wieder mal aufmachen, ne? Ich hoffe, das klappt jetzt. Moment, kleinen Moment, Leute. Ah, 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 ah. Ich muss das hier ein bisschen anpassen an meine Bedürfnisse. Ja, und ich möchte auf jeden Fall auch irgendwie noch Gehege und Co. heute ein bisschen weiterbauen. Ja, das kannst du ja alles machen. Aber so die eine Höhle noch machen, das finde ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, ich glaube, da komme ich auch mit. Ja, ja, da bin ich, glaube ich, dafür. Ja, ich muss das nur ein bisschen anpassen hier, sodass ich diese, diese Latitude-Longitude sehe, ne? So, pass auf, das Spiel wieder hier. Da sind wir wieder super. Da kann ich sagen, wie da... Äh, die ist heiß. Habe ich die falsche Rüstung zufälligerweise an? Hallo? Ah, Inventar, Inventar, I, I, I. Ja, ich habe mir auch mal wieder die Leder angezogen. Ja, er hat gerade definitiv die falsche Rüstung gehabt. Es ist ein bisschen hot und so, ne? Hot in the club. So, pass auf, Leute. Dann, äh, ich verstehe nicht, warum Steve Jobs und Lucy Peng und, äh, Tim, äh, Sir Timothy Berners-Lee keine Kinder zeugen wollen, obwohl die auf Paarung stehen. Brauchen die vielleicht irgendwas Spezielles? I don't know. So, auf jeden Fall, die hier. Das ist halt echt eine gute Frage. Das weiß ich auch absolut gar nicht, ne? Ja, Lisa, auf jeden Fall trash dich, die. Das ist gut, das ist gut. So, pass auf, du kriegst noch ein kleines Kräulein hier, ne? Wir sind ein bisschen gegruschelt hier. Das ist gut, du auch. Dann sind die glücklich. So, und, äh, für den Rest, ja, haben wir ein bisschen aufgeräumt, ne? Also, die Dino stehen jetzt eher weiter nach vorne. Und wir haben das Sägewerk mittlerweile auch. Ähm, das haben wir so ein bisschen aufgemacht. Also, beziehungsweise ich, aber ich will nicht immer so viel Aufcam machen. Sondern vielmehr mehr mit euch. Und, ähm, guck mal, die Öfen hier. Äh, die sind auch voll mit Eisen mittlerweile. Ich hab das alles vom Berg rüber genommen. Äh, hab das mal hier rüber getragen. Weil, ihr wisst ja, das geht ja alles nicht. Das geht ja nicht. Und war es nicht noch, äh, dass irgendeiner geschrieben hatte, dass wir eine Fernbedienung brauchen. Das war doch, äh, Wii-Mode. Hier ist sie. Da, die da. Die können wir leider nicht herstellen, weil uns ein... Irgendwas fehlt uns. Oder? Nö, wir haben da alles. Cool. Dann erstellen wir die mal. Ja, sehr geil. Sehr geil. Da können wir teleporten von überall her. Da brauchen wir nicht immer einen Teleporter mitzuschleppen. Was ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde, muss ich sagen, ne? So, pass auf. Den Capslop trägt mal wieder aus. Den setze ich mir einfach mal... Hm, was soll ich denn hier hinsetzen? Die Bulas hätte ich gerne... Oh, den Cryopod, den brauche ich so nicht, ne? Guck mal, haben wir nur ein Ei dabei. Dann können wir schön gemütlich rauslegen. Ist die Kategorie angepasst? Hast du mal kurz geguckt? Äh, warte, kann ich gerade mal gucken, ja? Pass auf, das Ei... Ne, das ist ein befruchtetes Ei. Das ist aber nicht befruchtet. So. Ja, Kategorie passt. Super, ich danke dir. So, hier hätten wir zwei Raptoren, aber ich will die jetzt nicht ausbrüten, ne? Ich lege die einfach mal in den Schrank zu den anderen. Äh. Oh, ich müsste vielleicht mal gucken, welche da noch gute Raptoren sind. Aber vielleicht mache ich nachher eine richtige geile Runde, einfach alles ausbrüten. Ja, da habe ich Bock drauf, ne? So, einfach gucken, weil Sarah will ja sowieso ein bisschen in der Base bauen. Ja, finde ich supi. Ja, so, das noch da rein, die sechs Stück und dann kann man so losziehen, ne? Ich weiß nicht, warum ich so viel Fleisch dabei habe. Könnte ich dann im Endeffekt alles hier lassen, weil ich möchte ja eh nichts damit züchten. Hoppala, was war denn das? Das sah ein kleiner Schluck auf, Leute. Sehr. Hier, das noch raus, das Leder. Verrottet das Fleisch. Die Dinger nehme ich mit. Habe ich den Hut jetzt an? Ah, Moment. Welchen Hut? Moment. Nein. Moment, Moment. Wo ist denn der hin? Mhm, 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 mhm. Na da. Ich habe mir jetzt auch mal vernünftige, ähm, Dingens genommen. Werkzeuge. Das ist eine gute Sache. So, guck hier. Guck mal, mein Hut. Wo bist du? Ach, wie süß. Den habe ich gefunden. Du bist der Cowboy, ne? Yes, Cowboy. So, und die Hatchery möchte ich irgendwie gern heute ans Laufen kriegen. Aber da ist immer noch das Problem, ich weiß halt nicht, wo wir die seltene Pilze daher bekommen für den, äh, wie hieß das Ding nochmal? Mh, Nachwachsdünger. Ja, da brauchen wir diese, äh, seltene, seltene, seltene Pilze. Seltene Blume. Seltene Blume, genau. Die brauchen wir, und das wäre alles. Also, müssen wir mal gucken, wo wir die finden, ne? Im Sumpf wurde ja mal gesagt, sollten wir uns mal tatsächlich mal wirklich... Was nehmen wir mit? Ja, ich würde Raptoren mitnehmen, ne? Raptoren und keine Wölfe oder was? Ah, oder lass uns mal nur mit den Wölfen losgehen, weil die stehen ja eh hier rum. Ja. Mal, du bist aber schon mal nicht schlecht 70, männlich. Männlich. Guck mal, die zwei können wir mitnehmen. 73 weiblich. So. Guck mal, hier habe ich doch hier schon genug. Guck mal hier. Ah, ich will aber noch gerne eine Sache machen. Ähm, bevor wir jetzt losgehen. Pass auf, ich weiß nicht, ob ich das so einfach herstellen kann. Äh. Wie, wie war das nochmal? Moment, ich glaube, das war hier. Mh. Awesome Teleporter. Genau die hier, ne? Die Awesome Dino Tracker. Weil, äh, das finde ich noch sehr interessant, dass man die herstellt. Ich weiß nicht, ob ich die einfach so herstellen kann. Dino Tracker. Hier. Oh, da ist der Bauch. Nicht ohne, ne? Gegrilltes Filet haben wir ja so fast gar nicht, glaube ich, ne? Ich muss nochmal ganz kurz in die Base, ich bin sofort wieder da. Alles gut. Ja, pass auf, ich gehe mal ein bisschen näher, weil das hat halt... Warum bist du verletzt? Das frage ich mich auch gerade. Ich wollte dich noch fragen, ob der verletzt ist oder ob der, äh, keine Ahnung was hat. Ja, pass auf, wir nehmen uns das Schweinschimp. Den Doktor Haus nehmen wir uns noch mit. Komm mal hier. Ja, okay. Pass auf, Doktor Haus dreht um, weil der kann dich ja problemlos heilen hier, ne? Komm mal ein bisschen näher und dann kommst du deinen Job mal hinterher. Hast du genug zu essen dabei oder soll ich dir noch was mitbringen? Äh, ich habe noch elf Stück, also ein bisschen was zu essen wäre vielleicht nicht allzu schlecht. Bring ich dir mit. Keine passive Heilung. Ich habe das Gefühl, immer wenn man neu einloggt, da sind die Tiere alle wieder auf passiv, ne? Das ist gut. Okay, die können einfach mal weitermachen. Guck mal hier, warte, ich gebe dir mal dein Essen. Ja, einfach mal rauschmeißen. Sag, danke dir. Gerne, gerne. Ja, 50, das ist schon ein bisschen besser. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir das zusammengetrieben kriegen, ne? So, das ist gut, weil auf den können wir ja auch reiten, ne? Ja, genau. Ich frage mich nur, was ich dabei habe, was so schwer ist. Ich habe 159 Kilo dabei. Das ist vielleicht die Rüstung, ne? Ja gut, die Pfeile habe ich auch viel dabei, Betäubungspfeile. Da müssen wir mal gucken, ob wir nicht in der Höhle auch mal was betäuben können. Ich weiß halt nicht, was geht oder was nicht geht. Aber so viele Wölfe würde ich dann trotzdem nicht mitnehmen, oder? Ah, ich glaube, ich weiß, warum die so verletzt wirkt. Weil ich habe die gerade eben hochgeskillt und jetzt hat sie 2600 live und das muss sie halt erst aufbauen. Ach so. Das ist richtig, ja. Ja, ja. Also, Nahkampfschaden will ich auf jeden Fall mindestens 300 haben und dann ein bisschen mehr live. Ja. Komm, weiter. Ja, weil es ist ja schon sinnvoll, wenn wir die jetzt mitnehmen, dass wir die dann auch hochskillen, ne? Ja, genau. Ich gucke mal gerade, also hauptsächlich auf Gesundheit und Schaden, gell? Ja. Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, ne? Also, guck mal, hier habe ich jetzt 1500, aber dann will ich aber mindestens 300 Schaden haben. Ja, ja, genau. So. Ja, hier auch. Ihr könnt alles auf Schaden. Also, die hat 1500 live, ne? Also. Genau. Sie ist schon geskillt. Ja, 300 Schaden. Und der letzte, den habe ich auch gerade geskillt. Genau, da muss das Schweinchen noch was machen, ne? Ja, ja. Ja, der ist halt natürlich wirklich ein bisschen sehr schwach auf der Brust, aber... Gucken wir mal. Wir haben ja zum Glück, hier ist ja noch eine trächtig, ne? Also, wir hätten ja zum Glück noch Reserve, falls Dr. House hops geht. Ja, ja, ja. Dr. House geht einfach nur so mit, um mitzugehen, ne? Okay, gut. Also, da machen wir uns jetzt gar keinen Stress oder so. Ähm, Moment. Wie war das nochmal? Hülle 2, ne? Ja, Hülle 2. Ich sitze mal auf dem Schwein. Auch nicht schlecht. So, haben wir alles dabei. Das Schwein hat noch einen Skillpunkt. Ich mache das nur auf live, das Schwein, ne? Pass auf, ich nehme mir aber jetzt hier einen sehr guten Wolf. Ja, den 85er da hinten, ne? Die 85er. Da hinten durch, das Leittier ist ein 85er. Wo steht denn das? Level 85, da genau. Ah, da, ja. Ja. Okay. Ach, die rennen einfach hinterher? Nee, die muss ich erst mal anpfeifen. Du folgst und du folgst. So, und dann muss ich noch einmal gucken, dass die alle jetzt richtig eingestellt sind, ne? Verhalten, Ziel angreifen, folgen. Ich übertrage das mal auf alle. Ja. Also Ziel angreifen, ne? Ja, ist, ist gemacht, ist gemacht. Guck mal. Alrighty. Oh, geil. Rechtsklick, löst den Buff aus. Da hinten steht noch einer, den wir nicht haben, ne? So. Okay, da geht's rein. Oh mein Gott. Gucken wir mal, ne? Ah, es hängt wieder alles. Kennen wir ja schon. Ja, ja, es... Müssen wir kurz warten. Also ich bin mal gespannt, ob alles nachgespawnt ist oder weil wir jetzt Ruhe hier haben. Ah ja, da oben rechts ist jetzt auch dieses Zeichen, ne? Ja, ja. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Du hast den Leitwolf, ne? Hab ich? Ja, irgendwie ja. Warum auch immer. Okay. Oh, haben wir eine Fackel dabei? Oh ja, warte, hab ich. Hab ich nicht. Willst du eine haben? Ja, das wäre schon nicht schlecht. Amelie, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Bist du da? Ich schmeiße sie raus. Danke für dein Abo. Das habe ich sie ganz vergessen. Ach, das passt doch alles. Was hast du da? Was hast du raus? Hier, da. Da vorne liegt sie. Ich sehe nix. Ach, da hinter dem Hund. Hinter dem Wolf, ja. Ich hoffe, du kommst dran. Ja, ich muss hier ein bisschen umreiten. Ja, das darfst du nie in die Tiere schmeißen. Das musst du am besten sowas... Das habe ich nicht in die Tiere geschmissen, aber ist okay. Du musst sie in die Ecke schmeißen, wenn du so auf die Wannen guckst am besten, ne? Ja, ja. Irgendwie ganz weit weg gucken oder so, ja. Ja, pass auf. Wo ist denn jetzt das Leit hier? Da. Okay, pass auf. Da muss ich noch die Dings reinpacken. Seit wann... Ich Samstag streamen. Immer so, wenn ich Bock habe, Endeffekt, ne? Das ist so... Wie soll ich sagen? Das ist nicht immer sicher, aber zwischendurch mal gerne mal eine Runde. Pass auf, wie war das? Aber wie kann ich dem dann... Nee, ihm kann ich nicht die Fackel geben, ne? Nee, er hat ja keinen Sattel. Hm, stimmt. Falsch, den brauche ich ja jetzt gerade nicht. Dann machen wir das so. Okay. Ja. Das ist ein Knüppel. Aber fast richtig. Probier es mal mit dem... Ah, guck mal hier. Ah. Pass auf. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Aber ich glaube... Ja. Ja, normalerweise stream ich ja auch wesentlich später, aber weil das Wetter heute nicht so schön ist und wir dachten, wir haben Bock, Ark zu spielen und... Ähm... Ähm, Wolf, hallo? Oh, jo, ey. Es ist kompliziert, weil... Die hängen hier in der Wand, Schatzi. Du musst ein bisschen langsamer machen. Ja, pass auf. Wir müssen... Okay, jetzt. Pass auf. Wir müssen erstmal die Reichweite von Mittel auf Niedrig umändern. Pass auf. Äh, Verhalten. Niedrig. Und von dem Leitwoll übertrage ich das einfach auf alle. So. Ja, genau. Äh, wo war stehen geblieben? So, jetzt müssen wir es alle haben, ne? Verhalten. Niedrig. Okay, super. So, Leitwoll ist... Nee. Das ist witzig. Jetzt steht bei Zweien irgendwie Leittier, ne? Das ist ganz lustig. Ja, vielleicht sind die... Vielleicht wechseln die das. Gleich schwer. Oh, das ist so krass. Das ist schon richtig geil. So, pass auf. War ich schon eine Story als Zweifel? Fähnchen erzählt. Nö, ne? Sarah hat mich nicht unterbrochen. Entschuldigung. Ah, Dr. House muss noch von der Reichweite reduziert werden. Weil dann ist ja Kekin Wolf, ne? Äh, Verhalten. Super. Hallo? Nein. Ah je. So, ich versuche hier irgendwie... ...hat ein bisschen Ordnung zu kriegen. Kannst du mal dein Licht anmachen, danke? Entschuldigung. Leit hier, da. Komm, das nimmst du. Hallo? Ah, geht doch. Super. Okay, jetzt haben wir es. So. Ähm, ja, das mit dem Samstag... Ja. Ich halt so, ne? Ja, mach du ruhig. Bis später vielleicht. Okay, warte, hier glitscht wieder ein Wolf fest. Ja, er hat's. Er hat's. Haben wir nur zwei Wölfe dabei? Äh. Ah, warte, meine Fackel ist kaputt gegangen. Moment. Sind es zwei andere gewesen, oder? Oder waren's mehr? Puh, jetzt gerade bin ich echt überfragt und weiß es nicht hundertprozentig. Jetzt ist gerade schon wieder einer weg, hä? Da kommt noch einer ums Eck. So, jetzt haben wir es aber alle. Komm. Wir gehen jetzt einfach rein. Ist egal. Ja. Ja, das ist ja. Äh, jetzt so. Ey, das mit dem Leitwolf, das verstehe ich nicht, ne? Es sind jetzt gerade zwei. Irgendwie, witzigerweise. Und ich glaube, man sollte auch nicht die ganze Zeit Sprinte mit denen, sondern eher sich normal fortbewegen. Ja, ja. Dann sind die länger da, so, ne? Ja. Ja. Aber die Höhle scheint weiterhin leer zu sein. Ja, ne? Was ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde. Wir haben nichts dagegen einzuwenden, Hammer, ganz ehrlich. Scheint wieder ein Level, ein bisschen mehr Schaden. Witzig, jetzt ist mir hier kalt. Ey, das hatten wir doch schon. Mir ist auch kalt. Jetzt zieh ich mir mal eine Rüstung an. Wie ich dich kenne, hast du seine dabei? Habe ich, habe ich dabei. Habe ich angezogen. Super. Ist da eine Höhle, ne? Da kann es mal frisch drin werden, ne? Ja, ist das doch so. Ist das fresh? Und die richtige Boots noch und dann... Dann läuft das hier. Wie? Ne, hier geht es nicht mehr weiter. Ja, ich bin gespannt, wie lange sie lebe, ne? Ist das Schwein dabei? Ich bin auch... Ja, Schwein ist da. Schwein ist da. Ich bin hier ganz am Ende des Rudels unterwegs quasi. Ja, ah, jetzt kommt wieder diese Stelle hier. Ah, nee, das ist der Ausgang. Geil, wir sind im Kreis gelaufen. Boah, ich finde mich aber null zu recht in dieser Höhle, ne? Okay, warte, es glitscht. Ja, ich hänge hier überall, weil... Ah, wir hängen gerade irgendwie ineinander. Ja. Ja, geh mal rückwärts. Ja. Also, bei mir hängt es gerade. Entweder gehen wir jetzt wieder in die Höhle oder keine Ahnung. Ja, in die Höhle, klar. Ja, aber... Ja, ich hänge in der Luft, sorry. Nein, wir hängen zwischen Außenwelt und Innenwelt. So, jetzt... Wir müssen einmal richtig raus. Ja. So richtig angreifen tun die aber auch nicht, habe ich das Gefühl. So. Und wir hatten tatsächlich einen hier draußen stehen gelassen. Ah, schön. Ja, so, jetzt geht es aber wieder rein. Und dann versuchen wir es richtig hinzukriegen. Jo. Ja, die Truppe ist voll. Okay, ja, letztes Mal haben wir den Weg so gut gefunden. Ich dachte einfach, ich renne wieder durch und dann finden wir den Weg. So, Moment, die Wölfe müssen noch hinterher kommen. Ja, jetzt sind sie drin. Jetzt sind sie drin. Alright. Müssen wir mal gucken und hoffen, dass wir wieder dorthin finden. Aber das hier sieht schon ein bisschen besser aus. Ja. Und tiefer rein. Ah, hier ist diese Stelle. Hier müssen wir hin. Entschuldigung. Okay, da geh du vor. Nee, Entschuldigung. Ich, äh... Es war halt echt dumm gelaufen jetzt mit dem Glitch hier. Es ist halt alles ein bisschen glitchy mit den Wölfen. Ja, da hast du schon ein bisschen recht. Weil die bleiben irgendwie immer die ganze Zeit so hängen. Ja, die machen ihr Ding. Also, sagen wir mal so, wenn wir sie jetzt vergessen, dann vergessen wir sie, ne? Dann ist es dumm gelaufen. Dann finden wir sie beim Rausgehen wieder, ne? Also, ich werde nicht nur die ganze Zeit irgendwie dafür sorgen, dass die uns sauber hinterher kommen. Nee, ist klar. Hier sind Onyx. Hier sind mehrere. Jetzt gucken wir mal, was hier geht. Okay, das scheint... Ja, das scheint schon mal entspannt zu sein, ne? Ja, aber hier ist wieder alles gespawnt, tatsächlich. Ja, mir wird gerade der Weg versperrt. Ich, ähm... Ja, Moment. Ja. Die kommen ja jetzt langsam. Geht's? Ja, ich glitsche in der Wand. Scheiße. Kannst du mal absteigen und wieder aufsteigen? Jetzt hänge ich im Tier drin und kann mich nicht bewegen. Ich habe mich selbst getötet, wie auch immer ich das hingekriegt habe. Das ist gut. I don't know. Ja, dann teleporte ich einmal hin und wieder zurück. Yes. Ja. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Ich hing halt... Ja, man muss da ein bisschen Abstand halten, glaube ich, von den Wölfen und so. Ah, ich bin schon wieder in der Hölle drin. Cool. Ja, weil ich ja hier bin. Findest du den Weg runter? Oh, Dr. House ist tot, hä? Wurde vom Onyx gekillt. Ja, das ist, weil ich jetzt auf dem Weg viel hoch bin. Ach so. Ich weiß ja nicht, ob du den Weg findest oder nicht. Ich bin in der Höhle drin. Ich bin jetzt in der Höhle gespawnt. Ich bin bei meinem Wolf. Ach so. Du bist direkt bei deinem Leichnamen. Ja. Ja, dann musst du mir sagen, weil ich dachte, ich muss ja zu dir hochkommen. Hab ich doch gerade gesagt. Ich bin in der Höhle. Ja, in der Höhle heißt du mich im Eingang. Nee, ich bin in meinem Tier. Okay. Und was ist das Problem jetzt? Nix. Darf ich mich anziehen? Ja, aber... Ja, okay. Ich geh mal einfach weiter. Ja, ich muss mich ja erstmal wieder ausrüsten, Schatz. Bitte. Alles gut, alles gut. Ich dachte... Ja, ich wusste nicht, dass du... Was ist das schon wieder für eine Musik? Ja, bestimmt Aggressionen hier. Äh, Fall. Ich kann aber irgendwie den Wolf nicht mehr reiten. Dann nimm den anderen. Pfeifen, äh, greif mal ein Ziel an. Der, das will ich. Oh, ein Wolf wurde getötet? Ja, weil der runtergefallen ist. Also, äh... Also, ich weiß nicht, ob die Wölfe so gut sind. Also, meiner hängt da in dieser Wand fest. Lass den doch stehen und komm einfach weiter. Nimm dir hier einen anderen. Lass den doch einfach. Interessiert doch keiner jetzt. Und ich hab irgendwie... Bin da, bin da. Ich bin scheinbar überladen. Alter, der Wolf ist überladen. Ja, du kriegst nix zu essen mehr. Hast du Pesche, Junge. So. Du musst mit angreifen kommen, ne? Bin da. Okay, ich weiß nicht, warum, aber alle anderen Wölfe sind irgendwie tot. Ne, einer ist noch hinter uns. Ja, der bugt da in den Käfer. Okay, ich muss ihm mal sagen, dass er nicht so viel aufheben soll. Ähm, ich schmeiß mal das ganze Rohstoff hier raus, weil... Der wird zu schwer sonst. Das Schettin, ja. Ja, ja, alles. So, pass auf, dann steig ich mal kurz ab und dann geb ich ihm mal hier, dass er nichts mehr abbauen soll. Weil die sind einfach zu schwer dann, ne? Ja, ja. Überträgst du es auf die anderen? Hab ich schon gemacht, ja. Okay, cool. Und warum ist der jetzt so schwer? Das Fleisch. So. Jetzt. Okay, jetzt geht's wieder. Warte, warte, warte. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. So, hier sind wir eng. Oh, der Wolf hängt schon wieder fest. Hm. Wo hängt der denn? Nicht absteigen, ne? Ja, musste ich ja jetzt. Nein, ich hätte dich jetzt erstmal geschlagen auf den Wolf. So, steig wieder auf. Ach, warte mal kurz. Der ist zu schwer. Vergiss es, das ist das Problem. Ja. Tina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Deswegen. Das ist halt das Problem. Die müssen, wenn wir mit denen kämpfen gehen, dürfen die nicht so viel tragen. Ja. Aber wir haben jetzt nur noch zwei Wölfe, ne? Ja, der eine backt da hinten rum und meiner backt es noch weiter hinten rum. Ja, und gerade ist schon wieder einer gestorben. Ja, ja. Müssen ein bisschen aufpassen. Pass auf. Ich mache mal Force Feeding bei meinem hier. Weil der hat nur noch tausend Dings live. Ja, guck mal. Ich kriege den wieder ein bisschen live hier. So, die zehn lasse ich ihm und ich soll ihm noch ein bisschen mehr Angriff-Craft geben, ne? Vielleicht kommen wir ja durch. Ja, gucken wir, ne? Du levelst dann ja auch die ganze Zeit, ne? Ich, sobald er ein Level hat, gehe ich auf, ähm, ja. Das ist gut. Live und Nahkampfschaden. Ja. Genau, hier sind wir letztes Mal ausgestiegen, ne? Genau, hier ist aber auch Ende. Ja, aber hier ist aber noch keine... Eine Trophäe müssen wir doch hier finden oder irgendwas. Ja, nö. Oh doch, sie steht ganz da oben. Ich glaube, da leuchtet. Ja, wie, wo, was? Siehst du das? Guck nach oben. Ach da, ja, ich sehe es. Ja, wie kommt man denn da hin? Ja, wir müssen klettern dann hirgends wahrscheinlich, ne? Armbrust Kletterhaken. Krass. Ja, da müssen wir sowieso schon ein Dings herstellen. Aber ich hätte gedacht, hier wäre noch was. Ja. Moment. Ne, hier geht es nirgendwo mehr weiter. Ich glaube, ich würde mal gerne den Mistkäfer hier mitnehmen. Du hast doch einen Cryopod dabei, oder? Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen kann ohne... Aber der will einfach rohes Fleisch. Er will rohes Fleisch, ja. Habe ich ihm gegeben? Ja, und dann kann ich ihn gerne mitnehmen. Ja, würde ich, glaube ich, cool finden. Sobald wir ihn haben. Ja, ja, da oben ist es auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen die Kletterausrüstung. Habe ich aber auch noch nie gemacht, aber ist schön. Ja. So, wie sieht es aus, Kleiner? Du musst ja noch mehr, äh... Noch mehr? Also, wir müssen halt warten, bis er wieder hungrig ist. Genau, warte, bis er wieder hungrig ist. Genau. Aber selbst klettern können wir nicht einfach so, ne? Das muss schon mit dem Enderhaken gemacht werden. Das ist so, manchmal so ein bisschen kompliziert, ne? Ja, komm, nervt mich nicht. Super! Also, von den Wölfen bin ich nicht so begeistert, muss ich sagen. Ne, geht so, ne? Vor allem die hohen Level, die die haben, also unter Klammern, ne? So, will er wieder essen? Dann bist du wieder hungrig? Komm, stell dich mal hier hin. Oh, da hab ich rohes Fleisch irgendwo. Ne, hab ich leider nicht. Ich hab, ich hab. Ja, trigger den mal die ganze Zeit. Vielleicht will er ja noch irgendwann mal was essen. Oh, ne, jetzt hab ich es ver... Oh, jetzt hab ich es gegessen. Du musst es auf die Null legen. Ja, hab ich auf der Null. Und mit E-Triggern. Geht nicht. Ja, weil er nicht hungrig ist. Genau. Aber das wird er gleich machen. Ist das noch... Da fällt ihm zwei Stunden. Was hat uns denn du drin? Oh, das ist ein Sattel. Den sollten wir uns mitnehmen. Wir müssen leider einfach warten. Ist okay, ist kein Thema, ist kein Thema. Weil ich find das schon toll, weil der Mistkäfer, der kann uns nämlich helfen bei der Düngerproduktion, weißt du? Ja. Das stimmt. Aber da kann ich ja mal gucken. Hier, warte mal. Wie war das mit dem blöden Engrammen? Nochmal hier. Äh. Moment. Ah. Das dauert halt, ne? Ich glaub, das können wir nur auf der Werkbank herstellen, ne? Pass mal auf. Ich probier einfach, ob ich noch die schnelle einfach einpacken kann. Okay, jetzt, 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 jetzt. Haben wir 76%. Ja, wir können den nur mitnehmen, wenn der ja tatsächlich auch uns gehört. Du kannst ja sonst noch was rumdingsen. Ich bleib dann halt hier. Ich warte so lange. Ist ja kein Problem. Wir haben ihn. Ja, das kannst du noch heben. Das ging jetzt schnell am Ende. Netter. Netter, Annetta. Also, ich hab auch keine Fackeln mehr, ne? Ist nicht schlimm. Ich hab noch Biss. Aber vieles leider auch nicht mehr. Ich drohe zu verdursten. Das ist gut. Aber du musst vorreiten, weil ich hab nicht. Und du musst jetzt ein bisschen zügig machen. Links oder rechts? Wie? Ist jetzt hier auch weit? Also hier hoch, oder? Oh, komm, geh mal nach runter. Hier ist sowieso nix mehr. Aber hier waren wir ja noch gar nicht. Ja, Schnubbel, ich weiß doch auch nicht, wo wir noch nicht waren. Aber ist doch geil. Ich verdurste zwar gerade, aber ist nicht so schlimm. Ich hab leider nix dabei. Wir gehen weiter. Ist egal. Vielleicht finden wir ja Wasser. Aha. Okay. Good idea. Mir wird das gar nicht auffallen, dass es hier noch weiter geht. Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall noch. Ja. Sehr gut. Das hat's gerade geladen. Okay, die ist noch richtig groß. Sorry, ich bin halt ein bisschen lahm, ne? Alles gut. Oh, ich hab gar keine Ausdauer mehr. Und warum bist du lahm? Was? Weil ich ihm auch teils ein bisschen schwer bin. Ich hab nichts mehr, was ich noch rauswerfen kann. Ach so, ordentlich aus deinem eigenen Inventar. Nee, leider nicht. Sonst müsste ich meine Rüstung wegwerfen. Und das finde ich nicht so cool. Nee, das verstehe ich. Aber cool, hier geht's noch weiter. Vielleicht finden wir ja hier unten nirgendwo. Guck mal, hier ist Wasser. Aber du bist auch quasi relativ langsam. Also genauso schnell wie du sprintest, sprint ich eigentlich auch. Ja, das ist doch perfekt. Mehr wollen wir doch nicht. Kann man hier gefahrlos trinken, oder? Trial and error, ne? Komm weg mal mit dem Cryopods. Super. Siehste, war gut die Idee, weiterzuziehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh, hast du das gerade da so blitzen sehen? Nee, aber da, das sind nur im Wasser. Das sind Piranhas, ja, ja. Hier sollten wir nicht ins Wasser fallen. Hier geht's noch weiter. Ja, also das mit dem Krankwein in den Cryopods, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist mir ein bisschen egal. Wir hatten den Schneiden, der ist bewusstlos geworden. Und ja, dann ist er halt weg, ne? Also bewusstlos. Bewusstlos, genau. Aber hier kommt man ohne Kletterausrüstung nicht wirklich weiter, ne? Ja, die Frage ist, ob man die überhaupt braucht. Guck mal, hier ist dann so Ruine. Hier können wir hoch. Wir müssen ja nur dieses Relikt da finden. Hier ist eine Kiste. So ein Explorer Note. Margot. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Nein, du nervst dich damit. Keine Angst, da sollte ich jetzt gar nicht so negativ rüberkommen, ne? So. Alles gut. Es ist ja auch schön, dass sowas im Spiel mit drin ist. Aber die Frage ist, wo geht's denn hier weiter? Ja, jetzt sind wir eher zumindest mal eine Etage höher oder so, ne? Ja, dann, ja. Ah, nee, wir sind hier eben lang gelaufen, ne? Ja, ja, genau. Wir sind nur dran vorbei. Aber ich möchte hier nochmal runter. Ja. Ja. Ich hab noch Fackel. Ich dachte nur, ich hätte keine mehr. Die Frage ist, geht's da gegenüber weiter? Hm. Weil irgendwo muss ja dieses Relikt stehen, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so kompliziert stehen soll. Tja. Tja. Hm. Dann ist gut. Methock, moin! Guck mal, vielleicht kommt man hier rechts noch weiter. Ne. Ja, die Frage ist, geht's hier überhaupt weiter? Ja, ja, das ist halt wirklich die Frage. Es sind Piranhas nur. Und Kroko. Und Kroko. Ja, nicht, dass wir hier unter Wasser weiter müssen, weißt du? Meinst du, so krass? Ja, der Einstieg hier scheint entspannt zu sein, ne? Er geht schwimmen. Die Piranhas kommen schon direkt. Ja. Von genau das von dir rauskommt. Boah, wie viele, ey. Ja, ja, das sind ein paar. Aber können wir uns davon nicht einzähmen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man Piranhas zähmen kann. Ich mach dem nur Schaden. Der hat auch gar keine... Ne, er hat auch keinen Torpor oder so drin stehen. Ja, aber das sind doch zu viele für zu killen, ne? Ja, viel zu viele, ey. Das sind bestimmt 20 Stück oder so. Hm, warte mal. Wenn das auskommt. Aber das Kroko kannst du zähmen. Wo ist denn das? Das ist relativ mittig hier, ein 22er. Ja, schieß es mal an. Das kommt ja raus. Aber stell erst mal deinen Dino wieder auf. Neutral. Weil der soll schon überleben. Passiv oder neutral? Stell ihn neutral. Falls er angegriffen wird, dass er sich verteidigen kann. Okay, ja. Das Kroko sehe ich nämlich gar nicht. Ich hab's getroffen. Hast du mit dem Betäubungspfeil? Ja, ja. Kommt das raus? Ja, klar. Okay, es ist tot. Scheiße. Ja, das... Ja, es hat den... Upsi. Das Dino gebissen irgendwie, also... Den Wolf gebissen. Ja. Gut. Ich möchte aber gleich... Ja, schon ins Wasser. Aber guck mal, das geht... Ach, das geht doch locker. Ich hab erstmal einen Stresspups gelassen. Ja, dann geh du ruhig. Äh, ja. Also ich fühl mich da, glaub ich, nicht so wohl unter Wasser. Ja, ich glaub, da hinten geht's weiter. Ernsthaft? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann's mir nicht vorstellen. Mach mal die Karte auf. Bitte sehr. So. Es muss ja hier irgendwo... Muss das Ding ja sein. Du kannst ja mal helfen, sie mit abzuschießen, die... Ja, ja, warte. Dann lege ich grad mal normale Pfeile auf, aber... Also die sterben ja zügig, ne? Oh, die sind aber nett, dass die bis hier vorne hinkommen, ne? Da ist jetzt noch einer. Ja. Ja. Boah, ich treff die, glaub ich, gar nicht. Die kommen, die ja. 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 Er findet das natürlich nicht so geil unter Wasser, aber ist egal. Das müssen die Unterwasserhöhle sein. Ja, siehst du, das ist wunderbar. Aber das ist erst die zweite Höhle, ne? Aber gut, das hat ja auch nichts zu sagen. Wir gucken nur einmal rein. Wenn wir es nicht schaffen... Guck mal, jetzt hauen sie alle ab, da. Vor allem, wir haben noch kein Licht für unter Wasser, ne? Nee, ne? Und keine Taucherausrüstung, schaffen wir das überhaupt von der Luft her und so? Also ich kann 220 Sekunden Luft anhalten. Wie ist es bei dir? Warte, ich kann mal ins Wasser gehen, mal gucken. Nein, du brauchst nur F zu... also I zu drücken. Da siehst du ja im Inventar, wie viel Sauerstoff du hast. Achso, I. Sauerstoff, 100. Ich hab das noch gar nicht geskillt. Sehr klug. Ja, du. Woher soll man wissen, dass man das braucht, weißt du? Da hast du vollkommen recht. Die wollen doch gar nicht zu uns kommen, ne? Nee, eigentlich nicht. Ach da. Oh, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Die sind aber... Oh, oh, schon sehr nah. Ja, 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 ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Kein Problem, easy going, easy going, easy going. So. Ja, ich wollte nicht so früh schießen, weil ich hätte hundertprozentig dich getroffen, weißt du? Das ist auch sehr gut. Ich hab noch genau 100 Life. Nee, also das lass mal lieber sein. Das hat ja noch Hunger. Oh ja, du bist aber gut. Ja, entweder hast du mich getroffen oder sie haben mich getroffen. Vielleicht hab ich dich auch trotzdem getroffen, ja, ja. Ist aber egal. Ich hab zwar extra gewartet, aber... Ist aber egal. Die beschützen ihren Schatz. Ja, Namen rot in Zura. Ja, hast du recht. Die Frage ist, wo ist denn der Schatz? Ja, sollen wir nicht lieber gucken, dass wir die Taucherrüstung bauen und dann nochmal herkommen? Liegst du da? Ja, ich weiß. Du bist halt Risiko-Physiko, ne? Risiko-Physiko, genau. Scheiße. Da, raus, raus, raus. Kommt da nicht raus. Hast du den letzten? Ja, er ist weg, er ist weg. Er kommt wieder. So. Ich hatte ihn dann auch direkt angeschossen, aber wie gesagt, ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich es sortiert bekomme. Ja, gucken wir, dass ich mal hier wissen, was zu essen kriege. Ah, übrigens, ne, Madhawk, hier, da ist die Fernbedienung. Ich hab danach gesucht und ich hätte einfach noch nach Remote suchen müssen, statt Fernbedienung. Aber manchmal ist man zu möglich, was sie machen, ne? So, aber das ist geil. Und, ich weiß nicht, ob du das warst, aber es ist tatsächlich so, es gibt keinen Sattel für die Wölfe. Ich hatte das verwechselt mit Dire Beer. Weil die heißen ja Dire Wolf. Ja, ich glaube, aber es war er. Ja, ich meine auch. Schnubbel ganz mutig. Dein Leben geht runter, ne? Ja, ich weiß, weil das hier schweinekalt ist. Ich wollte es nur sagen, also es ist schon risky, bis du jetzt wieder da bist, ne? So. Gehst du denn so weit runter? Ja, du bist auf 63. Boah, das ist schon heftig, ja. Also, das ging jetzt richtig heftig schnell runter, als du da rein bist. Ah, ist knusprig, würde ich sagen, ne? Also, personally, mein ehrlicher Vorschlag, lass uns die Taucherrüstung bauen und dann kommen wir wieder. Können wir die dann überhaupt schon bauen? Also, ich habe es auf jeden Fall schon gelernt, glaube ich. Ja, die Frage ist wieder, was brauchen wir? Ich will nur ein bisschen... Lass mich gucken. Guck mal, da hinten, da leuchtet es so schön. Dahin will ich gerne schwimmen, für das da rausholen, was dort ist, wenn dort was ist. Wenn das jetzt, sagen wir mal, das Artefakt ist, das dort hinten in der Ecke steht, dann wäre es doch blöd, jetzt rauszugehen, hier reinzukommen, für einmal da kurz hinzuschwimmen. Schwimm du doch mal einfach mal hin. Okay. Du hast ja voll life. Äh, da hinten links in die Ecke, oder was? Nein, geradeaus, guck mal da. Geradeaus. Und wenn es irgendwas schwimmen sieht, schwimm zurück. Und achte auf deinen Sauerstoff. Das ist nur Kristall. Das ist mal gut, da kommt es mal schon zurück. Denk an deinen Sommer. Ja, ja, ich weiß. Ich seh dich jetzt nicht mehr. Ah, da bist du. Okay, ich komm mal lieber zurück, weil ich bin jetzt gleich unter der Hälfte. Live. Ja, dann hättest du ja da noch kurz gucken können, ne? Du musst hier auf der Seite raus. Hier auf der Seite. Ja, lass mich doch bitte. Ist nach meinem Tempo machen. Ich will dir nur helfen, hier rauszukommen. Ne, wegen dem Schwimmen. Also ich möchte mich dann lieber wieder ein bisschen hochheilen. Weil es geht schnell. Ich kam jetzt zum Beispiel auch noch nicht so gut raus, weil ich nicht wusste wie und wo. Genau. Weil es dir hier raus muss, das meinte ich ja. Ja, 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 ja. Habe ich ja jetzt dann hingekriegt. Vielleicht muss man auch da hinten bei dem Dings, bei diesem Gebäude da. Also da unten rechts ist nur wirklich Kristall. Auf der anderen Seite ist auch nur Kristall, soweit ich das sehen konnte. Keine Höhlen. Bist ja da hingeschwommen. Ja, Schatzi, es ist halt auch dunkel, ne? Aber ich trage mich, wo dieses Artefakt dann steht. Also ich kann jetzt nochmal reinhüpfen. Nein, lass rein. Das Obsidian. Ich würde vielleicht vermuten, dass es wirklich hier unter diesem Gebäude ist, weil das halt auch so prominent hier steht, weißt du? Das ist schon ein bisschen auffällig, das stimmt. Aber es kann aber auch sein, weil es geht noch ein bisschen höher, gibt es noch eine Höhle in die andere Richtung, ne? Das habe ich vorhin gesehen. Okay. So, komm, wir gehen mal in die. Weil da war auch noch ein Weg. Nicht, dass das einfach so eine Abzweigung hier ist, wo sonst nichts ist, bis auf diese Node, weißt du? Kann ja sein. Ja, 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 ja. Im Moment, ich komme. Ich habe gerade den Wolf geskillt und die gruscheln ja dann erstmal und dann wollen die nicht weiter und ja. Ja, 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 alles gut, alles gut, lass jetzt Zeit. Du hast das Spiel nicht auf Deutsch gespielt. Ja, am Anfang war es ja nur auf Englisch, ne? So, hast du überhaupt noch genug Essen? Ne, F war das. Zwei, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Du bist jetzt einfach wieder weiter hoch, ne? Ja, ich habe dich. So. Also, ich brauche auf jeden Fall mal was zu essen für den Kerlchen. Für ihn? Ja. Ja, hier vorne ist noch so eine Schlange, die kannst du doch abbauen bestimmt. Richtig, ich musste dafür aber erstmal umschalten. Also. Weil ich will ja nicht, dass der zu viel, äh, macht, ne? So, super, jetzt sieht der gut aus, den Kerlchen. Jetzt hat der wieder genug zu happen hier, ne? Und dann geht das. Äh, ich weiß nicht, wohin. Ah, hier, hier hinten, hier hinten ran geht's wo. Okay, wir sind zu schwer. Ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen Gewicht rausschmeiße. Dann kriegt der weniger zu essen, ne? Dann muss er ein bisschen sparsam sein. So. Komm, krieg noch ein bisschen Gewicht. Weil ich Fettsack sitze ja auch da drauf, ne? Darf man ja auch nicht, ja. Ja, ist ja oft so, weil irgendein, guck mal hier. Da ist eine Schlange. Ja. Kommst du runter? Nö, irgendwie nicht. Ne. Das heißt, die war die ganze Zeit da. Ja, die war jetzt die ganze Zeit da. Wieder zurück? Okay. Ja, wir müssen ja hoch. Aber es ist ja oft so, ne? Wenn sie dann andere Sprachen einführen, die sind dann wirklich halt teilweise richtig grottenschlecht. Und mit dem Deutsch, glaube ich, tun die sich oft ziemlich schwer. Guck, hier ist noch richtig was los. Okay, warte, ich bin da jetzt sofort. Ajo, ajo. Lassen die mal schön gemütlich nach und nach kommen, ne? Ja, ja, klar. So, ich hatte das Gefühl, so meine Fackel ist aus. Meine leider auch. Ich habe keine mehr. Ach so. Es tut mir leid. Meine sind auch alle... Warte, ich gucke nochmal. Wir machen das ohne. Komm zu mir. Bin da, bin da, bin da. So, mal gucken, was dann live sagt. Ja, das ist schon besser. Das ist besser. Hier noch ein bisschen mehr Angriffsschaden und ein bisschen mehr Gewicht. So, super. Ist ja glücklich. So, es wird jetzt nur sehr interessant, weil wir wissen jetzt nicht, wo Kanten oder sowas sind, ne? Ich muss gerade Sachen rauswerfen. Sekunde. Ja, mach du mal. Oh, hier muss der... Oh, ja, hier muss man sehr gut aufpassen. Pass auf, hier ist eine Brücke, ne? Okay. Du musst genau die Mitte erwischen. Stopp, stopp, stopp. Hier ist schon vorbei. Hier ist vorbei. Hier ist Loch. Scheiße. Mit einem Wolf können wir doch rüberspringen. Schafft er das? Ja. Was ist das denn Geräusch? Level. Guck mal, da unten steht was. Da steht was Blaues da unten. Okay. Das könnte es sein. Ja, ja, ja. Das könnte es tatsächlich sein. Boah, wir bräuchten eine Fackel, ne? Ich bin rüber gesprungen. Ich hab's geschafft. Mit Sprint? Ja. Du musst aber ein bisschen... Also, wenn du Sprint springst, musst du nachher ein bisschen auf S zurückdrücken, weil du springst drüber, ne? Ich und Jump'n'Run, ne? Du weißt Bescheid, ey. Komm, mach jetzt mal. Versuch dein Glück. Ja. Perfekt. Du musst aufhören, du stehst direkt in der Kante. Ja, ich seh's. Aber ich glaub, hier ist überall direkt Kante, ne? Ja. Aber dahin müssten wir. Da müssen wir wahrscheinlich weiter geradeaus. Was brauchen wir denn, um eine Fackel zu bauen? Holz. Vor allem für... Holz, scheiße. Oh, I have no reason for fun, ne? So sieht's aus. Ich seh wirklich gar nix. Jetzt kommt mir bitte keiner mit. Stell gar mal hoch. Nein, das machen wir nicht. Entweder fallen wir hier runter, oder wir kommen hin runter. Ja, da geht's nicht weiter, ne? Auch hier geht's aber noch weiter. Ja, 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 ja. Da links. Geht's denn da geradeaus? Ich glaub, da geht's geradeaus, ne? Da geradeaus geht's weiter, ja. Das schaffen wir nicht. Man muss einfach probieren. Also, ich bin rüber. Boah, jo. Sehr schön. Ach komm, hier in die Ecke wird's ein bisschen heller. Meine Fresse, ey. Können wir uns dann bitte hier raus teleportieren? Ich weiß nicht, ob ich dich mit teleportieren kann. Ich seh hier gar nix. Scheiße. Ich glaub, das ist ne Mauer. Ja, wir können ja mal versuchen, uns raus zu teleportieren. Warte mal, ich muss die kurz mal in die Hand nehmen. Chip. Ich weiß nicht, wie sie geht, ne? Ich hoffe einfach, dass er dich mitportet. Aber auf jeden Fall, Home Sweet Home machen wir kurz, ne? Ja, funktioniert. Weil wir brauchen ne Fackel. Ja, dass das natürlich auch ewig her ist, dass du hier gespielt hast. Ist klar. Ist ja eben nur die erste Map. Wir nehmen uns einfach mal ne Fackel mit. Oh, ist aber sehr, sehr toll hier draußen. Kannst du bitte das ausschalten? Was? Warum läufst du jetzt so komisch, Wolf? Achso, weil ich was in der Hand hatte. So, auf dich hier muss ich noch machen. Baby. Wir nehmen mal mit. Ich weiß nicht mehr, was du isst. Sag mal. Was essen die Großen? Die essen alles. Okay. Baby, was willst du? Soll ich dir auch direkt Fackeln machen? Warte mal. Hä? Ja, natürlich. Hätte ich auch gern Fackeln. Ich hab nichts zu essen für dich. Mach ich. Hallo, Maus. Wo ist meine Maus? Ah, da. Pass auf. Du kommst erstmal mit mir mit. Ich weiß halt nicht, ob der... Ich glaub, das war Fleisch, was der isst, ne? Ja, 100% war es Fleisch. Wo ist der? Wo ist der Kleine hin? Ach da, der ist im Fels. Im Fels, hier backt hast du, mein Freund. Komm. So, und Fleisch da rein. So isst mal was, ne? Nicht, dass du hier stirbst. Sag mal, da geht ja ja nicht, ne? Ja. Ja, alles geht in die richtige Richtung. Super. Pass auf, hinter dir werfe ich jetzt drei Fackeln raus. Perfekt. Ja, mit drei kommen wir hin. Ich denke, ne? Ich geh grad noch mal trinken und nehm noch mal was mit. Ja, ich brauch noch was Kleines zu schnabbeln. So, du dahin. Denn they don't vibe schon. Das hab ich vorhin noch geholt, ne? Ja. Ich wollt das nur mal erzählen. Was ich das erzählt habe. Nicht mehr folgen. Danke. So. Warte ganz kurz. Boah, was ist denn der? Oh, hör mal. Du bist ja ein Vielfraß. Moment. Ich wusste nicht, dass du so viel isst, mein Freund. Ja, jetzt kackt meiner schon wieder ab. Das ist immer so schlimm, ne? So, pass auf. Ey, du bist ein kleiner Dings, ne? Ist egal. Du frisst das jetzt alles, ne? Pass auf. Doch, sieben? Vier. Zwei. Super, sind raus. Jetzt gucken, ich kümmere mich mal um unser Kerl hier. So. So. Ungrisch, durstig, ne? Sein, war alles, ne? Aber so ist dat. Hm. Guck mal, ist das? Das ist ein Bauplan. Oder? Doch, das steht auch Bauplan. Ja. Guck mal. Sollten wir mal herstellen, ne? Also, die hab ich ja schon hier unten, aber ich soll mir vielleicht zwei davon herstellen. Das ist ja vielleicht nicht so schlecht. Pass auf. Äh, das da mal Reparation. So. Und das hier muss auf die Werkbank, ne? Super. Reparation. Reparieren. Super. Warum liegt hier eine kaputte Fackel? Reparieren wir auch. Aber wenigstens, dass ich dort liege, ne? Okay, okay. Du hast kurz überlegt, wie weit das gemacht hat. Ja, das sind halt special, ne? Also, ähm, wir hatten Dr. House am Anfang, als wir in die Höhle sind, haben wir den mitgenommen. Der ist aber schon gestorben. So, ähm, aber die hab ich genommen und, äh, hier, äh, Erwin, äh, wollte ich auch noch einen zweiten dazu holen. Ein Weibchen. Ich hab einen 59er gefunden, aber Gustav war halt der Meinung, er müsste einfach mal randalieren und dann war der tot. So, äh, hier stehen wieder Babys rum. Ja. Hast du die gefüttert, ja, ne? Ja, ich, äh, bin dabei. Äh, sie sind noch nicht alle gefüttert. Ich hab nicht mehr ein großes Fleisch. Hast du noch? Nee. Nee, ich hab das alles dem, dem Schweinchen gegeben. Okay, warte, ich hol grad noch. Hier kommen die hinterher. Sag mal, weiß einer von euch, warum die Wölfe ihre Brut fressen? Also, ne, in der Real-Life-Bahn kommt das ja mal vor, wenn das Alpha-Tier ändert. Ähm, da werden die Kinder gefressen. Aber, warum das jetzt im Spiel so ist, hab ich keine Ahnung, ne? Obwohl die dann auf Passiv stehen und entspannt sind, dann drehen die voll am Rad. Ihr seht, es sind schon noch ein paar mehr dazu gekommen, ne? Also, aber ein paar sind auch schon wieder tot. So ist das halt bei mir, ne? Was ist das andere Baby? Die sind alle beide, sind sie dir hinterher gerannt. Ah, warte mal. So, und bei den Raptor... Ja, ich wollt grad sagen, du bist ein bisschen nah dran, ne? Komm, ein bisschen zurück hier. Du bist kein Raptor. Du bist ja ein Stego, ne? Stego. Ja, so langsam komm ich klar mit den Namen. Aber wir sollten es ja nicht übertreiben. Oh, guck mal, die Kacke kannst du auch noch kurz heben. Schön gemütlich. Und hier fahrt auch noch irgendwo ein Ei, ne? Ne. Also, das sind jetzt zur Zeit unsere Zischtraptoren. Ähm, muss ich mal gucken. Gustav bekommt definitiv Hausarrest. Aber Gustav ist so ein Stresser, ne? Also, der bringt mich wirklich immer auf die Palme. Keine Ahnung, wieso, wieso er das macht, was er macht. Aber er macht's halt einfach, ne? So, die kommen wir mal heran. Die Eier hier brüten mal nachher mal alle aus. Also, die haben ja heute früh angefangen. Da haben wir gut Zeit heute, ne? Wir haben ja keinen Stress. Heute ist die gemütliche Dino-Runde hier, ne? Werden die alle mal verrückt gemacht hier. So, du, das da willst du haben. Das heißt, Leder kann ich nie was damit anfangen, ne? Ah, ah, hallo. Oh, meine Maus verschwindet zwischenzeitlich. Ich find's sehr interessant. Sagen wir mal streicheln. Ja, und unsere Raptor-Familie. Ähm, guck mal, hier steht die jetzt. So, mit denen war ich kurz mal unterwegs gestern. Äh, also, ein Teil hab ich natürlich auf der Karte verloren. Aber ich hab mich dann im Sägewerk, das gibt's mittlerweile auch. Also, wenn ich jetzt, äh, also, hier in dem Bereich ist das Sägewerk. Da steht ein Brontosaurus. Den hab ich noch hin verfrachtet, weil dahin steht jetzt das zweite Weibchen. Ähm, und da bin ich hier gespawnt und bin dann hier die ganze Küste entlang. Für ein bisschen, äh, Fleisch zu farmen mit den Kollegen. Also, da sind irgendwo auf der Strecke sind noch ein paar untergegangen, ne? Aber, das ist nicht schlimm. Wir haben ja eh ne, ne ganze Meute hier, ne? So, du machst schön Level für die, ne? Fein. So, hör mal, hast du überhaupt noch was zu essen? Nö. Willst du was zu essen? Ein paar Bärchen wären nicht schlecht, ne? Pass auf, ich, ich nehm die mal kurz hier. Nette Horde, ne? Find ich auch. Nimm deine Hände. So. Äh. Ja, das ist halt, äh, das Ding, ne? Äh, die stehen aber nicht auf aggressiv. Ich stell die immer dauernd auf passiv um. Und ich weiß nicht, warum irgendwie funktioniert das, wenn ich einen neu einlogge, stehen sie manchmal, äh, wieder, äh, sind sie manchmal wieder umgestellt. Oder, ich, ich, keine Ahnung. Und sie machen das von allein? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Find ich einfach ein bisschen stressig und nervig. Ja. Aber mit der kann man gut randalieren. Wenn man, äh, Gustav als, äh, Leibtier nimmt, dann, äh, funktioniert. Also, ich muss einmal kurz hier hin, weil, wir hatten den Dunk Beetle, ja, ne? Oder wie der heißt. Ah, ja, den Mistkäfer, genau. Ja, den sollten wir vielleicht noch, äh, freilassen. Hier lassen. Super. Aber den müssen wir eigentlich mitnehmen. Mach es raus. Ja, ich glaub, der ist am Kotzen, ne? Dem geht's grad nicht so gut. Hör mal, du bist zu Hause. Pass auf. Was soll man mit dir machen? Verhalten? Du bist definitiv, ähm, passiv. So, pass auf. Und? Ja, der muss rumwandern, ne? Komm mal, komm mal mit. Beweg dich mal. Ein Zentimeter. Ist dir schlecht? Ah, jetzt geht's. Super. So, und jetzt mach... Ah, je. Es wird nicht besser. Ja? Und jetzt mach, was du willst. Das ist mir egal. So, pass auf. So läuft's hier. Gundula? Hier ist mein Wolf. Den nehmen wir wieder mit. Ja, warte, ich komme. Alles gut, lass das rein. Ich war noch im Haus wieder. Alles gut. Du kannst die Fackeln auch reparieren, ne? Mal so nebenbei. Ja, ich weiß. Aber ich hab jetzt einfach auch noch neue hergestellt. Bist du noch im Haus? Ne, ich schütze sie wieder auf den Wolf. Was brauchst du? Weiß nicht, geh's wohl. Ich hab mal, ich hab mal meine Schuhe repariert und ich hab vergessen, sie mitzunehmen. Ah, okay. Ja. Oh, guter Call. Meine Schuhe sind fast kaputt. Warte mal. Ja. Schädel. Sorry, hab ich gar nicht drauf geachtet. Kann die hier in der Werkbank gelassen. So, da T. Na komm, du fliegst da hin. Hm, die brauche ich auch nicht dabei. Das da auch nicht. Ah, die Kacke. Die packen wir gleich rüber. Komm, das hier fliegt einfach mal in die Werkbank, ne? Ist egal. So. Und hier der Tisch mittlerweile. Weil den haben wir noch nie genutzt, so wirklich. Der ist mittlerweile voll mit allem, ne? Weil ich mit dem Brontosaurus farmen war. Ne, die Kacke sollst du behalten. Ich wollte nur das da reinpacken. Weil das ist so ein geiles Tier, um farmen zu gehen. Ich hatte den genommen, um Holz zu machen. Aber der farmt halt auch Millionen an Bären mit, ne? Aber das ist egal. Macht der halt gut, ne? So. Jute Schuhe anziehen. Super. Ja. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal tatsächlich... Ah, ich habe übrigens geguckt, äh, Mad Talk, wegen der Schwierigkeitsstufe. Und die steht auf 0,5. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Gusi, Gussmann, wie geht's dir? Hey, wir sind Juter. Pass auf, ich zeige euch einmal kurz das Sägewerk. Ähm, Sarah braucht noch kurz. Ja, ja, ich brauche noch ganz kurz. Dann habt ihr das auch mal gesehen, ne? Das habe ich off-cam gemacht. Und ja, deswegen bin ich auch heute so früh online. Weil, guck, da steht der. Der Kerlchen. Der brunt und mit seinem Sattel. Was halt mega krass ist, weil, ähm, wenn man auf ihm drauf ist und man randaliert hier ein bisschen. Guck mal, was der erntet, ne? Das ist ja Wahnsinn. Gucken wir mal, nichts zu machen. Er macht gemütlich. Sein Ding. Ich hätte zwar, wenn du mit der Route eine abkriegst, mein lieber Scholli, dann weißt du, was der von Kirschluch kostet. So, pass auf, ein bisschen hier. Aber hier steht er gut rum, der Kerlchen. Ja, sehr geil. Und wenn man guckt hier, das hat er jetzt in der kleinen Zeit gefarmt. Also, das ist einfach nur genial, ne? Also, auch das Holz, das gefällt mir. Ist mein kleiner Tank hier. Ich kriege noch ein bisschen auf Schaden und vor allem auch Gewicht, was der tragen kann. Hätte ich nicht gedacht. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, wenn du von ihm runtersteigst, dann kriegst du Falsschaden, ne? Natürlich kann man hinten über den Schwanz runter, aber... Jo, ne. Komm, wir reiten ein bisschen weiter. Ja, hier bin ich dann gestartet und wie gesagt, ne, da bin ich über die ganze Map geritten bis nach Hause. So, pass auf, wo ist meine Fernbedienung? Das will ich jetzt öfters mal nutzen, weil ich die sehr geil finde. Das ist wirklich ein sehr guter Call. Ja, und ich hab die Dinos, ne? Rechts, klick auf die Fernbedienung, no Dino, weil wir die Dinger noch nicht haben. Aber ich wollte die Dino tatsächlich... Ne, wir müssen ja home, sweet home. Ähm, ich möchte den Dinos gern Peilsender verpassen. Wenn wir sie unterwegs verlieren, dann kann ich sie einfach zu uns porten. Das wollte ich hier mit der Raptor-Horde im Endeffekt machen. Ähm, aber... Hast du mir jetzt den Wolf weggenommen? Na, ist egal. Wie? Du warst doch mit deinem an die Hütte gerannt. Ich bin doch einfach wieder hier. Ist egal, Wolf ist Wolf. Warte, ich bin da. Dann nimm mir den, mir ist das doch egal. Nein, pass, 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 bin da. Pass auf, ich hatte die doch gebaut, diese awesome Dino-Teleporter. Pass auf, vielleicht liegen die noch... Moment. Kann ich die nicht einfach hier erstellen? Ah, wir hatten nicht genug Material, ne? Was fehlt uns denn? Hier, pass auf, ich gucke mal einfach, ob ich zwei Stück herstellen kann. Ne, falscher Knopf. Wipp. Ne. Gegrilltes Filet. Aber gegrilltes Filet... Ah, ist doch egal. So, mein Freund, hör mal, bist du immer noch so am Naschen wie so ein Irrer? Ey, was bist du denn einer? So viel kann doch kein Mensch essen. Aber du hast schon die Tüte, ne? Ja, er hat die Tüte. Ja, 44, ist okay, kann man machen. Leid hier, ihr macht ja Babys, ne? Super, okay Leute, es geht wieder in die Hühle. Wir haben ja wieder Dings. Und wir nehmen doch nur die zwei Kerlen hier mit, ne? Ja, ja. Weil die anderen, die sterben uns ja sowieso alle weg. Wow. Wow. Meine Fresse, ich bin direkt hier natürlich betäubt worden. So, warte. Ist nicht so schlimm. Pass auf, noch ein bisschen mehr Schaden. Also vom Schaden sind die schon gut, ne? Also die zwei hier, die sind zwar jetzt richtig nice. Also meiner hat 2100 Life. Ja, du bist doch schon über Level 100, ne? Okay, bei 0,5 soll es manchmal der wilden Dinos bei 60 oder 65 liegen. Okay, okay. Ja. Ich muss vielleicht dann eine Heilung ausschalten. Von den, ah, von den kleinen Dino. Das heißt, wenn die auf automatisch steht, dann heilt der und der frisst dann extrem viel. Ja, wisst ihr was? Dann haben wir mal einen Grund, warum die Kiste auch mal leer wird. So, pass auf. Ich bin in der Höhle. Ja, ich auch. Ich bin schon weiter durchgereiht, äh, geritten. So, ich weiß nicht mehr. Was machst du denn hier drin? Ja, sie gönnt sich denn. Keine Ahnung. Also deswegen. Der ist mit reingeglitscht. Ja, das kann sein. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Ja, hier ist ja die Ecke, wo es in die falsche Richtung geht. Da renne ich ja immer rein. So, dann geht's hier runter. Da kommt die erste Brücke. Moment, jetzt kommt die Brücke. Hier steht noch ein Wolf. Das war doch deiner, ne? Ja. Vielleicht kommt der jetzt mit. Kommt der? Hm, nicht wirklich. Ah, dann bleibt er da. Ist egal. So, pass auf. Da geht's nicht weiter. Und da geht's hier runter wieder im Kreisel. Hier ist auch noch ein Wolf. Ja, die glitschen halt fest, ne? Ah. Ah, der scheint's jetzt... Ne. Ja, doch, der hat's geschafft. Und der ist raus? Der ist raus jetzt. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens noch einen zweiten, zweiter Mitkämpfer hier. Oder was? Die Frage ist halt, ob der es über das Jump'n'Run schafft, ne? Ach, das ist so ein Problem. Genau. Und hier müssen wir runter, ne? Ja, ich hab schon... Er hängt doch sowieso schon wieder. Er hängt wieder, ja, ja. Ja. So, genau. Und dann hier ein bisschen vorsichtig sein. Das Ding ist, jetzt wissen wir, wie der Jump'n'Run geht. Und ich wette mit dir jetzt... Jetzt verkacken wir ihn. Schau mal, hier ist noch eine Kiste. Hattest du vorhin, glaub ich, auch. Aber ja, kann man ruhig mitnehmen, ne? Ja, die andere, die war ja tiefer, ne? Mhm. So, und weiter. Ich glaub, hier war es rein, ne? Genau. Und dann sind wir hier runter. Jetzt müssen wir aufpassen. Also, jetzt stellt sich gleich raus, dass es gar kein Jump'n'Run war. Hehe. Okay, haben wir die übersehen vorhin? Oder sind wir jetzt durch einen anderen Gang? Ach nee. Keine Ahnung. Wie ist das hier? Dann, äh, ist es wieder weiter hoch, ne? Richtig, dann müssen wir ein bisschen höher. Weil dann ist das die Schlange, die hier gebackt hat. So, pass auf. Hier... Fahren wir hier rum. Es ist immer viel einfacher, wenn Dinos da sind, ne? Weil man weiß dann so, wo man hin muss. Hat grad keine Ausdauer. Warte kurz, ich muss noch skillen. Ach, er kann sogar Sitz machen. Wie das denn? Ich hab auf C gedrückt. Guck. Wie süß. Und er kackt. Und auf X kackt er. Hä? Was ist das für ein Zeichen? Siehst du das? Ja, seh ich auch gerade. Ich will da hin. Ach, ist das von dem Wolf? C, sein Special-Dings? Ich, ich hab C. Das ist tatsächlich zu C. Ich denke. Ja, geil. Das heißt, er kann Kisten ausspüren? Jo. Wow. So, wo ging's denn jetzt? Ja, hier links. Hier kann er nur noch, ne? Okay, ja, ja. Guck mal, hier hängt ne Kiste. Also, in Runde. Ja, ne Tüte rum. Wir rennen hier mal gerade aus. Ja, ja, genau. So. Ach so, ja, ja. Die Dossiers. Geben einmal an Tipps. Den Tieren. Erzählen die Geschichte der Ark. Ah, okay, okay, okay. Ja. Ja, das dachte man sich schon fast, ne? Weil da steht ja immer so irgendwie. Ja, hier geht's weiter. Hier packt nämlich noch einer an der Wand. Ja, also das Springen war auf jeden Fall richtig. Das war real, ja? Boah. Scheiße. Oh. Aber es geht zum Glück. Es ist nicht so superschwer. Guck mal, da steht noch ne Kiste. Aber entdeckt der Wolf die dann? Der entdeckt die tatsächlich. Wie geil, ne? Warte, die will ich mir jetzt aber auch mal nehmen. Wie, nimmst du die nicht mit? Ne, du bist ja immer zu schnell wieder unterwegs. Ich dachte, wenn ich die nehme, dann kriegst du die automatisch mit. Aber du musst auch mit mir sprechen, ne? Ich muss, äh. Ja, ich dachte das eigentlich auch. Also, jetzt hab ich sie gekriegt, als du sie genommen hast. Aber nicht immer irgendwie. Ja, du brauchst nur mit dem Wolf drüber zu rennen, ne? Du musst nicht da absteigen. Und wie sind wir vorhin weiter? Scheiße, ist man nicht. Ah, hier sind wir vorhin hängen geblieben. Ne, Moment. Mach mal deine Fackel aus, bitte. Wow, ist das dunkel. Also, hier sind wir vorhin nicht weiter. Fackel an. Da geht's zurück, hä? Ja. Und war ich hier entlang? Hä? Es geht ja irgendwie nur im Kreis. Das verstehe ich jetzt nicht ganz mal weg. Ja, ja, ich drehe mich, ich drehe mich. Wo sind wir denn vorhin? Äh, hier geht's nur im Kreis. Ey, wir sind doch vorhin weitergekommen. Oder war, war hier... Stopp. Ich kann's dir halt nicht sagen. Es war halt dunkel, ne? Ja, aber es war doch eine Lichtquelle hier. Oder vielleicht ist es wirklich hier rüber nur gewesen wegen der Explorer Node. Ja, aber das bedeutet, wir müssen aber auch irgendwie hier nach unten kommen. Also, wir könnten auf diese Pilzen da springen und dann weiter runter. Okay. Aber da ist überall Wasser, ne? Oh, meinst du, das ist so heftig? Ich hab keine Ahnung, aber ja, warum soll es nicht so schwer sein? Hm. Ja, also hier sind auf jeden Fall die, die Kollegen, ne? Da unten ist auf jeden Fall was, ja. Ich würde ja sagen, die springen mit einem Long Jump da rüber, aber da bin ich dort. Aber die Frage ist wegen Fallschaden, genau auch, ne? Ja, aber da bin ich dort. Da komm ich auch nicht mehr raus. Oder opfer ich den Kerlchen? Weil da, also vom Sprung her, von der Tiefe und der Entfernung, das könnte er schaffen, glaube ich. Ja, aber das ist halt übel. Wie kommst du denn... Aber du könntest dich ja wegteleporten, ja. Ich könnte mich wegteleporten, aber wenn er es nicht schafft, dann opfer ich hier so einen guten Wolf, ne? Das ist halt so the point. Also ich glaube eher, dass es halt wirklich so zum Klettern oder halt mit einem Höhlentier zum Fliegen gedacht ist. Vor allem, wie heißen die Höhle, die wo wir hier drin sind? Ich hab keine Ahnung. Das ist immer gut. Oh, guck mal, wie viel Level der gemacht hat. Sehr gut. Tja. Das ist durch die Node, ne? Deswegen haben wir hier so viel Life. Pass auf, du fällst gleich da runter, ne? Ja, ich weiß. Ich geh deswegen ja extra rückwärts. Hm. Tja, I don't know. Ich weiß es nicht. Oder... Ja, aber das mit dem Abspringen... Ja, aber ich... Ich kenne mein Glück. Wir versuchen es einfach. Tja, Wolf überlebt. Ja, hat's überlebt. Oh. Ich bin drüben. Krass. Und der Wolf hat noch... Ja, noch ein bisschen Life hat er. Noch ein bisschen. Ach, das ist nur so eine Gegenstandsbox. Meine Fresse. Scheiße, ey. Ja, du müsstest trotzdem mal rüberspringen, ne? Ich? Geht's denn da weiter? Durchs Wasser. Durchs Wasser. Oh, scheiße. Fuck. Ich hoffe, er überlebt ist. Meine Güte. Oh, das war Glück, ne, Leute? Das war jetzt aber Glück. 800 Gesundheit. Wir werden uns nicht beschweren. Also... Ihm geht's gut. Ihm geht's gut. Ja, bist du stolz? Das Ding ist, wenn ich mich raus teleportiere, ne? Ich glaube tatsächlich, äh... Wie Tina vorhin gesagt hatte, so von wegen Unterwasserhöhle. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich richtig tauchen. Ja, wir haben aber keine Taucherausrüse. Ja, stimmt. Force-Feeding können wir machen, ne? So, aber so viel habe ich nicht dabei. Aber so ein bisschen kann ich ja was kriegen. Also du bist einfach mit einem großen Jump mit Anlauf, oder was? Ja, Anlauf, ein großer Jump bis rüber an die Wand. Und dann leicht nach unten, wenn du dann an der Wand bist. Aber die Krokodile sind weg, also... Ja, die Frage ist halt, ob ich es überlebe. Wie viel Life hatte deiner? 2000 irgendwas. Okay, meiner hat 2200 jetzt. Komm, mach jetzt. Komm, einfach mal rüber. Okay, warte. Man muss auch nicht öfter immer über alles nachdenken. Einfach mal machen. Voll der Flugwolf, ey. Ich schwöre es dir. Und, bist du drüben? Ja, ich bin drüben. Ich stehe hinter dir. Warum war ich so oft hier... Arme Ding. Ja, es wird überleben. Sehr sauber. Sehr, 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 sehr sauber. Das Ding ist halt... Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass das hier eine Unterwasserhöhle ist. Weil hier alles unter Wasser ist. Geile Theorie. Ja. Genau, no reason of fun. So ist das auch im Leben. Aber Kristalle hätten wir noch ein paar hier. Das Ding ist halt... Die Frage ist, muss man hier unter Wasser gehen? Also schwimmen. Ich weiß halt nicht, wie gut die Wölfe jetzt sind beispielsweise. Wie viel Life hast du? Ja, das ist ja... Ach so. Wo ist dann dein Wolf? Der steht hinten dran. Der hat zwei... Zwei jetzt. Weil ich würde ja sagen... Hey, lass uns mal ins Wasser springen mit denen. Weil die können ja auch kämpfen, ne? Ja, mach du mal zuerst. Und er kommt raus. Also super. Äh... Müssen wir nur auf seine Energie aufpassen, ne? Ich will das kurz einmal hier testen, Leute. Und dann machen wir hier die Erfahrungen, ne? Scheint der gut auszuhalten. Okay. Oh, ich hab wieder Eiswürfel, richtig? Ja, hast du dann wieder ein Kleidungsstück nicht an? Lass mich mal gucken. Ne, ich hab alles an. Und du musst mal anfangen, dich auf Resi zu skillen, ne? Ja, ich weiß. Ja, aber wir haben ja schon wieder ein paar Level gekriegt, ne? Das war ein Unterwasserwolf. Unter Wasserwolf. Weißt du? Flugwolf, Unterwasserwolf. Die müssen einfach alles können. Ah, der kriegt das gut hin. Guck mal hier. Nur auf die Energy achten. Genau. Der arme Ketten. Dass du halt immer noch wieder zurückkommst. Aber die Frage ist halt... Also es funktioniert, aber das ist keine Option. Aus dem ganz einfachen Grund, weil... Ich schwimm da ja jetzt ein bisschen rum, ne? Aber... Jaja, das bringt ja nix. Also wir müssen da ja unter Wasser scheinbar irgendwo was finden, ne? Ja, und die Fackel funktioniert auch nicht unter Wasser, ne? Ne. Das heißt... Oh, da war Licht. Das Ding ist sowieso, sobald ich auf irgendwelche Tiere treffe, bin ich eh tot. Ohne Tier. Das heißt, entweder bräuchte man so... Wir bräuchten so ein Amphibientier. Weißt du, was gut im Wasser ist? Was aber gut auf Land ist. Und da weiß ich auch, was wir uns nehmen können. Pass auf, ich sporte uns jetzt mal. Okay, warte. Ja. Du brauchst jetzt keine Special hier zu machen. Ja, das hab ich auch schon gesehen, dass es welche Unterwasserhöhle im Ozean gibt. Ja, also diese Höhle hier kommen wir so nicht weiter. Das heißt, wir bräuchten mal andere... Andere Rüstung. Mit dem Biber? Weil Biber haben wir ja schon. Ja, ich werde wieder einen Biber holen. Aber ich wollte den Biber haben, für Zement zu machen, aber dann haben wir auch mal rausgefunden, dass das nicht so geht. Guck mal, hier stehen sie, unsere Bibis. Ja, wir haben einmal Justin Bieber und einmal Hailey Bieber. So, was willst du? Gewöhnliches Kibbel. Du kriegst von mir eine Kryo-Kapsel. Das kriegst du von mir. Pass mal auf, mein Freund. Kibbel. Nix da. Guck mal hier. Jetzt lernst du mal den neuen Freund in der Kapsel kennen. Komm. Wupp. Super. Und mal raus mit dir. So, jetzt willst du bestimmt spazieren gehen oder so, oder? Mit dir kuscheln. Geht doch. Siehste. Kryo-Kapsel heilt jeden. Siehste. 17% geprägt. Super. Das nenne ich ja schon mal richtig was. Boah, wir müssen die Nanny machen, ne? Boah, ja. Bei der Menge an Tieren, die wir mittlerweile haben, auf jeden Fall, bitte. Ja. Hm. Also. Ich hab ne Idee. Ich will den Wolf grad mal hier abstellen. Dann möcht ich mir Gustav schnappen. Und dann möcht ich gern mal mit euch rumfliegen. Weil, ich glaube, es gibt einen Dino, der wär auch nicht schlecht. Kommst du mit? Ja, warte. Ich kuschel grad hier mal mit allen Tieren. Ja. Kuschel du mal. Pass auf, das könnte so da in der Mitte irgendwo gewesen sein. Beim Sumpf. Okay, wir fliegen mal. Frau, sie kommt gleich nach. Ja. Es gibt so einen Dino, der ist gut im Wasser. Den hab ich öfters mal im Wasser spielen sehen. Deswegen. Ich geh davon aus, dass der gut im Wasser und gut auf Land ist. Ich weiß da nicht, wie der heißt. Ist aber egal. Wir finden das. Und hier. Unser weiblicher Gustav, der kriegt das auch hin. Aber er hat breite Schultern. Kriegen wir locker hin. Du hast gekackt. Danke für die Info. Das wollten wir unbedingt wissen. So. Zum Glück habe ich noch die Rüstung an. Die Dings da. Er muss noch. Wir gucken mal, ob wir den finden. Betäubungspfeile habe ich genug dabei. Hm. Und Spinos habe ich auch schon genug gesehen auf der Karte hier. Aber das waren alles so Lone-Bobs. Das waren so Dreier, Fünfer. Da war nicht mal einer dabei, der Zehn war. Ich glaube, den ersten, den wir dort hatten, das war der Beste bis jetzt. Ich weiß aber auch nicht mehr, was für ein Level das war. Aber spielt ja auch keine Rolle. Kapo irgendwas. Das könnte vielleicht sein. Wir werden es rausfinden. Pass auf. Ich muss aber mal kurz die andere Rüstung hier anziehen. Was ist denn? Cowboy-Hut. Da. Zack. Guck mal hier. Hier. Es sieht ja aus wie... Keine Ahnung mehr. Chuck Norris, wenn er einen Hut tragen würde. So. Hm. Mach mal hier deinen Sensor an. No. Wo hatte ich den Kerl schon denn gesehen? Ich glaube, ich muss noch weiter in die Karte rein. Ja, ja. Also ein, ein, eine, eine, ein Arm. Ein, ein Arm. Ein Arm muss noch weiter. Also, ne, ne, ne Flussmündung. Was haben wir da? Hm, nee. Nee, nee, nee. Nee. Ich weiß auch nicht, wie gut so ein Krokodil wäre. Lohnt sich sowas? Das ist halt auch eine gute Frage. Ja, weil der ist ja auch ein Wassertier, ne? Ja, das stimmt schon, ne? Den großen Vogel sollten wir uns holen. Welchen großen Vogel? Hier ist kein Vogel. Dann ist er auf jeden Fall nicht hier. Nee, du warst nicht. Du bist diese, diese Wasserkuh, ne? Hm. Ich muss auf der Map gucken. Vielleicht war es auch noch, noch eins weiter. Ah, das war beim Redwood. Ja, ja, ja. 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 Ja, ich, ich muss mir das alles noch ein bisschen merken. Weißt du, ich habe es ja schon mal in 20 Stunden runter und noch ein paar mehr, aber ich kann mir das nicht so richtig merken, ne? Ah, du bist durstig. Du bist durstig. Du bist hungrig. Er ist nur hungrig. So, nichts mehr zu essen. Jetzt kriegt es nichts mehr. Das war es. Ich habe noch was dabei. Rohes Fleisch kriegt er jetzt nur noch. Paraceratherium steht hier hier eine Menge rum. Was ist denn das? Keine Ahnung. Wesentlich auch nicht. Ja, der, der war nicht im Sumpf. Da, ich bin mir da fast sicher, dass der nicht im Sumpf war. Was genau suchst du denn? Das ist, das ist ein Amphibien-Dino. Der ist sehr gut im Wasser und sehr gut auf Land. Hm. Der ist relativ schlank, aber auch einen langen Hals so ein bisschen. Und eine lange Schnauze auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und doch vielleicht dieses Paracetere... Ne. Die sind ja immer nur an Land hier. Ich werde den finden. Das kann sich nur eine Stunde dauern. Weil die stehen ja hier jede Menge rum, ne? Ja, aber wenn sie da in jeder Menge rumstehen... Also ich habe da ein paar Stück auf der Map davon gesehen, ne? Ach so, okay. Und die sind immer... Also ich habe sie auch fast nur im Wasser gesehen. Muss der Kapo sein. Ja. Diplokaulus? Mit so einem langen Schwanz? Hm. Weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall steht auf den Füßen. Da ist jetzt zu Lobob. Das Ding ist halt... Ich weiß nicht, was ich mir unter den Namen vorstellen kann. Weißt du? Es könnte das jetzt sein... Aber es könnte es auch nicht sein. Ich glaube, was wir damals angefangen haben... Ist auch einer hier vorne rumgeschwommen. Ach guck mal, hier... Er hat noch einen Raptor rum. Habt doch gesagt, Leute! Hier gibt es ein paar davon. Oh, ich muss mal landen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist ein gutes Ding. Ich bin gerade mal zu Hause, merke ich. Schön. In Base 1. Oh, guck mal hier. Jetzt kommt er. 45er. Ist ja auch nicht schlecht. Guck mal, wir gucken mal nach dir. Wie geht es dir denn? Kommen Sie mal an Land. Dann machen wir einen Freund. Ah, stopp, 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 stopp. Ah, du willst ihm hinterherren. Du willst gar nichts zu mir. Hast du noch was zu essen? Jo. Du bist gut ausgestattet? Super. Dann kommst du einfach mal mit. Hm. Wir gucken mal auf dieser Seite hier. Oh, guck mal, was hier noch alles rumsteht. Hör mal, die armen Tierchen. Ja. Die gehen hier auch irgendwann drauf. Komm, ich nehme die mal alle mit. Willst du alle teleportieren aber, hm? Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Pass auf. Wir machen hier eine Pause. Komm, schön kuscheln, Leute. Alle kuscheln. Ja, Bronto. So, es geht hier jetzt los. Easy going, Alter. So, pass auf. Hör mal, die Zeug dann wieder hier. Na je. Ob ich das jetzt bereuen werde, ich weiß es nicht. Oh, Mayo ist auch hier. Wo? Und Alpha Kevin. Wo ist Mayo? Mayo und Mojo. Ja, Mayo. Lecker. Und da brauchen wir Ketchup noch. So. Home, Speed Home. Wir müssen hier bestimmt nochmal hin. Ja, ja. Der ist nicht mit drin, der Große. Was haben wir denn mitgebracht? Raptor? Harry? Pass mal auf. Ich schlepp die einfach mal kurz auf Seite hier. Pack mal die blöde Fernbedienung weg. So nach hinten hier. Ich bleib dann einfach mal hier, weil dafür muss ich ja jetzt nicht noch mitkommen, ne? So. Dann hast du mehr Platz. Ja, ja. Ich pfeife die hier mal ab, dass wir die später mal einordnen können. Das war's? Hab aber nicht viel mitgekriegt, ne? Ne, viele hast du nicht mitgebracht. Ah, jetzt bin ich es wieder, ne? Okay. Es geht wieder los. Es folgt ja keiner. Ne. Machen wir das nach und nach. So ist es halt. So, wir fliegen mal weiter hoch. Boah, was mir aufgefallen ist. Wir müssen, Leute, wir müssen definitiv oben hier hin. Also auf diese Insel hier hinter dem Button, ne? Auf diese Fleischinsel. Da müssen wir hin. Definitiv. Und da werden wir auch jetzt hingehen. Weil da ist nämlich ein, ähm, ein Tech Racks. Find ich mega geil. Ich hab keine Ahnung, wie wir das kriegen. Ich glaub, es sind noch zwei weitere Racksen da. Äh, die sollten wir uns auch mal mitnehmen. Würde ich geil finden. Ja, kannst du noch was zu essen mitbringen? Äh, ja, klar. Ich flieg mal hier bis nach dem Strand. Ne, eher Binnengewässer, Leute. Eher Binnengewässer. Bist du Alpha? Ein Alpha 22. Sollen wir uns sowas gönnen? Dann komm ich wieder rüber, ne? Boah, der hat viel zu viel Leif, ey. Du hast dich jetzt geportet, gell? Nein, ich bin gelaufen. Also geflogen. Der Alpha ist so heftig. Also ich, ich geh jetzt oben hin, wo die, 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 die Insel da ist, ne? Ja, ja. Ach so, nach da oben. Okay. Also auf jeden Fall. Jetzt hast du dich wieder umentschieden. Iguano ist es nicht, oder? Hast du einen Teleporter dabei, um dich von dort wieder runter zu porten? Ich hab meine Fernbedienung. Okay, Entschuldigung. Kano ist es nicht. Hm. Auf der Insel ist auch eine Höhle. Ja, das, äh, kann, kann gut sein. Ja, ja, ich will gern, äh, die ersten Inseln im Endeffekt machen, äh, damit wir die, die Brutmutter machen können. Aber ich weiß halt nicht, wo ich diese ganzen Artefakten herkriege. Also, und in der zweiten Höhle, wo wir drin waren, ähm, da sollte ja auch ein Artefakt drin sein für die Brutmutter. Also glaub ich zumindest mal. Aber das ist so Level 25. Oder brauch ich da dreimal das gleiche Artefakt? Ich weiß es nicht. Da ist er, da ist er. Nee, das sind die, die, ne, ne, nicht die Lophosaurus. Das heißt, du fliegst jetzt, äh, in die Richtung von dieser Fleischfresserinsel, ja? Hab ich das jetzt richtig abgespeichert? Da will ich hinfliegen, ja. Ja. Ach, Yonix, so heißt er. Das ist ein Kerlchen, den ich will. Scheiße. Okay, ich bin tot. Wie? Komm, schnell. Ja, weil ich hier im Sumpf liege. Oh. Ach, ich kann aber hier hoch rennen. Scheiße. Schau, nimm mich. Oh, ein bisschen Panik darf man ja machen, ne? Äh, kannst du ein bisschen hochfliegen, weil du bist nicht so gut im Wasser fliegen. So, danke. Du bist ein Stress, Alter. So. Okay, okay, pass auf. Kann ich dich irgendwie ein bisschen zu mir hinziehen? Du, du, komm. Ich beiß dich auch nur einmal kurz. So. Kommst du mit? Baryonyx, okay. Ist der jetzt tot? Ah, nee, da kommt der. Ja. Boah, wie hoch der einfach nur springen kann, der Koko, ne? Baryonyx. Das ist das, was ich will. Vielleicht kriegst du ihn ja von hier geschossen. Mh. So, ich nehme erstmal mal die gute. Könnte zu weit sein, ne? Ist noch hinterm Baum raus? Kannst du ihn holen gehen? Da vorne ist er nämlich. Gustav. Wo ist er? Links, rechts? Geradeaus. Gustav, geh da weg, bitte. Den Baryonyx? Ja. Aber jetzt krieg ich ihn selbst. Ne. Die Metreon? Ich seh ihn gerade gar nicht. Ach, da in der Mitte. Nee, das ist ein Krokodil. Ich schieße die ganze Zeit drauf. Nur, dass ich ihn nicht treffe. Komm, komm mal hier. Ich geh ihn selbst holen. Gustav. Boah, du bist aber schwer vom Begriff, hab ich das Gefühl, ne? Ich lass mich jetzt gern mal von dem beißen, ne? Okay, ja. Du könntest schon offen schießen, ne? Das wäre ja schon mal eine Lösung. Oh, Gustav. Wenn der hier hochkommt, kann man mal ein Problem. Mein Problem ist, dass ich entweder dich oder deinen Vogel vor der Flinte hab und nicht schießen kann. Ah, der Vogel ist ein Idiot. Ha, 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 ha. Hast du ihn? Das ist ein anderer, aber ist ja egal. Das ist doch unser. Das ist ein 27er. Ich glaub, der andere war doch ein 22er, oder? Nee. Weißt du was? Wir machen den Kroko direkt mit. Ja, den Kroko. So, der Kroko hat höchstwahrscheinlich genug. Ja, der wird. Der liegt jetzt gleich. Scheiße, und der Baryonyx rennt weg, ne? Aber er hat's fast. Ja, der ist Gundula. Wo ist der hin? Er muss definitiv auf Land. Scheiße. Der kommt mit uns. Ich seh ihn nicht mehr. Ach, jetzt springt er im Wasser. Seht ihr mal was? Äh, irgendjemand hat wieder ein Dings da? Ja, das ist natürlich sehr klug von ihm, hier unter Wasser zu sein. Scheiße, scheiße. Nicht so tief. Uh. Ja, das macht er klug. Das macht er sehr klug. Drecksack. Kann ich nicht hier einfach so ein bisschen im Wasser stehen? Ich hab da ein bisschen Schiss da. Ja. Kannst du einfach mitgehen. Wir wollen dich nur betäuben. Mehr nicht. Wer sitzt das jetzt hier aus, ne? Oh. Jetzt, jetzt. Muss ich tiefer. So, jetzt schön an Land wieder. Sorry, ich hab einen Anruf bekommen. Hab nix gehört. Hast du schon auf laut, äh, laut losgestellt. Hast du super gemacht. Nee, den kriegen wir da nicht hin, ne? Also ich hab dem, ähm, Dingens auf jeden Fall schon mal was reingepackt. Das ist eine super Sache. Den Krokodil. Ja, der hat doch höchstwahrscheinlich, ähm, Ah, den Baryonyx hier. Der, der schwimmt jetzt schön gemütlich hier rum. Der sitzt das hier aus. Scheiße. Ja. Dann müssen wir für den eine andere Möglichkeit, äh, erfinden. Denn, äh, das Krokodil haben wir. Ja, setz das mal auf, äh, lass das einfach da sitzen, aber nicht auf Folgen, dass es da bleibt. Wir kommen das später abholen. Weil wenn wir das jetzt mit auf die, 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 die Tötungsinsel da holen, dann ist es eh vorbei. Den Baryonyx, den können wir vergessen. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt mal, welchen wir brauchen, Leute. Das ist halt mal schon mal wichtig, ne? Ja, also einer von uns hat den Blutigel. Ich geh aber mal davon aus, das war der, äh, Das war mein, äh, Tier. Ja, richtig. Ja. Meine Gundula. Aber ich hab den schon entfernt. Ja, deswegen ist der auch weg. Ja, ja. So, was haben wir denn hier? Okay, du fliegst jetzt weiter, ne? Also das Krokodil liegt da noch. Ist doch ein Baryonyx. Stufe 6 aber nur. Aber ist egal. Ah, das war scheiße, die Idee. Ist egal. Wir schießen das jetzt einfach so ab. Ich hoffe nur, dass ich es überlebe. Ja, ich versuch dir hinterher zu kommen. Gustav, 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 Gustav. Gustav, Gustav. Hör auf mit dem Scheiß. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Du bist doch ein Idiot von Vogeln, ne? Aber leg dich mal gehackt, Alter. Kriegst du mal einen Betäubungsfeil. Das geht dir auch mal besser. Guck mal hier. Guck mal hier. Ein bisschen Torpo hier, ne? Arschloch. Wirklich. Das wär er gewesen. Jetzt ist er betäubt und tot. Oh ne, der hat noch sieben Life. Sieben Life? Der lebt noch. Bewusstlos. Okay. Alter. Der lebt noch. Ich hab nix für reinzulegen. Hast du Fleisch? Ja, warte. Warte, ich geh in den Gustav. Ja, super. Dann leg mal was da rein. Oh, der hat noch sieben Life. Hast du Glück gehabt, Gustav? Aber hier. Nur damit wir uns klar sind, ne? Kriegst du noch einen. Mensch, ey. Okay, Fleisch liegt drin, aber das gibt natürlich halt, äh, ja. Boah. Aber lieber ein kleiner wie gar keine, ne? Es geht ja nur darum, dass er gut schwimmen kann. Es gibt aber auf jeden Fall ordentlich Abzüge jetzt beim Zähmen, weil er so stark verletzt ist. Ne, 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 ne. Das hat nix zu bedeuten. Wir haben den ja weiter nicht mehr angegriffen. Ach so, okay. Also außer, dass Gustav jetzt auch noch zu uns zählt. Das ist halt, das kann ich dir nicht sagen. Hatshot. Ist echt wahr, ey. Hatshot. Oi. Den zweiten, der saß gut. Körper ziehen. Nein, nein, nein. Oh, kackt doch jemand anderes an. Gustav, was denn los sieht er mit dir? Komm, komm mal hier hin. Was greife ich denn jetzt an? Eine Schlange. Gustav, wir müssen wieder ein Team werden. Weißt du das? Das kann so nicht... Gustav! Ohne Spaß, ne? Hör mal, was ist denn dein Problem? Der ist sauer, weil es ein Weibchen ist und du ihn die ganze Zeit Gustav nennst. Er wollte Gustav heißen. Ja, ja, du mich auch. Komm, du kriegst ja eine mittlere Entfernung, weil wir brauchen ein bisschen Abstand. Ja, wir haben das falsche Fleisch drin. Wie denn? Was braucht er denn? Äh, gekochtes Fisch, roher Fisch, gekochter Fischfilet, rohes Fischfilet oder normales Kibbel. Kriegen wir aber hin. Wir brauchen nur mal kurz an den Strand zu fliegen. Achso, gekochtes Fleisch geht auch, oder was? Nein, geht gerade nicht. Gekochtes Fischfilet. Ach, Fisch. Oh, hier ist aber ein schöner Mech... Oh, ey. Gundu! Nee, das ist ja gar nicht Gundulan, das ist... Hör mal! Lass meine Gundulan ruhen. Guck mal, wie bescheuert der Vogel ist, ne? Aber guck mal, wenn wir schon so schön hier sind und die Sonne blendet... Guck mal, hier ein 63er Megalodon, ne? Den könnten wir ja auch gerade mal mitnehmen. Aber wir bräuchten erst mal einen Fisch. Guck mal, das ist ja auch noch einer. Männlein und Männer. Das wäre was, ne? Wir riskieren jetzt, weil wir brauchen ein bisschen Fisch. Und das ist ja kein Fisch. Wir können den Mech so einfach legen, ne? Guck mal, den da können wir doch nehmen. Super Hanisch. Jetzt schwimm nicht weg. Oh, jetzt hab ich so alle. Aber mein Charakter fühlt sich manchmal wirklich, als wäre ein Fisch, ne? Das ist so schlecht, was ich da mache. Das würde sowas von schief ausgehen. Ja, er kommt. Super. Er hat mich ausgetrickst. Er hat mich ausgetrickst. Ah, renn! Mensch, jetzt ist er noch mal schein... Das scheiß Ding kaputt. So, pass auf, wo ist denn der? Ich seh nichts. Ja, super. Mach dir keinen Stress. Ne, 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 bleib hier, bleib hier. Super. So. Und jetzt nicht austricksen lassen von irgendeinem anderen Ungeheuer hier. Jetzt kannst du dir mal rohes Fisch hier, ne? Es reicht, es reicht. Du musst den nicht komplett leer machen. Lass den, lass den auch was. Das ist so ein Köder, wisst ihr, Leute? Ah. Puh. Ich geh gleich mit Gustav hin und ich nenn den einfach Gundula. Und Gundula nenn ich Gustav. Ey, hallo. Und dann nehm ich den Pinsel und dann streich ich es einmal oben, ey. Lass meine Gundula in Ruhe. Nenn den Spur in Gundula. Ne, es bleibt Gustav. Es bleibt der Gustav. Mein Gustav ist leider gestorben. Wo war der, Marionix? Ach, mag der vielleicht auch Filet? Ne, der mag nur Fisch, ne? Ich hab gefragt, wo der sich stattfindet. Oh, scheiße. Geh, geh schnell auf deine Gundula, bitte. Hast du ihn getötet? Was ist denn los? Ne, was ist denn los? Ah, scheiße. Hau doch ab, du scheiß Vieh. So, den Marionix ist auch weg. Oh, ne. Du kannst mich doch im Arschblecke hier. Was ist denn scheiße, ey? Hast du den Krokodil nicht gesehen? Das war ein Kaprotch irgendwas, aber kein Krokodil. Ich hab's erst nicht gesehen, ne. Warum hab ich... Ey, ich... Ich schwör dir. Ich krieg ne Krise von dem Spiel. Ich krieg ne Krise. Das hat was gegen mich, Leute. Das ist der andere. Aber nimm den Fisch mit, dass wir den haben. Ich hab den Fisch in meinem Inventar. Okay. Ich muss grad mal den nur ein bisschen leer machen. Ja. Das behalten wir. Okay, wir dürfen den nächsten suchen, Leute. Yeah. Ja, aber hinten war, glaub ich, noch einer. Du wolltest mir mal Essen geben, ne? Ah ja, gerne, gerne. Warte. Du musst ein bisschen auf die Umgebung aufpassen. Ah. Der kam aber so schnell. Also, sorry. So schnell konnte ich jetzt auch nicht reagieren, ne? Also, ich geb immer mein Bestes, aber meine Reaktionszeit. Ich bin nicht so ein Profispieler. Gwendoline bin ich auch nicht. Das merkt man ja auch. So, wir gehen jetzt einfach weiter. Vielleicht schwimmt da drüben noch einer rum. Ich glaube, eher zurück im Sumpf war nämlich noch einer. Den haben wir da angegriffen. Ich will jetzt den Racks holen gehen. Vielleicht klappt das. Okay. Ein bisschen mehr Schaden. Super. Mensch. Von Hölzchen und Stöckchen heute, ne? Ich hatte das Ziel, als wir losgeflogen sind, da auf die Insel zu gehen. So, und währenddessen wollte ich die anderen zähmen. Damit wir die mit in die Höhle nehmen können. Aber mein Ziel ist immer noch die Insel. Mhm. So, nicht Hölzchen und Stöckchen. Wir nehmen Bäume mit. Okay. Scheiße, ey. Schwör, schwör euch, Leute. Ich muss den austauschen. Äh. Da haben wir die gute Insel. Die klären mal, aber die T-Rexen, die lassen mal leben, ne? Okay. Meinst du, das kriegen wir mit zwei Geiern hin? Also, Gustav setzt sich einfach auf diese Seite und ich schwimme rüber. Weißt du, dass der ja aus dem Weg ist, ne? Ähm. Ich nehme den jetzt mit. So, jetzt räumen wir die mal auf. Ich tanke noch gerade voll auf, ja? Ja, alles gut, alles gut. Mindestens Level 60 plus sind. Ja, das Ding ist halt, ich weiß auch, mit was man die Brotmutter ziemlich einfach machen könnten. Aber ich will unbedingt die mit den Raptoren machen. Und auch ohne jetzt Vorkenntnis oder sonstiges zu haben. Hm, das, das, ähm. Ich will das einfach probieren, ob es geht. Also, ein Heilschwein oder zwei will ich mitnehmen. Und ich will mal eine Raptoren mitnehmen. Aber, Entschuldigung. Äh, bevor wir überhaupt mal so weit sind, äh, müssen wir ja erstmal... Moment. So, hier waren irgendwo die Raptoren. Äh, Blödsinn. Skorpione sind hier, cool. Ja, da ist mal der eine Rex. Die greift man nicht an, die Rexen, ne? Ja, ja, ich weiß. Da ist auch so ein Tacky. Hat nicht doch gesagt, dass wir losgeflogen sind. Cool. Sorry. So, und hier müssen irgendwo noch zwei Stück sein. Da. Rechts sind noch welche? Ja, ein 14er, äh, 40 und, äh, ein 18er. Hier ist noch ein 9er. Boah, hier sind viele Rexen, ne? Hier sind sehr viele, ja. Wir helfen denen mal. Okay. Ohne dabei versuchen, nicht selber drauf zu gehen, ja. Ja, ich, äh, stimme ich gut. Das ist schön. Boah, richtig gemurte hier. Ja, die machen aber weiter nicht so viel Schaden wie wir. Naja, ist schon heftig, ja. Na, guck mal, die Katze, gönnt sie sich dann ab, ne? Kein Problem. Lass es sein. Du wirst sterben. Im Rückwärtsgang. Boah, Kanotaurus, 63. Sollten wir da nicht auch überlegen, die zu zähmen? Ja, ich finde, die Rexe zähmen halt, ne? Gundula kriegt noch ein bisschen Life. Das wird unser Tankvogel. Also, Gustav. Gustav. Könntest du natürlich ja hier sonst auch einen neuen Agi holen. Naja, mein Agi ist verraten. Jo, mein Kumpel. Jo, hallo, hallo, ja. Pass auf, die Frage ist, äh, kann ich hier drauf, ohne dass der hoch kann? Ich glaube, der läuft da einfach auf der Seite hoch, ne? Ja, er ist schon unterwegs. Jo. Aber war einfach so fährt. Aber wie viel hat der Torpo? Pass auf, mit dem können wir doch mal einfach mal anfangen. Ne, ne, pass auf, wir fangen direkt mit dem Guten an. Ich wollte gerade sagen, also ein Neuner. Ja, das ist halt mal ein Neuner, ne? Aber hier hat man ein Männchen und ein Weibchen. Pass auf, wenn ich mich ganz hier oben so wie The Lion King hinsetze. Ein 40er Rexweibchen, boah. Oh mein Gott, wie viele Rexen rennen denn da rum? Das sind echt richtig viele. Pass auf, guck mal, der eine hat mich schon gespottet da unten, ne? Jetzt gucken wir mal, ob der hier hoch kann oder nicht. Weil wenn nicht, ist das hier der perfekte Spot. Das Ding ist halt, ich komm hier nicht. Ah, die haben mich jetzt alle gespottet. Ja, die können nix machen. Die Frage ist, ob man von hier halt, also ob man vom AG abspringen kann, ne? Das will ich ja gerade rausfinden. Es ist so, entweder schafft man es oder wir schaffen es nicht. Also du hast es mal geschafft. Oh mein Gott. Du musst dich quer stellen, nicht so andersrum. Guck wie mein AG steht. Pass auf, da kommt mal einer. Ich will halt rausfinden, ob der hochkommt. Okay, ich hoffe, ich hoffe, ich kann jetzt abspringen. Wobei, warte, ich warte erst mal, ob der hochkommt. Scheinbar nicht, oder? Scheiße, ich schieße mit den falschen Pfeilen auf ihn. Ich soll ihn vielleicht auch mit den richtigen bedienen, ne? Aber da du ihn ja schon angeschossen hast, er scheint ja nicht hochzukommen, ne? Ja, der hat doch nur 2K live. Das ist ja gar nichts. Aber hör mal, die können wir uns ja alle nehmen, die Rexes. Das war ne super Idee. Dann mach mal statt mit Raptoren die Brutmutter mit Rexen. Oder ne Mischung, das wär geil. Boah, ey, wird man von dem Wind runtergeblasen? Oder kommt mir das nur so vor? Also ich steh hier perfekt. Ja, ich rutsche halt hier immer runter. Also ich steh leider nicht so perfekt. Wo ist denn die Alte? Auf jeden Fall sauer ist sie. Ja, wir müssen jetzt mal die Muddy finden. Also kann man da ne Guntela mal irgendwie... Ähm... Ja, das Problem ist, ich steh halt so scheiße, dass ich halt nicht... ...an irgendwas drankomme leider. Ja, du musst dich einfach vorne auf die Kante stellen und nicht runterfallen. Ja, ich komm nicht an die Kante. Ich rutsche hier direkt. Ich weiß halt nicht, was passiert... ...wenn wir in den Wügelstadions von... Guck, da hinten rennt's jetzt sehr weit da hinten. Die wird's ja aber treffen, ne? Ja, 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 ja. Jetzt ist sie wieder unter dem Hügel verschwunden. Ja, ich seh das Pöpöchen da rausgucken. Ja, das Pöpöchen. Du stehst halt ein bisschen anders als ich. Aber ich hab halt auch echt Schiss, bis runter zu gehen. Also sorry. Ja, das Ding ist, wenn du runterfällst, bist du tot, ne? Ist so. Und dafür doch kein Weg dann vorbei. Du kannst ja ein bisschen den Fels hier seitlich runtergehen. Auf der Spitze, weißt du? Ja, ja, das Ding ist, man rutscht halt sofort irgendwie runter. Je nachdem, wie du halt gehst. Hm. Dann hab ich vielleicht die perfekte Stelle. Das Ding ist halt, alle anderen T-Rexe müssen wir eh umbringen. Jetzt gleich, wenn wir die haben, ne? Oder torpedier mal einen anderen noch. Den 18er. Dann brauchen wir nur den 9er wegzumachen. Oh, geh weg. Jetzt steht mir der 8er, äh, der 9er im Weg. Ich hoffe, die hat sich festgebackt. So sieht das nämlich ein bisschen aus. Dann kann sie auch gleich nicht abhauen, ne? Also die würde schon abhauen, glaube ich. Ich hab halt Schiss, wenn ich weiter auf den Vorsprung gehe, dass ich runterrutsche, oder? Ja, lass doch einfach. So, jetzt würde ich kurz warten. Nicht mehr schießen auf die alte. Super, die fällt um. Das ist gut. Boom. Okay, geil. Du kannst... Wo sind die anderen zwei? Ja, die ist unten drunter. Du kannst deine Gundula nehmen, die nach vorne locken. Und währenddessen gehe ich runter und gebe dem Fleisch. Komm, geh auf deine Gundula, bitte. Fliegst du runter. Und du ziehst die seitlich hin. Flieg mal runter. Also die hängen hier im Fels. Ich verlasse mich jetzt auf dich, ne? Ja, ja, ich ziehe die hier rüber. Ist gut, dass ich mich nicht auf die verlasse. Scheiße, der eine hat sich umgedreht. Das tut mir leid. Du musst die jetzt einfach mal schlagen, dass sie... Ja, der eine ist jetzt im Wasser. Ja, der kommt mir jetzt hinterher. Ich will ja nicht, dass du sterben. Schlag ihn ein, Mann, und flieg auf die Kante. Mach ich, mach ich. Er dreht schon wieder um. Wieso dreht denn der dann immer wieder um, der Sack? Ach, ich mach den jetzt kalt. Ist mir jetzt egal. Ich will den 40er haben. Ah, scheiße. Jetzt hab ich den auch noch angehauen. Den 40er? Mein Gustav, ich brauch Fleisch. Ach. Halt mir den anderen vom Pelz. Ja, ja. Ey, der will aber auch nicht, ne? Also ohne Spaß. Ich hab den gerade voll angegriffen. Der kommt mir nicht hinterher. Du musst tiefer fliegen, nicht so hoch. Geht da hoch. Inventar, hallo? Okay, er hat wieder abgedreht, komplett. Das ist halt schade, weil jetzt kriegen wir halt den 10-Faktor bei ihr. Das war kackt, ne? So, den nächsten machen. Den 22er hier? Ja. Hast du ihn? Oh, oh, oh. Aber der greift den anderen Rex auf jeden Fall nicht an. Ja, warum denn auch? Gibt doch keinen Sinn, dass der ihn angreift. Also kein Grund dafür. Du kannst mit Torpedieren kommen, ne? Es gibt mehr 10-Bonus als Fleisch, verstehe ich nicht. Ich will ihn ja nicht töten, ich will ihn ja haben. Aber das Problem ist, weil ich ihn ja mit dem Agi angegriffen hab, während dem ja bedingstens wird er jetzt seinen 10-Bonus verlieren, ne? Aber guck mal hier. Effektivität noch 64%. Aber ist mir egal. Ich nehm den jetzt so mit. Wo ist denn der andere jetzt denn? Der ist um die Ecke, ne? Was sind denn die Kriegen da? Ist nicht schlimm. Da haben wir zwei Weibchen, wir brauchen schon noch einen Männchen. Ich seh den Scheiß-Dings schon wieder nicht. Alles gut. Oh oh, jetzt ist Beef da. Jetzt haben wir Beef da unten. Ja. Okay, wir können den 22er vergessen. Juhu. Aber der eine, guck mal, der männlich schon Rex da hinten. Ja, weil ich wollte ihn nämlich haben, bevor wir jetzt hier Krisensitzung haben. Wollen wir ihn direkt rüberporten einfach? Nein. Also den, der im Wasser ist, den willst du jetzt noch, ne? Moment, Moment. Ich will den jetzt hier mal erstmal auf nichts, äh, nicht aggressiv stellen. Mhm. Also in dem Fall stelle ich den tatsächlich auf neutral und nicht auf folgen. Weil das Ding ist halt... Ne, pass auf, ich muss den auch da weglocken. Weil wenn wir den anderen dort wieder zähmen... Mhm. Wir haben unseren ersten Rex, Leute. Ja, Mensch. Hör mal, geil. Das ist sehr geil. Ich bin sehr zufrieden. Hat zwar keine gute Tame-Dings, aber ist egal. So. Guck mal, äh, machen wir uns noch ein bisschen Fleisch hier. Aber reicht. Reicht, reicht. Nicht zu viel. So. Hep. Alrighty. Soll ich ihn anfliegen gehen? Meinst du, die Reign streicht? Nein, wir schießen den von hier. Also wenn es klappt. Hat ja einen großen Körper. Das war zu hoch. Das könnte perfekt gewesen sein. Er ist zu weit weg. Dann komm, ich flieg ihn an. Ja, flieg ihn an. Super. Rex, Rex, Hurra. Yeah, auf jeden Fall. Und danke für die Gratulation. Ja. Wir sind am Übern, Leute. Wir... Es wird. Es wird. Es wird. Es wird. Ja, hab ihn. Keine Ahnung. Kollege. Auf jeden Fall ist er ein bisschen angeschossen schon. Können wir ja noch ein bisschen auf die Kante gehen, so? Ich hab nur Schiss. Gehst du mal aus der Schusslinie, bitte? Hoffentlich kann er nicht so... Er dreht ab, ne? Nein, er dreht nicht ab. Alles gut. Alles gut. Okay, in dem Berg, wo stehen, ist eine Höhle und gegenüber ist eine Ruine. Ja, ja, guck mal. Ist gleich an. Alles, alles mit der Ruine. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute, ne? Der ist ja ein schöner Samstag hier. Also, ich hab's jetzt geschafft, dass ich hier diese Dingen festhänge. Wenn ich jetzt noch weiter runtergehe, dann, äh... Ja. Er geht ins Wasser, der Idiot. Oh, oh. Ja, ist gut. Er dreht wieder um. Er braucht nur noch ein paar Pfeile, dann haben wir ihn. Ach. Und ich schieße das Rand vorbei. Bisschen vorhalten. Bumm. Ja. Gustav, komm. Komm mir entgegen. Ne, bleib, bleib da. So. Hier, kriegst du, wir sind... Direksi Nummer zwei. So. Soll ich mal nach, äh, dem Mädel gucken, ob da noch alles gut ist? Ja, was soll denn das haben? Ja, nicht, dass hier irgendjemand rüberkommt und sie angreift, aber ist alles gut. Ach. So, jetzt hätte ich noch gerne den Tech Racks, weil ich den einfach nur geil finde. Okay. Männlich, weiblich. Wir haben jetzt männlich und weiblich. Ja, haben wir. So, er springt ja immer rechts runter, ne? Super. Aber jetzt mal ohne Mist, ne? Ja. Die Felsen hier sind ja schon prädestiniert dafür gemacht, dass man die von hier oben zähmen kann, oder? Ja, glaub ich auch. So, den find ich richtig geil, den da. Er hat zwar ein kleines Level, ist mir aber egal. Äh, bitte nicht hoch. Super. Er versucht aber. So mag ich's. Willst du ein bisschen Platz machen? So. Ja, ja, so treffe ich ihn nämlich. Ja. Ein bisschen Geduld haben. Noch ein Tausie, dann haben wir ihn. Sehr cool. Jeden Haushalt braucht einen guten Roboter, ne? Deswegen brauchen wir den. Pass auf, warte, stoppt. Nicht mehr schießen, nicht mehr schießen. Ja, 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 ja. Der soll uns jetzt nicht im Wasser umfallen. Genau. Bitte nicht im Wasser, bitte nicht im Wasser. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Soll ich ihn anlocken gehen? Nein, der rennt ja sein eigenes Ding. Okay, er liegt im Wasser. Scheiße. Kannst du hier landen? Nein. Shitty. Er liegt auf der Wasseroberfläche, ist okay. Ich weiß gar nicht, ob du es auf Filet willst. Also er verliert auf jeden Fall kein Life. Das heißt, dann wird er so auch es auf jeden Fall schaffen. Okay, ich glaub den 9er Rex hier, den muss ich wegmachen. Ach, lass ihn doch einfach mal. Oder kommt er auf mich zu? Er kam jetzt aufs Wasser zu, ja. Jetzt nicht mehr. Aber den kannst du ruhig knacken. So, ich mach nur den kleinen Garno daus hier. Was wollt ihr? Ernsthaft, glaubt ihr, ihr habt irgendeine Chance gegen mich? Ihr Saber-Tooth. Komm hier. Ihr dreht mal ein paar Kreise. Gleich geht der Kotze, mein schwindeliges Idiot, ne? So, sieht's aus hier. Guck mal hier. Einmal rumdrehen. Hä? Guck mal hier. Und Feierabend hier. Hier gibt's nichts mehr zu merken. Oh, hat der gesehen, wie geil der geflogen ist? Geil, geilen Turn hat der gemacht, ne? Okay. Aber ich denke, mit den zwei Rexen da, da können wir schon was anfangen. Ist das, ist das ein Alpha? Oh. Ist so schade, dass man keine Alphas... Ne, ne, ne. Wir müssen den aber hier weglocken, ne? Komm mal mit, komm mal mit, bitte. Ich komm, ich komm mal. Alpha-Kanotaurus. Krass. Ja, ich will halt nicht, dass der auch unseren Kollegen da geht. Ja, dass der hinten auf die Insel geht, ja. So, jetzt, jetzt kommen sie. Den könnten wir aber mal legen, ne, tatsächlich. Von mir aus gerne. 900 live habe ich noch. Da muss ich ein bisschen aufpassen, aber das sollte gehen. Boah, der hat einfach noch 10.000, ne? Ich weiß, du musst nur ein bisschen rechnen. Dann weißt du, wo du dran bist. Okay. 600. Das ist in der knappen Kiste. Ich hänge fest, ich hänge fest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist nur noch einer. Aber... Ja, die haben diesen Blutungseffekt, ne? Oh, Gundula hat einen Knochenbruch. Oh, was kann man vorkommen? Vielleicht haben wir ja Glück, dass wenn wir nicht tief, also zu tief gehen, dass wir ihn dann treffen können. Wisst ihr das, Schweine? Hör mal, du scheiß Vogel, hau mal ab von mir. Was wir einfach hier randalieren auf dieser Insel, ich schwör's dir. Guck, genau das meinte. Guck, jetzt kann ich ihn angreifen und er kriegt mich nicht... Nicht so tief, nicht so tief, nicht so tief. Ich treffe ihn gar nicht mehr. Aber immer rumfliegen. Jetzt ist er wieder frei. Ich muss mal kurz Ausdauer tanken gehen. Ja, ich muss... Ich muss langsam live tanken gehen. Aber warte mal, der hat doch so viel zu essen dabei. Könnt ihr mal die gute Steaks? Hier, mein Freund. Schmeiß dir mal ein paar Tonnen Fleisch hinter die Zähne. Nein, da geht die live vor allem. Geht doch wieder hoch. Die live. Die live geht dann hoch. Doch, die Teaks können ertrinken. Das ist uns auf unserer Insel, ist das uns tatsächlich passiert, dass ein Teak ins Wasser gefallen ist und der ist ertrunken. Ja. Du weißt dann mit dem einen da, ne? Ja, ja, ich weiß. Dann geh mal mit drauf. Ja, wir kriegen den. Du hast nur ein bisschen mit dem live auf, ne? Ich hab noch einen Tausender. Das hat der nicht mehr. Komm, den schaffen wir jetzt. Der fällt. Pass nur auf, dass du deine Gundula nicht kaputt machst, ne? Ja, ja, Gundula geht's gut. Noch ein Biss. Yes. Uh, Gundula hat ihn gelegt. Yay. Das ist natürlich typisch Frau, ne? Letzten Biss gemacht, weißt du? Sie haben die ganze Arbeit gemacht. Ne, vergiss es. Aber sie hat den Final, Final, aber du darfst gerne looten gehen. Mach du, ich bin eh schon voll. Da kommt gerade wieder so auf dich zu, Moment. Moment. Wo häng ich denn jetzt drin? Hilfe! Ah, ich hab dich gegrabt. Ach, scheiße. Wie hast du das hingekriegt? Ich versuche gerade mal. Ich hab dich, ich wollte greifen. Äh, ja, du hast mich gegriffen. Hä, hä, hä. Oh, super. Pfeif deinen Vogel zurück. Ich versuche so lange alles wegzuhalten. Super. Hast du ihn geplündert? Ne, wollte ich ja gerade machen und dann kam das andere Vieh. Und wo ist es? Das ist doch kein Alpha. Nee, ist ja jetzt despawned so schnell. Ja, es gibt ja eine Tasche normalerweise, ne? Hier steht eine Tasche. Das ist nicht die richtige. Wo lag er denn? Ich weiß das nicht mehr. Ja, an für sich eigentlich hier, wo ich gerade stehe, aber... Ist egal. Ist ja scheiße, ey, Mann. Ja, man muss das im Blick behalten, ne? Meins Nummer zwei. Komm mit. Ja, es tut mir leid. Also ich wollte halt ja nur auch mein Life retten, ne? Alles gut, alles gut. So, jetzt können wir hier mal rüber. Ist aber trotzdem ärgerlich, dass das dann einfach so schnell schon despawned, weil... ...irgendwo eine Tasche rum. Oder hast du sie gelootet? Nee. Achso, pass auf, ich schaff das noch einmal falsch. Äh, reifen, folgen. Hör mal, Taggy. Ist auch schnell vom Begriff. Komm jetzt hier. Wir müssen jetzt mal testen hier. So, pass auf, ich lasse mich jetzt mal angreifen. Na, Hilfe, 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 Hilfe. Und randaliert mal hier, Leute. Schön macht ihr das. So, gefällt mir das. So, pass auf. Da haben wir auch noch ein Opfer. Ich glaub wirklich, dass entweder eins der Viecher den gefressen hat. Das ist nicht schlimm. Da entsteht immer eine Tasche. Und wenn die Tasche gelootet worden ist, dann war es das schon. Dann ist sie leer. So. Kann sein, dass ich es auch gelootet habe. Ja, okay. Boah, das macht Spaß. Also, ich kriege noch ein bisschen Level. Super. Wollten wir nicht in diese Höhle da auch auf dieser Insel noch drauf? Willst du in eine von den gefährlichsten Höhlen überhaupt reingehen? Ja, okay, hast du recht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Weil die ist nicht hier auf der Insel, weil die easy ist, ne? Ja, hast du ja recht. Ich kann mir mal gucken, wo wir uns hier befinden. Da kann ich ja mal ganz genau gucken, für welchen Level das ist. Wir haben... Also, machen wir mal den Scheiß da aus. Das ist ungefähr 10, 80. Was ist denn das für eine Höhle? 10... Ah, hier hab ich 16, 84 ist ne Level 55. Und wir schaffen nicht mal ne Level 25. Okay. Deswegen würde ich mich hier vielleicht ein bisschen ruhiger verhalten. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Aber... Hawk meinte ja noch, dass es hier noch ein Dings gibt. Guck mal, hier ist immer ein schöner Loot Drop, ja. Nehmen den Vogel auseinander, bitte. Und hier soll noch irgendwo... Oh, was ist denn das da? Terrorbird-Sattel. Oh, die Vögel weint ich ja so gar nicht, ne? Das sind wirklich Terroristen, ne? Die Terrorbird. Sind's wirklich, ja. So, was machen unsere Raptoren? Sind's alle tot oder? Rechse. Ja, unsere Rechse. Ah, die buggen hier rum. Komm. Die buggen rum. Eins, zwei. Und der da hinten... Der dritte hängt im Felsen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der das schafft. Ach, ist nicht so schlimm. Wir lassen hier grad mal da rumhängen. Das hier ist in der Ruine. Jaja, hast du gesagt. Ich weiß noch nicht, in welcher Ruine. Weil hier seh ich grad nirgendwo ne Ruine. Ist hier hier Felsen? Ich guck mal. Der Techie murkst sich raus. In der Ruine. Hast du ne Ruine hier irgendwo gesehen? Ja, die ist vorne an. Vorne an. Ich komm dann zu dir. Vorne vor der... Nee, 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 nee. Du warst schon richtig. Hier vorne vor der Insel. Ah, hier. Ja, ist diese, ist diese. Guck mal. Da sind schon wieder neue Rechse gespawnt oder was dann? Boah, das geht aber schnell, ne? Das kann doch... Ja, gut. Ah, guck mal. Da ist sie. Danke. Danke. Da haben wir sie. Zack. Zackalaka bum bum. Ah ja, die Organe. Ja, das ist wichtig, ne? Dass wir wissen, was die Dinos von uns fressen. Ja. Okay. Ich möchte fliegen. Du musst weg. Super. Was haben wir... Ich muss die auch grad kurz aufmachen, ja? Weil ich will auch EP-Bonus haben. Das ist ein Alpha. Wir gönnen uns erstmal den Kleinen. Okay, wir gönnen uns weiter mit zwei. So, einmal gucken, wie gut es dem Gustav geht. Jo, Gustav ist fit. Oh, ein Tech-Raptor. Oh, ein Tech-Raptor. Ein Tech... Ne, stopp, stopp. Hoch, 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 hoch. Das ist ein Tech-Alpha. Oh. Aber der ist fast tot. Den machen wir direkt weg. Ja, Gesundheit ist noch gut. Scheiße, ich bin da abgesprungen. Wir haben den. Wie hab ich das denn hingekriegt? Scheiße, ich bin noch ab... Ja, Wasser und so. Ah, fuck, Wasser, ey. Pfeif dein Vogel zurück. Der will uns uns drauf geben. Ah, das schaffen die nicht. Scheiße. Ich versuch mal, auf den Vogel zu kommen. Warten Fall. Oh, zum Glück haben sie sie gelegt, ne? Oh, jo, ey. Ey, aber die sind nicht imstande zurückzukommen, die Vögel, ne? Wenn die in dem Rausch sind, da sind die in dem Rausch. Ne? Aber es geht bei ihr. Sie hat, äh, eigentlich nur... Ja, Gustav hat noch 700 Live, aber trotzdem. Guck doch einfach rein. Du musst den doch nicht öffnen. Ich muss den... Hä, warum kann ich den nicht... Muss ich den zerlegen? Gustav, komm, mach mal den Job. Oder bist du das hier? Das ist Schrott. Was hat denn der Techie drin? Keine Ahnung, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Hast du aber gehoben, ne? Steht vor dir, die Kiste. Da bleibt... Ach so, der hier? Das war von einem Karnotaurus, das hier. Also der Alpha hier hat nix gedroppt. Das verstehe ich nicht. Ey, ich hab gelootet. Wann hab ich denn gelootet? Aber irgendwas... Ah, was war das ganze Filet hier? Das ist ja schön, dass wir das haben, aber... Wir schmeißen das mal raus, ne? Meine Güte, ey. Das geht mir auch manchmal mit... Aber du hast recht, weil... Wir haben da eine sehr gute Waffe, ne? So eine gelbe. Ja. Das sieht so geil aus. Ja, ich muss hier grad den Scheiß da rauswerfen, weil... Er backt gerade beim Rauswerfen, aber das ist einfach viel zu viel. Das ist ein riesen Haufen schon, ne? Ja, das sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Ja, man macht ja sonst nix in dem. So, stopp. Die Filets willst du behalten? Scheiße, ich hab meine Schuhe rausgeworfen. Das ist das Einzige, was ich nicht mag, wenn man rausschmeißt, dass er dann so die Reihen immer switcht. Scheiße, in die nächste Schuhe rausgeworfen. Und den Fisch rausgeworfen. Oh, du bist doch ein Trottel. Aber ich hab hier neue Sachen. Guck mal hier. Wow. Ist egal. Ignorier mal einfach mal. Ein dezent kleiner Haufen. Wir müssen jetzt... Das ist ein Terrorbird, ne? Ne. Wir müssen irgendwo hier... Oh. Da ist eine Knarre gewesen. Oh. Die nimmst du bitte mit? Ich guck mal, ob ich meine... Oh, den Filet willst du auch noch mitnehmen? Den nimmst du auch mit? Ne. Ich will mal gucken, ob ich die Kamera... Ist dieser Pelagones? Ne, das ist ja so ein Pelikan-Ding, ne? Ja, ich will gar nicht wissen, was er kann oder nicht kann. Ah, hier, hier, Schuhe? Schuhe? Dieser Haufen, in dem du da drin stehst, das sieht so geil aus. Sieht's cool aus. Ja, ist schon witzig. Moment, Moment. Wir brauchen ein kleines Femble. Ja, unbedingt. Bitte. So, Moment. So. Moment, so gefällt's mir besser. So, das ist... Wo ist mein Geschenk? So, pass auf. Es fehlt noch ein Gegenstand. Und dann, das will ich nur mitnehmen? Du kannst aber mit... ...kommen. Der scheiß... Was? Dings hat mein Vogel was geklaut. Ist egal, ich weiß sowieso nicht, was er klaut, also ist mir egal. Irgendwo muss hier noch ein anderes Teil liegen. Oder hab ich jetzt alles? Mal kurz mal gucken. Mach mal hier... Was suchst du denn noch? Meine Rüstung. Deine Rüstung, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vier. Dann fehlen. Die... Ja, ich hab keine Füße. Ah, die sind hier. Nee, ist gut, ich hab alles. Ich hab alles. Hast du alles? Okay. Ja. Weil es fängt jetzt an zu despawnen, glaub ich, ne? Ja, ja. Ist doch nicht schlimm. Dann ist halt weniger da. Dann finden wir auch was. Wir sollten jetzt vielleicht unsere Rexis nach Hause porten. Ja, die leben ja noch, ne? Bist du dir sicher? Immer noch Rexis. Puh, keine Ahnung. Guck mal, hier ist schon wieder ein Alpha-Dings, oder? Das ist ein normaler Rex, oder? Na, Blödsinn. Ach, Agi. Also ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Schriften, die immer so im Bild sind, die sind mega ätzend, ne? Um 1600 noch ein bisschen Stärke. Super. So, da ist unsere 52er. Ja, die müssen auch alle hier irgendwo rumhängen. So. Schön. Schön. Ja, die hängen bestimmt hier hinter dem Felsen irgendwie. Ja, ja, hier hängen sie fest. Sie glitschen hier fest. Aber ich wäre dafür nach Hause, weil... Wo ist denn unsere Tech-Racks? Der ist hier. Super, dann müssen wir es nur alle hier hinkriegen. Super, hier sind sie. Ne, ich schmeiß das Filet weg und so, ne? Das kriegt man doch in Tonnen sowieso wieder neu. Also... Guck mal, ist ein Ei. Das ist nicht befruchtet, oder? Wir nehmen es einfach mal mit. So, Techie. Jetzt fehlt es nur noch der Letzte. Ja, der war doch irgendwo hier vorne. Ja, der war irgendwo da vorne. Wie schnell die einfach mal respawnen hier, ne? Ich habe den Letzten verloren. Ach, da ist er. Ist er. Super, jetzt haben wir es zusammen. Ah, perfekt. Okay, dann lass uns mal porten, ne? So, ich gehe jetzt ganz nah an die ran. Ich frage mich, wenn ich mit diesem Ding da teleporte jetzt, ne? Ob ich dem irgendwie eine Reichweite noch geben kann. Warte, mach mal Close. Halt mal lange gedrückt. Nee, geht auch nicht. Weil es wäre schön, wenn ich dem sagen könnte, wie auf den anderen Teleporter. Hey, mach das mal viel größer. Mitteltaste? Nee, dann macht der gar nichts. Okay, dann müssen wir einfach hoffen, dass er alle portet, ne? Ja, ich denke... Bist du auch nah dabei? Ich stehe direkt neben dir. Okay, ich glaube, er kriegt sie alle mit. Ja, es sind alle da. Wir haben neue Familie, wir haben Zuwachs. Wuhu, wuhu. Alle da, super. Aber die stelle ich direkt mal hier. Irgendwo ins Wasser hier ab, weil... It's a little bit too much, eh? Ich habe eine Idee, was ich mit denen mache. Komm mal mit, komm mal mit. Ah, jetzt hängt die Muti drin. Ist egal, komm. Erstmal... Nach oben, ne? Ja, richtig. Stell dir nach oben. Boah, ey. Was haben wir denn hier? Theradodon. Theradodon. Level 13 gehört uns, wusste ich gar nicht. Naja, es geht ihm gut hier oben scheinbar. So, kommt mal hier hin. Nee, Leute, Leute, Leute. Hier hin. Was ist der da? Das soll ich zum 10 benutzen? Ach, ich nutze das, was ich gerade habe. So, perfekt steht der da, ne? Komm, den lassen wir mal da stehen. Ach, Leute. Ihr seid so hohl in der Birne, ne? Super, komm. Also nicht ihr Chat, ne? Sondern die Dinos. So. Ja? Kriegt das hin? Ja, super. Und noch eine extra Runde, weil es so schön ist. Ah, es hängt... Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich dachte, der würde schon wieder im Jutty rumhängen. Ach, Gundula glitscht im Haus. Danke. Und den letzten. Am stürmen, ja? Internet läuft noch einigermaßen stabil. Also, Leute, wenn das Internet abbricht, ne? Dann liegt es hier bei mir, äh, am Wetter, ne? Das, äh... Wisst ihr ja, der kommt öfters mal vor. Äh, was hat denn der denn jetzt? Ja, Internet ist weg. Der will sich nicht da rausbewegen, der Rex. Hm. Äh, Verhalten, Folgen, Niedrig. Oh, oh. Der Rex hat sich da festgesetzt. Ja, vielleicht müssen wir... Haben wir nicht schon einen Rex-Sattel, doch, ne? Ja, müssen wir mal mitbringen. Ich geh, ich geh mal gucken. Ich geh mal kurz gucken. Vielleicht entbackt er sich jetzt selbst. Gucken wir mal. Nee, die waren, die waren hier vorne. Die Sättel waren hier vorne, ne? Nee, nee, die sind ganz hinten durch. Oh. Hier, Sättel. Warum ist der Schrank... Ah, das war die Fackel. So. Eine Rex-Sattel. Äh, Mammut? Nö. Manta? Nee. Hier haben wir... Bauplan. Den sollten wir vielleicht mal nach vorne legen. Und hier... Iguano. Iguano. Fiumia. Ja. Ein Rex-Sattel. Da haben wir ihn doch. Und dann... Das hier ist auch noch ein Rex-Sattel, ne? Rex-Sattel. Jopp. Nehmen wir auch noch mit. So. Ja, ich hab's gemerkt, dass ich raus bin. Ja. Ich hab grad noch erwähnt, witzigerweise. Oh, wir müssen aufpassen. Äh, weil es... Wir haben gerade wieder... Wie... Äh, ein, zwei. Wir haben grad wieder mega Unwetter hier. Gerade in dem Moment. Und dann hab ich noch grad gesagt, ah, müssen wir gucken, dass... Das Internet, äh, grad gleich weg ist oder so. Und siehe da, schon war es weg. So. Aber, äh, ich hab weitergemacht, Leute. Ich lass uns nicht im Stich. Wir machen hier weiter. So, beruhig du dich jetzt mal eine Runde. So, pass auf. Wir gehen mal auf sein Rücken. Wir müssen gucken, dass wir den Rex hier befreien, Leute, ne? Der hat sich da mal dezent, äh... Ne, they don't. Den bauen wir nicht. In der Baum. So. Jetzt reiten wir offiziell den ersten Rex, für den da mal frei zu baggern. Ja, ja, du bist ein Großer, du bist ein Gro... Ja, super. So. Jetzt drehst du. Du bist so ein Wrack, ne? Also... Super, guck hier. So. Perfekt. Und dann kriegst du noch einen Sattel? Weil, ne? Möchtest du das gehen, so? Da. Ja. Rexattel. Er ist immer so ein bisschen blöd, wenn man rausfliegt, ne? Aber... Was will man machen, Leute, ne? Wir können es ja nicht ändern. So, pass auf. Äh... Verhalten. Paarung aktivieren. Ich guck nochmal, wie du gerade stehst. Die Optionen. Bei Verhalten hätte ich gern auf Passiv. Und bei dir da... Genau das... Pass auf. Ich geh einfach auf den und ich übertrage das Verhalten einfach von dem auf jeden, ne? Super. Können wir auf den hier rüberspringen? Ja. Ja, ich bin da auf dem drauf. Juhu. Hehehe. Sind ich geil. So, ich würde nur mal gucken, ob das sich auf den hier auch überträgt. Paarung. Ja, du kannst da mitspielen, aber... Wer bist denn du überhaupt? Menschen. Ne, du... Wir machen dich mal lieber. Verhalten. Paarung deaktivieren. So. Und ihr zwei? Oh, da kommt das erstes Ei. Schirr schon raus. Sag mal. Das ist ein bisschen früh. Ah, das ist ein Kegelchen. Das ist ein anderes Ei. Sag mal. Hallo. Ich bin schon wieder weg. Ah, so ist das halt. Da können wir nix dran ändern. Aber wir bleiben stolz dabei. Rex. Das haben wir hier. Ein Männchen. Ne. Weibchen. Und das Männchen, ne? Jo, das wird was. Du kannst da sitzen bleiben. Die Kiste habt ihr. Futter habt ihr. Super. Das läuft. Gustavia. Ich könnte den Gustav mal wirklich Gustavia nennen, ne? Hier brauche ich mal wieder ein bisschen mehr Fleisch drin. In der Kiste. Wolkchen. Äh, rohes... Oder einfach nur Fleisch vielleicht. Und dann würde ich das immer machen. Feisch. Fleisch. Und da können wir mal gucken, wo man noch... Ja, das ist gut. Guck mal hier. Den Rex hat noch was drin. Der hat noch was drin. Der hat noch was drin. Agentavis. Die lassen wir. Gundula. Gustav. Die lassen wir auch. W-w-w-w-w-w-w. Hier Wolf. Komm mal hier. Nehmen wir mal 200 raus. Ein Raptor. Hier nehmen wir 300 raus. Vielleicht sollte ich dir noch nicht alles rausnehmen. Sondern vielleicht nur so 400. Und hier so 250. Und hier so 250. Genau. Cool. Super. Naja, ist die Kiste wieder voll. Da können die glücklich sein, ne? Super. Und hier bei den Fruities. Ah, die sind immer gut aus, die Kiste. Da fehlt uns seltenst was. Finde ich gut. Okay. Hier haben wir... Noch Fleisch drin. Das ist gut. Hier haben wir... Was ist denn das? Ein Revolver. Denken wir mal in die Waffen-Dings, ne? Ja, ich mag meine Armbrust. Obwohl höchstwahrscheinlich der Revolver von der Durchschlagskraft besser ist. Waffenschade 115... 116. Äh, schlechter tatsächlich. Aber ich finde ihn cool. Der kommt rein. Die Waffen. Die habe ich eine bessere. Haben ich eine bessere. 140 und die hier ist 142. Ja, okay. Läuft. Das läuft, das läuft, das läuft. Super. Leder. Haben wir noch Platz im Leder-Schrank? Okay. Ne, da passt nichts mehr rein. Ist egal. Oh, putz auf. Da lieg ich jetzt einfach mal in den... Ah, das ist ein zweites Tisch gebaut. Drei Tische hast du gebaut. Okay, okay. Ist gut. Ja, dann... Wir räumen gerade mal schön gemütlich aus, ne? Ja. Moin. Ey, da macht es ja gar keinen Sinn, wo ich irgendwas einräume, ne? Ja. Ja. Das ist eine gute Sache. So, das raus. Die Kacke raus. Eine Leuchtpistole. Ah, jetzt bin ich wieder da in Discord. Okay, sorry. Sarah ist nicht mehr zu hören. Ja, die fliegt dann... Das Problem ist, wenn... Auch wenn sie gegenüber von mir sitzt. Und, ähm... Das Internet fliegt mehrmals hintereinander raus. Ihr kennt ja das Problem bei uns. Kanotaurus-Arm. Sehr schön. Sie fühlt sich lecker an. Und, äh... Da kann es mal passieren, dass sie auch Discord rausfliegt. Warum auch immer. Aber... So, Stoff wollen wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Ja, Mikro ist kaputt. So, Hund. Es ist okay. Es hat nur gedonnert, ne? Aber der findet das trotzdem nicht so toll. Nee, er mag das halt nicht. So, du anziehen. Du, du. Nee, 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 nee. Mach keinen Blödsinn. Du brauchst auch hier nicht die... Die warmen Sachen anzuziehen. Hör mal, da gehst du doch in. Mein Freund. So, pass auf. Das hier, das transferierst du mal einmal schön. Dann ziehen wir uns einmal schnell die Matzele. Einmal Reparation. Und hier machen wir gleich das Gleiche. Oh, ist direkt da. Dann reparier direkt. Super, Leute. Super. Ja. Ist halt blöd, ne? Ein bisschen Regen heute wieder, ne? Und schon ist das Internet wieder am schwanken. Ich bin da, ich bin nicht da. Ich bin da, ich bin nicht da. Da kann man sich auch schon denken, was ist denn hier für den Zirkus los, ne? Aber so ist das halt bei uns. Ihr wisst es ja. Wir können nichts dran ändern. Das ist scheiße. Aber es ist halt so. So, pass auf. Anziehen. Der Schüchüs. Der ist leer. Der Cryo Port. So. Das finde ich geil. Wir haben einen Rexen. Und das Ziel war es, einen Rex zu haben. Genau. Guck mal, da oben stehen sie, Leute. Ich finde das gut. Gustav. Zeig mal dein Inventar. Weil du bist auch so ein Bunkerer, ne? Ei, ei, ei. Komm, das Leder schmeiß ich raus. Oder? Pass auf. Pass auf. Wir gucken mal, was wir hier haben. Äh, Schittin. Leder. Und den Juti. Okay, pass auf. Äh, Tisch. Einmal Wirkchen. Einmal Schittin. Super. Gustav und Gundula. Pams. Super. Moment, dann war es. Äh, was war es denn auch? Ich habe schon wieder vergessen. Äh, der Juti? Kennst du Juti nicht? Juti? Nee, der muss ich dann so rausholen. Und, äh, ich weiß nicht. Also, äh, Moment. Äh, Pelz. Nee, 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 nee. Leder war es, ne? Leder. Der Juti, der Leder. Der Rex hat Leder. Wo ist denn der Gustavo? Guck mal hier, was die Leder haben. Ich pull das mal aus den zwei raus, ne? Ja, lass mal Leder. Ich pull das gerade alles in den Schrank gerne. Ja, ich hatte das mal aus Gustav und Gundula rausgezogen. Ja, ist perfekt. Ich habe es alles hier in den Schrank reingepullt. So. Ja, mal, der braucht nie wieder was zu essen. Pass auf, die Dinger, die kann ich ja rausschmeißen. Die sind ja nichts wert, ne? Also, wäsch. Brauche ich noch. Wäsch, 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 wäsch. Wäsch die Wäsche. So sieht es aus. Äh, nee, die transferieren wir. Die fliegt raus, die fliegt raus. Und die Sachen, die fliegen auch raus, ne? Weil, das brauchen wir nicht mehr. So. Die Bärche brauchen wir auch nicht. Weg da. Die brauchen wir auch nicht. 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 Das Metall würde ich reinnehmen. Und die lassen wir drin. Ja, die, das schaffen wir nicht. Und du noch raus. Wie sieht es aus? Kann ich mich noch bewegen? Ich kann mich noch bewegen. Und ich hätte gern noch ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Da bin ich immer noch ein Freund davon, ne? Weil ich kann doch nicht vor jedem Tier fliehen. Wäre Johnny können, aber ist ja egal. So, pass auf. Ich musste gerne hier das da reinballern. Dann mal kurz hier hin. Das, ne, ne, ne. Wo ist das Eisen? Ich hatte doch gerade noch Hoheisen hier. Ah, ne. Ich hab das, ich hab mich verguckt. Das ist der Balliste. Die Ute Balliste. Okay, okay. Cool, 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 cool. Dann lege ich immer in den Schrank, weil... Brauche ich ja eh nicht. Dann eben nur schnell hier hin. Was machst du? Bleib da drin. Du musst das transferieren. Das geht nicht. Die geht auf jeden Fall. Die geht und die wird auch nicht geht. Dann schmeißen wir die und die raus. Das brauchen wir auch gerade nicht mehr. Und den Juti gehen wir um die Werkbank legen, ne? Also in den Tisch hier. Der Juti. Super. Aber alles da drin. So. Geht das ein noch rein? Okay. Die Tina. Nein, du hast zu viel Angst. Warum ist das denn nur ein Spiel? Ja, ey, ey, da gebe ich dir recht. Deswegen habe ich das Spiel auch, bevor ich das angefangen habe zu streamen, erstmal entspannt angefangen, mich einfach nur hinzusetzen. Drei, vier Stunden lang. Wirklich, ich habe so lange gebraucht, für das Wissen hinzukriegen. Das müssen wir auch schnell mal holen. Wie lange braucht ihr, bis ihr wieder paaren könnt? Sieben Minuten. Okay, das ist stimmt. Das ist ja auch mega schnell eingestellt. So, pass auf. Wir werden unseren ersten Haus Racks machen. Und, ah, wisst ihr was, Leute? Wir zähmen jetzt ein bisschen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Wir machen jetzt hier Rambazamba. Im großen Stil. Hast du den Eierschrank noch stehen lassen? Der Eierschrank steht vorne links neben der Feuerstelle. Hier da, an der Feuerstelle, genau. Okay, okay. Pass auf. Wir entspannen das ein bisschen. Was ich aber noch sagen wollte. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt. Und ich dachte mir einfach so. Boah, ist das ein Ei. Ja, es brütet aus. Das ist super geil. Ah, die Hatchery wollte ich noch in Betrieb nehmen. Aber das werden wir auch schon wieder nicht hinkriegen. Außer, ihr könnt mir sagen, die Profis hier, äh, Nachwuchs ist es ja. Wo kriege ich seltene Blume und seltener Pilz, seltener, seltener Pilz, ja. Super. Schweres Deutsch, ne? Yeah. Seltener Pilz haben wir zwar noch, glaube ich. Ne, ne, Moment. Ähm, in wie? Und dann welchen? Seltene Blume haben wir ein paar und seltene... Ne, Pilzer. Im Schrank. Sollen wir uns die... Also, ich pull die mir mal alle. Und die seltene Blume pull ich mir auch mal alle. Weil, dann könnte man die Hatchery mal viel, viel leicht in Betrieb nehmen. Und dann bräuchte ich noch... Hier, Zündpulver, ne? Das war's ja. So. Nimmst du dir mal ein bisschen mit. Ein bisschen viel, ne? Nicht übertreiben mit dem Gewicht, ein bisschen aufpassen. Ah, ich, ich, Idiot. Ich kann's doch viel einfacher machen, ne? Moment, Leute. Moment. Er hat wieder Startschwierigkeiten. So, äh, herstellen. Genau. Nachwuchs. Da. Äh, dann hätte ich gern einfach mal 20 Stück davon. Wenn, wenn das geht, ne? So, pull das mal runter. Müsstest du... Okay, Öl fehlt ihm. Aber ich kann mal eine herstellen. Das heißt, wir sollten Öl holen gehen. Okay, das sollten wir aber hinkriegen. Ganz allein ohne die Sarah. Weil die will ja hier ein bisschen... Rambat Zamba. Genau. Da ist ja ein bisschen Platz dabei. Unser Gizmo hier draus. Und wo steht denn der? Easy. Pass auf. Äh. Ich bereue es. Aber ist nicht schlimm. Pass auf. Wir machen jetzt so. Äh. Wir nennen dich jetzt Gustavina. Okay. So. Das ist die Gustavina. So, das ist... Vielleicht verstehen wir uns jetzt besser, ne? Pilze kommen zu teilweise beim Abbau von Kristallen. Ah, okay. Zugucken geht. Ja, also. Pass auf, was ich noch sagen wollte. Ich hab mich dazu tatsächlich mal so vier, fünf Stunden hingesetzt. Und hab mich einfach durch dieses Menü hier geklickt. Weil allein schon das erste Mal, als ich da drauf geklickt hatte. Was ist denn das hier? Wie, wie? Die pfeifen alle Folge, pfeifen ein Erfolg, pfeife alle anhalten. Da dachte ich, was ist denn hier los, ne? Ich hatte keine Ahnung. Und Ark hat wirklich viele Knöpfe. Aber, wenn man dann am Anfang so restrict auf das Minimum und einfach ein bisschen rumrennt, so eine Axt macht, ein bisschen klopft, man steht am Baum, man weiß nicht mehr, worum es geht. Und man macht wirklich... Ah, ich wollte den Kleinen hier noch deaktivieren, ne? Stimmt. Passive Heilung. E. Nein. Wie war das nochmal? Zum Reiten sammeln. Halten für mehr Optionen. Ja. Öffnen. Befehls. Ne, da. Deaktivieren. Danke. Keine passive Heilung. Keine passive Heilung. Keine... Ich find das immer so geil, wenn die groß werden. Komm, bewege dich mal raus. Und direkt stehen bleiben. So, die Wölfe sind hier schon gemütlich. Die anderen brüten hier irgendwas aus. Ich weiß es nicht. Die Raptoren sind hier. Nehmen wir kurz mal die Eier mit. Ach. Moment, da war mal ein farbiges Raptor dabei. Och, das ist aber schade. Das hätte ich gern... Das waren sogar Zwillinge. Und wir haben die nicht gekriegt. Leute, ihr müsst doch eure Kinder selbst ein bisschen versorgen. Aber recht, es sind ja Eierkinder. Die versorgen sich selbst. Hier steht noch einer. Wow. Was ist das denn hier? Was denn? Tyrannosaurus-Ei. Das ist ja riesig. Ja, ja, ja. Musst du stehen lassen. Boah. Was ein Lappen, ey. Moment. Bam. Badam, bam, bam, badam, bam. Fleisch. Fleisch bräuchte ich ein bisschen. Fleisch. Rose. Fleisch. Äh. 2000 Stück. Wir nehmen uns mal 200. Pull. Thank you. Vector. Inwie. Und. Nein, falsche Taste. So wie zum Thema, ne? Zu blöd. Hör mal. Gehst du jetzt da in das Inventar rein? Danke. So, 40 Stück müssen reichen, ne? Kriegst keine Zuwendung und nix, ne? Ab jetzt heiße Selbstversorgung. Das ist das bei uns. Okay. Ähm. Ja, hier bei den Dinger werden auch wieder irgendwas gestorben. Aber die stehen jetzt zu weit auseinander, ne? Wir müssen hier mal gucken, dass wir wunderschöne Gehege zusammenkriegen. Aber guck mal, wie geil die oben da rausgucken. Entweder legt die gerade ein Ei oder hat gekackt. Ah ja, wir wollen es nicht rausfinden. Einmal knuscheln. Super. Und jetzt gucken wir uns mal das Ei hier an. Boah, ich schwöre euch, Leute. Wenn es da ins Restaurant gehen würde, sollen wir sagen, ich hätte gerne ein Ei, bitte. Und du kriegst so ein Ei hingestellt. Hahaha. Äh. Was soll ich denn schenken? Eine Aberration Raptoren schenken? Was ist denn eine Aberration? Ich weiß nicht, was er da ist. Komm, stell dich hier mal zum Brotkasten. Hallo? Nee, nee. Du musst... Aberration vom Englischen her. Ich meine, das ist eine andere Karte, ja. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin auf Noob-Level, ne? Ich komm mit den Tasten klar und ich weiß, wie man Dinos zähmt. Aber für den Rest läuft das nicht hier. So, Freund. Du bist grad noch allein. Du kriegst gleich einen großen Bruder. Aber warte. Ah, und meine Waffe ist noch kaputt von vorhin, ne? So, und das hier verstehe ich mit den Knöpfen. Das reicht mir aus. Viel mehr brauche ich doch tatsächlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und? Ja, sieht das schon wieder viel besser hier aus, ne? So, Eichle hier, ne? 71, ja, das läuft. Pass auf. Darf ich mal in den Schrank, wenn es geht? Nein. Okay, dann schmeiße ich dich hier aus. Mh, 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 mh. Ja, da liegst du auch besser. Ja, tickst noch runter. Ach ja, ja, ja. Ob ich das jetzt machen soll, weiß ich nicht. Nee, bevor wir diese Eier jetzt alle rausschmeißen und nicht hier mega Terror kriegen. Guck mal. Ey, passt du ein bisschen auf das Ei auf, bitte? Wo bist du? Da in der Ecke. Ja, also es tickt runter, aber es hat ja noch ein bisschen. Ich muss Öl holen gehen. Das ist Tawina. Ja, ich passe da auf. Ah, ich kann doch einfach mit dem, mit dem Kollege doch hier. Ich muss ja nicht mehr auf den Teleporter fliegen. Stimmt. Äh, Juti. Na, da geht's einmal hin. Wir lassen's alle hier, ne? Oldakie. Telefon. Ne. Ah, das ist das da. Immer. Ja, damit kommt der nicht so gut klar. So, pass auf. Hier haben wir ja Öl. Und das haben wir ja mittlerweile, weil wir uns recherchiert haben, haben wir rausgefunden. Oh, ich sollte, statt Öl so zu ernten, sollte ich doch den, den... Ah, ist egal. Ich mach's jetzt so. Du bist überladen. Wie immer. Stein raus. Guck mal, seltener... Also hier hab ich halt den Dings. 37 Öl. Okay. Kriegen wir hin, Leute. Du verhungerst. Ja, hier. Und ich sollte mir vielleicht auch die richtige Rüstung anziehen. Ich will nur mal gucken, ob die Pickaxe die bessere Wahl ist. Ja, definitiv. Muss man ja mal so ein bisschen rausfinden, ne? So, wieder die Hälfte rauswerfen. Ähm. Wo? Und dem Vogel es geben. Ah, nicht rausschmeißen. Aber es geht ja hier nur darum, einfach ein bisschen eine Runde zu zocken. Weil wir wirst ein bisschen Spaß haben und so. Das Filet kannst du mal da hinpacken. Die Pilze, das kannst du da hinpacken. Und den Rest will ich behalten. Da muss ich ja nicht wie ein Megaprofi das hier machen. Ich verglaube sowieso nicht, dass wir sehen, was ich hinkriegen kann. Komm mit. Das ist keine gute Idee, hier so ganz alleine rumzurennen. Der ist schon gemacht. Gussi? Wo gehst du hin? Ich will mal was gucken. Verhalten. Ich kenne den mal lieber auf aggressiv, ne? Aber vor allem eher auch noch auf dein Ziel angreifen. Weil wenn ich hier angegriffen werde, bin ich froh. Hä? Ah, okay. Ja, ja, ich verstehe. Man muss im Fels stehen, damit man ihn abbauen kann. Das macht voll Sinn. So, Steine wieder raus. Und das Öl tragen wir schnell. Und die Steine hier rumputzen. Aber guck mal, damit haben wir doch mehr als genug schon. Pass auf. Das machen wir mal so. Neun. Also die Null. Irgendes Speedhelm. Boah, das mit der Fernbedienung. Das ist geil. Das ist geil. Gefällt mir richtig gut. Bleiben sie leer. So, und was hat uns jetzt noch gefehlt? Also ein bisschen, was können wir jetzt herstellen, ne? So. Okay. Herstellen. Äh. Nachwuchs. Super. Kann ich nicht einfach hier so sagen, hey. Oh, guck mal, da geht das tatsächlich. 20 herstellen. Kann ich nochmal 20 herstellen? Einen herstellen. Nochmal 20 herstellen. Einen herstellen. Aber warum? Stelle Menge. Dann kann ich nicht einfach. Einen. Einen geben. Ist okay. Wir müssen uns geduldet. Aber wir haben jetzt die ersten Leute. Seltsame Blumen. Weiß immer noch nicht, wo wir die herkriegen. Aber ist egal. Moment. Statt, dass die Sternen... Pilze, Abbau von Kristallen. Aber die seltene Blumen. Das ist die Frage. Das ist die 100.000 Euro Frage. Wir gucken mal nach unserem Ei. Das dampft aber schon. Das wäre eher ein hartgekochtes Ei als irgendwas anderes, ne? Haben wir es burnt? Es ist ein burning Ei. Komm, egal. Wir betreiben die Hatchery jetzt mal. Pass auf. Ich will aber erst mal gucken. Was ist dann... ...sein Umfeld? Äh, genau. Show Range. Oh, jo. Guck mal. Das ist eine riesen Kuppel. Da ist ja alles drin. Sag mal. Das ist ja ganz arg drin. Okay, okay. Hidden Range. Okay. Und dann... Das ist ja nur der Kollektor, das hier, ne? Genau. Ich muss die Nanny machen, ne? Oh, ich weiß nicht, wo ich die herstellen kann. Den Gartner? Moment, Leute. Technische Probleme. Also, kann ich nicht einfach nach S... ...Plus suchen? Oh, guck mal. Hier, das geht. Ich weiß, dass ich das noch gar nicht gelernt habe. Item Collector? Ne? Oder ist das nicht hier drin? Doch, das müsste doch hier drin. Ah, ah, Nanny mit A geschrieben. Ach, Idiot. Okay, okay. Nanny, da ist sie. Menschliches H 50. Leder, das hätten wir. Metallbarren hätten wir. Das Zement hätten wir auch. Das heißt, wir brauchen jetzt ne... ...ne Schere, ne? Hattest du schon mal ne Schere? Ich? Ne, ich hatte noch keine Schere bisher. Können wir hier mal Ordnerstrukturen... Was machst du? Ordnerstrukturen machen? Herstellung. Ah, das sind die Dinge. Sonstiges. Mhm. Laffen, Steine, Strukturen, Landwirtschaft. Ja, da bestimmt nicht drin, ne? Kochen, Holz... Aha, das muss bestimmt... Geht das auf der Dings? Da haben wir sie doch. Eine herstellen? Jo. Herstellen. Hab ich noch nie gemacht, Leute, ne? Ich geh jetzt nur von den Theorien aus, wie sowas funktionieren könnte. So. So, dann ziehst du mal den Hut ab. Dann wollen wir hier mal sehen, was los ist, ne? Wenn du da Haare schneiden willst, musst du das doch richtig machen. So, und dann einfach... ...auf den Kopf ziehen. Nein. Hm... Hier rechtsklick. Ausrüsten. Ah, okay, Moment. Jetzt einfach mal da drauf. Okay. Null. Warte, guck uns mal an hier. Junge. Mach mal null. Aha. Okay, ein- und auspacken. Okay, okay. Geh halten für Optionen. Abreißen, Struktur. Kann ich hier nicht irgendwie... Oh, was hab ich gemacht? Ah, geil! Das ist ein anderes Menü. Oh, sogar ein Bad kann ich stützen. Haarlänge. Oh. Aber da ich 50 Haar brauche, mach mal viel. Und Bart? Komm, wir gehen wieder in die Natur zurück, ne? Annehmen. Guck mal hier. Zack, 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 zack. Jetzt sieht der wieder Jude aus. Guck mal hier. Frisch rasiert. Guck mal, siehst du aus wie ein Mensch. Du Höhlenmensch hier. Super. Jetzt hoffe ich nur, dass ich die Haare alle bekommen habe. Also, ja, schon, aber nur 30. Darf ich dir die Haare schneiden? Du mir? Ja. Oh, wie er mich anpiekst mit der Schere. Ja, das geht leider nicht. Du musst dir selbst die Haare schneiden. Moment. Ah, schade. Ja, hier. Hopp. Weil du kriegst eben 30 Haare, wenn du alles wegmachst. Also, du musst alles wegmachen. Also, ich muss die in die Hand nehmen, oder was? Ja, dann rechtsklick. Also, du musst erst in den Inventarslot. Rechtsklick. Und dann gibt es so ein extra Menü auf. Ein extra Menü auf. Genau. Und dann machst du alles radikal weg. Inklusive Bart. Du hast keinen. Aber ja, und dann schnippelst du los. Musst du unten auf annehmen oder übernehmen. Ja, genau. Okay. Und dann guckst du in deinem Inventar. Da hast du jetzt Haare drin. Und die gibst du mir. Ja, Sekunde, Sekunde. Ja, jetzt habe ich eine schicke Kurzhaarfrisur. Ja. Sieht man nicht. Du hast einen Helm auf. Ja, ich weiß. Und die Schere noch, bitte. Guck, so sieht es aus. Du sollst dir eine Glatze schneiden. Nee, ich will keine Glatze. Ich brauche aber die Haare. Das ist das Problem. Jetzt habe ich 40. Ich brauche 50. Dann gehe ich eben gucken. Okay, dann komm her, komm her, komm her. Ich schneide sie ab. Du willst ja nicht. Guck mal, vielleicht kriege ich ja von einem Tier irgendwo ein Haar. Komm, wir probieren mal hier. Nee, ist wieder so Standardfriseur. Das geht nicht, oder? Ich glaube, die Schnubbels, also mal kurz intern für uns, die müssen noch was zu futtern kriegen, gell? Ja, die sollen noch was zu essen kriegen. Hey, Happy meckert mich gerade an. Ja, dann warte. Schneid noch deine Haare jetzt ab, bitte. Ja, gerne, gerne. Komm her. Du wolltest ja nicht. Ja, ich habe doch gesagt, da nicht mach das. Ich wusste ja nicht, dass du die, dass du tatsächlich exakt da was brauchst. Ja, 50 Stück, sonst kannst du die Nanny nicht herstellen. Ja, dann komm her. Ja, hast schon. Die liegen auf dem Boden. Hä, ich sehe sie nicht. Ach, da, jetzt. War ja 50, ne? Ja, 50. Sie wachsen ja schnell wieder nach. Oh, das kamen wir in den nächsten Racks, Leute. Danke. Gerne. Jetzt bist du kahl, ne? Ja, ja, jetzt habe ich kahlschnitt gemacht. Ja, wächst ja alles wieder nach. So, wir haben genau 50 Stück. Sehr geil. Äh, Nanny. So, einmal. Um. Die Lederfehl, Metallbarren fehlen. Das ist ja Blödsinn. Musst du aus der Forge rausholen. Ist auf jeden Fall da. Not enough inventory space. Okay, mein Problem. Äh, mein Fehler. Äh, ähm. Du, ich, äh, ich fütter gerade mal die Schnubbels, okay? Ja. Ich will nämlich das ganze Öl jetzt nicht verballern. Aber das, die müsste reichen. Reichen. So. Die Nanny. Einmal auswählen. Einmal, ah, guck mal. Guck mal. Einmal herstellen. Oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich wirklich gespannt. So, die hätten wir jetzt. Da ist sie. Die gute Dame. Wir stellen die aber für vorne ins Haus, ne? So, mal hier an den Tisch. Kann das ein Tisch sein? Inventar öffnen. Das ist ein Tisch. Aber ich glaube, hier wäre so eine gute Range für sich hin zu platzieren, ne? Man darf nicht davon ausgehen, dass das ein Mensch ist, Leute, ne? Das ist, keine Ahnung, ein Wesen. Und dann nach vorne gucken. Das ist super. Okay. So, und ihr muss nicht, soweit ich weiß, alles da reinpacken, was die braucht, ne? Das heißt, sie fängt an, sobald sie die Sachen hat. Also, die hätte ich gerne da rein. Das Fleisch kriegst du. Ah, ich könnte dir das direkt einfach so mal machen. Moment. Äh, Fleisch. Also, das ist jetzt meine Theorie, ne? Man kriegt's mal so 500 Fleisch. Super. Äh. Mal ein paar Bieren. Genau, auch 200. Weiß ja nicht, was alles so will, ne? Und was ich genau auch tatsächlich brauche. Vielleicht macht sie das... Also, ja. Genau, Benzin brauchst du bestimmt nicht. Besteht die da... Ne? Meubären? Ja, Entschuldigung, stimmt so schnell. So. Ne, dass die schön hier die Dinos, ähm, prägen kann. Weil ich, ich bin zu blöd dafür. Die glaube ich jetzt nicht. Tintobeere, könnte ich mir doch vorstellen, dass sie die wollen. So, und dann muss ich... Wo ist denn dieses... Ah, da, Nachwuchsdinger. Fass, wir machen nur die Hälfte. Spalten, halbieren. So. Und damit rennt die jetzt irgendwann los, oder was? Ich weiß gar nicht, ob die sich bewegt, oder so, ne? Was steht da? Ohne Energie. Du hast gerade Energie gekriegt. Oder hab ich das falsch verstanden? So, bin zurück. Was futtert die denn? Ja, normalerweise... Soweit ich weiß, kriegt die auch Nachwuchsdinger. Und dann legt die los. Hm. Aber will nicht. Vielleicht musst du erst mal ein Baby haben. Den haben wir da. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist ja gerade nichts zu tun. Ja, das denke ich mir auch gerade. Also pass auf, die hat auch keine Energie. Aber die wird jetzt Energie kriegen, sobald die... Ach, guck mal, die kann ich aktivieren. So, und jetzt rennt der dann irgendwann los und sammelt dann die Eier, ne? Wie ohne Energie. Ich verstehe das nicht. Er fängt doch... Guck mal, er sammelt doch schon. Was sagst du denn ohne Energie? Er rennt doch. Ah, es kann auch sein, dass die Tentie hier erst loslegt, wenn hier wieder was... Wo ist der Raptor? Äh, wo ist der Kollege hin? Hat die ihn jetzt geklaut? Ach, nee. Jetzt hat er ihn geklaut, ne? Pass auf, Inventar öffnen. Jetzt ist das Ei hier drin, ne? Brutdauer zwei Sekunde noch. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ach, guck mal, die haben jetzt ein Ei drauf. Könnt ihr jetzt schneller brüten? Wir haben überall ein Ei drauf. Du hast ein Ei drauf. Was ist auch ein Ei? Nee, du hast kein Ei. Du bist ja kein Mensch. Das klingt ein bisschen blöd. So, pass auf. Jetzt müssen wir hier, wenn das Ei bei eins ist... So, das können wir jetzt nehmen, ne? Genau, und das legen wir jetzt auf den Boden. Und das brütet dann instant aus, ne? Scheiben nicht. Moment, wir stellen es nochmal kurz rein. Wer kriegt's hin? Vielleicht war ich auch noch ein bisschen zu früh. Ein Prozent. Vielleicht kann der auf 0,1 runtergehen mit der Hatchery. Weiß ich nicht, ne? Muss mal bei einem Baby gucken. Ach so. Ja, kann halt sein, dass die tatsächlich da läuft. Gucke mal. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Wir lassen ihn einfach mal stehen. Weil die müsste den ja... Ja, auch prägen, ne? Ich will jetzt nix drücken. Aber auf der anderen Seite will ich den auch nicht verlieren. Guck mal. Du hast einen Job da. Verstehst du? Disable Imprint. Nee. Showrange. Die größten... Ja, die ist auch groß genug. Die liegt drin. Was ist denn Entsperren? Nanny unverschlossen. Eigentümer? Ach so, dass keiner drauf zugreifen kann. Ich würde ihn aber jetzt trotzdem mal einfach übernehmen, weil ich ihn nicht verlieren will. Dann müssen wir das mit der Nanny noch gucken. Vielleicht hat ja einer die Möglichkeit, gerade mal kurz im Internet zu gucken. Ach so. Die Nanny von Espanse wird mit Honig betrieben. Mit Honig betrieben. Das war's. Mit Honig. Oh je. Deswegen danke dir. Und erst mal Hallöchen. Ah, ja, ja. Kann Obst oder Gemüse oder Fleisch oder Fisch reinlegen. Je nach Dino. Halt und aktivieren. Dann hast du deine Ruhe. Ja, ja, genau. Ich hab ja schon... Ah, hier alles rein. Okay, ich dachte, die brauchen auch Nachwuchsgänger. Da war das ein Fehler meinerseits. Ist aber nicht so schlimm. Honig haben wir aber in keinster Weise. Das ist das Problem. Aber... Oh, das Dinoleinchen. Der Rexy. Mini-Rexxy. So süß. Das wirkt süß, ne? Braucht Zuwendung. In 20 Minuten. Pass auf. Jetzt gehen wir mal hin. Ich will das jetzt gerne rausfinden. Wir nehmen jetzt mal alle Eier mit. Also ich guck mal, was ich in das Inventar reinkriege. Da wird jetzt viel dabei rumkommen. Das sind andere Eier. Ach so, klar. Ich hab nicht ausgepasst, Leute. Tut mir leid. Anfängerfehler. 400. Das ist ein bisschen viel. Ähm... Zurücklegen. Ja, da kann ich mich wieder bewegen. Zwar nur langsam, aber lieber langsam wie gar nichts. Ja. Ja, wenn die keine Energie hat... Hör mal, wir könnten doch einen Generator an sie anschließen, ne? Äh... Ja, Generator haben wir auch schon. Ja, dann lass uns den doch mal bauen. Dann kriegt die einfach Strom in den Poppes. Und dann läuft die auch. Ich packe die einfach mal alle hier rein. Ich hoffe, dass das so funktioniert, ne? Wie ich mir das ausdenke hier, ne? Das ist das erste Mal, dass ich damit rumspiele, ne, Leute? Ich muss da verzeihen, wenn es falsch ist. Aber ich denke mal schon, ob der die jetzt collectet oder ich die aus dem Schrank rausnehme und dann da hinpacke. Spielt ja dann auch keine Rolle. Ernsthaft? Muss ich jetzt nochmal laufen? Okay, Generator habe ich. Wo willst du denn hinhaben? Ja, draußen. Ich weiß halt nicht, wie die Reichweite von... Also, noch was Neues, das wir nicht kennen. Ich weiß halt nicht, wie nah der Nanny dran stehen muss. Aber setz ihn doch einfach mal hier links auf die Terrasse oder zwischen Hatchery und Nanny. Setz ihn da hin. Genau. Okay, warte. Ich gucke mal, ob er da hinpasst. Ja, weil die Hatchery kann ja auch mit Strom laufen. Da ist der Dodo ein bisschen unter Spannung. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, pass auf. Okay, Generator steht, warte. Und da muss ja Benzin rein. Den hast du ja schon gemacht, ne? Liegen 200 Benzin drin? Und wie ich sehen, läuft der. Okay, dann müssen wir ein bisschen warten. So, die Frage ist jetzt... Sie sagt immer noch ohne Energie. Ja, ja, aber wir müssen doch Wire machen oder so, ne? Jo. Geht das mit Kabel? Nee. Wie schreibt man Wire? W-I-E-R. Ja, genau. Kann der... Nee, kann der auch nicht. Ah, globaler Chat bitte. Aus. Vielleicht muss ich die hier machen. Nein. Äh. Bop, 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 bop. Doch, F ist doch richtig. So, Navigation Richtung. Sonstiges. Strukturzettel, Waffeln, Metall. Also, ich würde das unter Sonstiges suchen. Nee, ist nicht so. Oder kann ich einfach unter Elektro... Nee, geht auch nicht. Hm. Oder müssen wir... Ah, ich glaube, das müssen wir hier oben auf der Dings bauen, ne? Die ganzen Kabel. Sattelwaffelrüstung. Elektrik. Ja, hier haben wir es. Guck mal, hier sind sie doch. Flexibel Stromkabel. Gibt es da nicht noch mehr davon? Moment. Kabel. Äh, warum? Schräge Stromkabel, gerade Stromkabel. Ja, ich möchte die Stromgenerator. Aber warum sehe ich die hier nicht drin? Ah, da sind sie. Aber das macht doch keinen Sinn, ne? Guck mal, hier ist nur einer. Das macht doch keinen Sinn. Und wenn ich Kabel eingebe und das so mache, dann treten sie alle. Verstehe ich nicht. Ist aber egal. So. Ein gerader Stromkabel. Davon würde ich einfach mal sagen, wir machen da mal zwei. Einen nach links, einen nach rechts. Ne, nicht alle. Ne, du musst noch ziehen. Ziehen. So. Inventuer können alle... Ja, warum erstellst du sie denn nicht? Ah, einschalten. Anfängerfehler. Ne, ne, ne. Nur zwei. Oh, ich hab noch nicht damit gearbeitet. Jetzt kommt so wirklich ein Neuland. So komplett, ne? Ist voll überfordernd. Aber wir kriegen es hin. So, wir hatten zwei Kabel. Schalt mal wieder aus. Vielleicht auch rausnehmen. Da. Ja, ich weiß nur, man kann die auch irgendwie... Was ist das denn? Komm, komm mal mit. Komm. Du kommst mal ein bisschen raus in die Sonne, ne? Dass du direkt dich mal ein bisschen an die Sonne gewöhnst. Komm, Rex. Weil wenn du mit deinem Haus wächst, dann haben wir ein Problem mit dem Haus, ne? Ah je. Er versteht schon nicht mehr, wo er hingehen soll. Er will direkt die Treppe hoch. Also, da müssen wir mal drüber sprechen. Du kannst auch hier bleiben, aber... Sag mal so... Komm, folg mir einfach. Das ist besser. Jetzt hängt der da, ne? Okay, da müssen wir sehr niedrig machen. Weil der darf nicht da drin wachsen. Das geht nicht. Ja, 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 ja. Okay, okay. Langsam. Langsam. Komm mal. Guck dich schon mal an. Ah je. Er randaliert. Ah je. Über alle Schränke gehen hier rüber. Ist egal. Wir sagen einfach, das ist normal, ne? Bist du mich grad verarschen? Jetzt sag mir nicht, dass ich die Treppe da abbauen muss, damit du rauskommst. Komm jetzt hier hin. Wir müssen nirgends wahrscheinlich die Treppe abbauen. Soll ich's machen? Ja, warte. Ne, geht, 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 geht. Ne, ne, das Schwerste kommt erst. Geh mal weg. So. Ich versuch ihn mal hier in die Ecke zu ziehen. Ja, er kommt nicht an der Treppe vorbei. Läuft. Okay, jetzt packt er da oben. Mhm. Ja, jetzt, jetzt, jetzt ein bisschen. Oh, Gott sei Dank. Oh, der passt noch grad so durch die Tür, ne? Guck mal hier. Hier, dein neuer Bruder, Schwester, ich weiß nicht, was das ist. Egal. So, stopp. Stopp, stopp, stopp. Hast schon alles gefressen? Noch nicht. Das ist immer gut. Du möchtest gerne normaler Kibbel. Na, normales Kibbel. Habe ich nicht. So, wie, wie funktioniert das jetzt hier? Dann nehme ich mir mal die Kabel. Das sieht gut aus. Reicht das für die Nanny? Ohne Energy. Ohne Energy. Der zeigt mir nicht, dass ich da eine Steckdose ranbasteln muss. Nicht aufheben. Hm. Okay, okay. Ähm, die ist sehr laut. Die sollte man vielleicht hinten in die Ecke stellen. Aber irgendwie verstehe ich nicht, wie sie funktioniert. Ich würde sagen, die brauchen noch eine Steckdose oder so. Äh. Steckdose hier, ne? Steckdose. Okay. Hätte ich auch gern zwei. Einschalten. Herstellen. Okay. Ey, keine Ahnung, ne? Hm. Eine Stehlampe. So, die nehme ich mir mal wieder rüber. Das Ding ist, ich sehe jetzt auch nichts, ne? Aber, ich denke mir mal, so von der Theorie her, müsste der doch einfach jetzt sagen, hey, da ist eine Steckdose, da ist ein Kabel. Habe es nicht rausgenommen, ne? Ne. Nochmal, Leute. Nochmal von vorne. Alles auf Start. Er hat einen Start verpennt. So, nimm die bitte raus. Danke. Boah, und die 20.000 Eier, die dort so blinken. Also, ich bin froh, wenn wir die Dino nach oben versetzen, weil dann sehen wir die nicht mehr. Weil auch der Generator, der ist mir viel zu laut hier unten. Aber ist okay. Ja, der ist schon heftig, ja. Ist er wirklich. Gerade mal für auszutesten, wie es funktioniert, ist es okay. So, E. Hä? Ich verstehe das gar nicht. Aber guck mal, da knallt die dran. Ach doch, guck mal, unter den Dings ist sie. Oh, 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 oh. Die Steckdose ist platziert. Aber ohne Energie. Betriebsbereit. Aktivieren. Uh. Also, mit ihr hat es funktioniert, mit der Steckdose. Cool. Dann, äh, mach jetzt deinen Job. Nur, nur hier kannst du es nicht machen, ne? Weil der will ja Kibbel haben. Und Kibbel haben wir ja nicht. Das heißt, ne? Wie wir es ja gewohnt sind, die, die was Spezielles wollen, die gehen, müssen einmal in die Kryo-Kapsel. Die wissen, wie es läuft, ne? Also, die wissen noch nicht, wie es läuft. Aber glaub mal, nachher will er nur spazieren gehen oder kuscheln. Also, eines von beiden will er haben. So. Und wehe, du bist jetzt ein Besserwisser. Siehste? Kuscheln. Wir machen das denn mal. Wir lassen einfach mal offen, ne? Ich hätte gern, dass die, die Olle das macht. So, du kannst arbeiten, da. Da, hast'n Job. Halten für mehr Optionen. Hm. Hm. Ne, da ist nix dabei, was ich irgendwie noch aktivieren muss, ne? Nur, wenn ich jetzt deaktiviere, klicke. Guck mal, du kannst denn doch nicht... Guck mal, was das denn süß ist. Du musst doch kuscheln wollen mit dem, oder? Guck. Guck mal, der wartet nur drauf. Nanny. Guck mal, du wirst bezahlt dafür. Ah, ist dann ernst sein, ne? Dann kann man da kuscheln richtig ne Runde. Dann hoffen wir mal, dass nachher, wenn du was anderes willst, dass du das denn machst. Ich hatte keine Ahnung. Wo ist der Rax hier? Neun Minuten. Okay. Jetzt gucken wir mal. Pass auf. Wenn uns die Dodos abkacken, das ist ja nicht so schlimm. Nö, jetzt sind da nur Dodos. So. Die sind da nicht umsonst ausgestorben, ne? So. Sehr unfair. So, pass auf. Die schmeißen wir jetzt einfach mal hier auf die Straße. Was haben die denn noch? Ich hoffe, dass das funktioniert. Es ist nicht so kalt. Gebt sie schnell wieder auf. Okay, dann machen wir das drinnen. Ich mach's lieber hier in der Tür. Wisst ihr, Leute? Nur so aus Safety. Weil dann krieg ich die vielleicht ein bisschen besser raus. Fangen wir mit dem an. Also, ich hab jetzt irgendwie Probleme mit meiner Steuerung. Ich weiß nicht, wieso. Wie denn? Ich kann nicht, ähm... nichts mehr platzieren. Guck mal, hier läuft schon ein Kabel quer durch das Ding hier. Was hast du denn da gemacht? Hä? Siehst du den Kabel hier nicht? Ich hab gar nichts gemacht. Hm. Komm, wir folgen den Kabel einfach mal. Hä? Ich hab... Ich schwöre, ich hab nichts gemacht. Ja. Ach, das ist hier der, äh... Betriebsbreit. Dein Kühlgerät da. Ach so. Guck mal. Die Klima. Braucht Zuwendung jetzt 20... Sie hat's tatsächlich gemacht. Wie geil. Ach so, nee. Das war ich jetzt gerade. Scheiße. Ich dachte, ich sollte das... ...mich um das Dinochen kümmern. Nein. Nein, nein, nein. Ich will ja, dass die Nanny das macht. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich dachte, da ist ein armes, hilfloses Dinolein. Ich kümmere mich drum. Ja, raus damit. Wir brauchen das nicht hier drin. Okay. Weil das Ding ist irgendwie... Ich weiß nicht. Äh... Ich kann jetzt irgendwie nichts mehr platzieren gerade. Und ich... Diese Chat... Scheiß Chatbox ist irgendwie dauerhaft eingeblendet. Und ich werd die nicht mehr los. Ja, dann musst du den einstellen und gucken. Da steht irgendwo Chatbox. Ich hab mir die auf Minus gelegt. Oh. Weil es gibt irgendeine spezielle Taste, die man drücken muss. Äh, dafür aber... Ich weiß nicht, wie... Ich hab sie mir eigentlich eben umgelegt, aber es funktioniert nicht. Ja, dann lock einmal aus und dann lade ich die direkt wieder ein. Vielleicht ist es einfach... ...ist Buggy gerade. Also das Baby wird sterben, ne? Bevor die was tut. Okay. Okay, ich hab mich ausgelockt. Danke. Super. Ähm, Lobby einladen. Bitte sehr. Lass die Base leben, schreibt er mir im Chat hier. Macht doch nichts kaputt hier. So, betriebsbereit. Es wär noch schön, wenn sie von diesem... Aktivieren. Hatten wir schon. Wird 24 von 100 Plätzen belegt. Eigentum von, ja. Persönlichen Besitzern, ja. Wissenbar. Aber... Also ich glaub, das hat nicht geklappt mit der Einladung. Beschließ das Spiel einmal ganz Staatsnummer neu. Ich geb dir eine neue. Hab ich gemacht, ja, ja. Das Baby wird sterben, ne? Hm. Also ich präge es jetzt, weil ich es einfach nicht verlieren möchte. Aber wir müssen trotzdem rausfinden, wie diese Hatchery funktioniert. Vielleicht ist die Buggy, kann das sein? Okay, ich bin wieder online. Ja, warte kurz. Ja, ja, lass dir Zeit, alles gut. Wir müssten die jetzt eh sowieso mal Lobby einladen. Hast du gekriegt? Nö. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Wie ich da hänge, ne? Ah, doch. Sie hat Meo-Bären reingelegt. Das heißt, wir müssen die nur... Prägen das erste Mal, okay. Wir müssen sie erst mal prägen und dann packt sie was rein. Okay, du hast nichts gekriegt. Nö. Nochmal eingeladen. Hast du was gekriegt? Nö. Pass auf. Einmal kurz Hauptmenü. Gehen wir mal kurz zurück. Ist ja nicht so schlimm. Lokales Spiel. Zack. Müssen wir wieder die Hälfte löschen. Ja, tut mir leid, ne? Ah, habe ich die falsche Tasse jetzt gerückt. Annehmen, danke. So, müssen wir kurz machen, ne? Ja, ist halt so. Wenn es nicht mehr richtig funktioniert, dann vielleicht muss ich ja einmal den virtuellen Server sozusagen neu starten. Mhm, mhm, mhm. Wir spielen ja auch ja schon ein paar Stündchen jetzt, ne? Ja, das stimmt. Ja. Oh, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist Wahnsinn. Also, ich dachte vorher noch so, ah, 6 Uhr ist aber schon ein bisschen früh, ne? Und dann hat man da so, ich hätte lieber um 5 anfangen sollen. Und jetzt sind wir schon fast, ja, wir gehen Richtung 10. Also 20 nach 9 ist ja noch keine 10, aber trotzdem, ne? Es zieht sich. So, da sind wir schon wieder. Die Babys sind in Versorgung. Du kriegst wieder eine Einladung. Jo? Jetzt hat es funktioniert, ja. Siehste, dann lag es an mir. Alles Gute. Guck mal, wie ich da schon wieder hänge. Was ist los mit ihr? Ja, gemütliche Haltung und so. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt mal gucken. Also, die gibt ihr auch richtig Gas, ne? Pass auf, das ist soweit so gut. Ne, ne. Eins nach dem anderen, Leute. Wir, wir, wir kriegen das hin. Ne? Kien Stress und so. Der Einzige, der hier stresst, das ist mir nicht. Aber das ist egal, ne? Das ist egal. Also, rauswerfen, 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 rauswerfen und rauswerfen. So, die müssen noch in die Station. Die kommen direkt zu sich hier. Baby prägen. Jo, annehmen. So. Prägen, prägen. Äh, ja, wenn ich noch ein bisschen besser rankäme, wäre, wäre das schon nicht schlecht wie dein Alter. Aber so findet man nach und nach eben raus, wie das funktioniert, ne? Und das da lässt sich nicht prägen. Prägen. Ich muss auch, ich schweife die mal alle mal so ein bisschen an. In der Hoffnung. Dass die, die mal nicht geprägt sind, also geprägt sind, rauskommen. So. Guck mal, was die Eier laufen. Also, das mit den Symbolen, das finde ich jetzt ein bisschen ätzend. Aber ist nicht schlimm. Ey, das sind die Kleinigkeiten, ne? Die ganzen Texte, die nerven mich mehr als den Rest. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die ein bisschen aufteilen, ich spüre, später. Pass auf, die hier ziehe ich auch noch zwei Zentimeter rüber. Aber Moment, ich könnte die auch direkt hier hinziehen. Nee, du, du, du brauchst nicht. Du hast deinen Bruder da. Schau mal, wie ihr mal angekommen seid, ne? Keiner folgt mehr, oder? Doch, da folgt noch irgendjemand, folgt ja noch. Super. Müssen wir noch schnell prägen, den Rest. Okay, man sollte vielleicht die Eier nicht so nah beieinander schmeißen. Das ist ja mal so eine Theorie. Könnte man mal so machen. Jetzt müssen wir so eine Balle haben, ne? Einer will einen Handshake. Was ist denn das für ein Zeichen? Halten. Okay. I don't know. Ich pfeife mal wieder ein bisschen, ne? So, was ist denn mit dir? Läuft's wieder? Also, ich glaube, ich kann immer noch nichts mehr platzieren. Ja, hast du dann vielleicht deine Tastatur von Deutsch auf Englisch umgestellt? Das ist ein guter Call. Nee, die ist noch auf Deutsch. Ich glaube, wenn die Hände da sind, dann ist die Nanny dran, ne? Ja, 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 ja. Ich verstehe. Ja, aber die... Nö. Tastatur ist noch auf Deutsch. Dann müssen wir Dinos machen gehen. Dann bau, eben nicht. Nö, das finde ich aber doof. Ich will aber bauen. Ich kann's nicht ändern. Ich weiß. Ich weiß. Das kann halt sein, dass das die Range... Nee, die ist auch versorgt. Ja, kommt, 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 kommt. Schön bis an den Schluss, ne? Ist auch... Ich kann die auch nicht mehr alle gleichzeitig abpfeifen, ne? Guck, ich pfeife sie ab. Aber es sind alle noch auf Folgen. Warte mal so ein bisschen blöd. Kommt, jemand folgt da noch? So, jetzt ist gut, ne? Ja. Nee, da ist noch ein Folger. Aber wer folgt denn da noch? Du? So ein bisschen ätzend. So, jetzt haben wir's ja, ne? Ja, da folgt keiner mehr. Du und du? Du? Kommt mit. Komm mal auf. Die sind schon so ein bisschen, ne? Sie machen sowas so Bock haben. Aber ich schreibe nicht, dass sie den ganzen Dodos machen sollen. Ach, ist doch egal. Wir schlachten's einfach. Komm, bleib da stehen. Ich will mich um den Rex kümmern. Da hab ich Bock drauf. Möchte mit dir spazieren gehen. Warum prä... Ah, das kann halt sein, dass die Prägungen auch nicht übernommen werden. Also, wenn's um sowas geht, ne? Ja, komm, ich, ich führ dich mal rum. War ja schon geprägt. Boah, der muss aber oft geprägt werden. Ey, das mit der Nanny, das muss ich mir mal angucken, wie das genau funktioniert, ne? Das ist halt... Und trotzdem ein bisschen kompliziert, hab ich das Gefühl. Was machst du? Komm mal raus da. Der Letzte hier. Komm raus. Wir willen keinen Dodos mehr haben. Komm, du kommst hier einfach in den Trog und fertig. Wo kommst denn du denn hier? Bleib doch mal da. Und da kommt das Wackelei. Ah je. Zehn Stunden später. Guck mal, Rex. Da ist frisch vielleicht. Kannst du direkt gönnen, ne? Okay. Ach, wie gesagt, ne? Ich weiß nicht, wie's funktioniert mit der... Aber warum haben wir hier jetzt so eine blöde Stromleitung hier durchhängen? Weil... Betriebsbereit... Ja. Ich hab jetzt ne Klimaanlage doch, die ich dann definitiv nicht will. Auch für den Klimaanlagen, ja. So. Ah, Bojo, drei Punkte. Du bist richtig dick geworden auf dem Bett, ne? Ja, ja. Wenn man so im Ruhestand ist, dann war's das schon. Pass auf, die lege ich hier rein. Weil die, die, die will ich nicht. Super. Äh, dann brauchen wir noch die Raptor-Eier. Die letzten. Die hab ich noch hier in der Tasche. Super. Ei, dat wird aber jetzt safety, ne? Am liebsten würde ich die gerne hier draußen ausbrüten. Das wär mir lieber, aber... Muss ich mal gucken, ne? Moment. Ja, ich bin überladen. Moment. Ach, sehen wir das Gleiche. Ach, nee, das geht dann auch. Guck mal, da kann man sich noch ein bisschen bewegen. Weil ich hätte gern, dass ich die Raptoren einfach hier auspacke. Und das ist einfach warm genug ist, sodass er schlüpft. Aber es ist zu kalt. Guck mal, sind ein Lagerfeuer hier draußen hinbauen? Lagerfeuer. Es gibt noch welche im Schrank, auch hinten beim Bau, ähm, Dings. Ja, ich hab da schneller gebaut, wieder hingerannt. Ja, es geht ja darum, dass wir uns die Dinger nicht alle voll machen. Ja, dann Holz. Nein, oh du. Holz. Hier, nimmst du mal 200. Holz drüber. Anzünden. Super. Und jetzt müssen die Eier hier schlüpfen, ne? So, also. Raus damit. Ja, passt. Also, zwei müsste ich da hinkriegen. Trinken wir. Was denn Level hast denn, du? 51. Ja, komm, das geht doch viel einfacher. Ja, man hat noch ein bisschen Mühe damit, aber... Ist aber ganz okay. Ist halt nur noch halb so wild. Ja, das Prägen ist halt ein bisschen blöd. Aber... Das müsste die normalerweise auch übernehmen. Oje. Ja. Ja, sie sind schon sehr klein, ne? Man sieht nicht immer... Wo man klicken muss. So, die drei hätten wir noch. Dann noch die drei hier. Guck mal, da ist ja nichts Vernünftiges dabei von der Größe, ne? Aber ist nicht schlimm. Kanonenfutter brauchen wir eh noch ein bisschen... Also, das macht mich echt kirre. Wie habe ich das denn umgestellt, dass ich nicht mehr platzieren kann? Ja, googeln mal kurz im Internet. Alle geprägt. Super. Boah, ist das eine Kinderstube hier, ne? Aber so schnell hätten wir das niemals hingekriegt. Ohne die Hatchery. Und ohne unsere Nanny. Ein Thema... Oh, 81er. Ja, das sind die, die ich gern sehen möchte. 64, bisschen low bob. Aber mit den 81er kann ich wenigstens weiter züchten, ne? So, haben wir's alle? Warum stehen die alle auf Folgen? Ach, doch ein Knall. Ich will nicht, dass die mir folgt. Aber alle unfolgen geht ja nicht mehr. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr geht. Pass auf, ich guck mal kurz in den Optionen. Muss doch irgendwas... Muss ich da umgestellt haben. Da pfeife alle bleiben, wo sie sind. Geht aber nicht. Hallo? Fortsetzen? Ne. Ich muss die alle einzeln abpfeifen. Das ist halt ein bisschen blöd. Jo. Das sind vielleicht... Ach, keine Ahnung. Ich würde sagen, es sind einfach Bugs im Spiel. Aber das Spiel ist doch fertig, ne? Da steht noch viel zu viel folgt. Das müsst ihr alle haben, ne? Ah, hier ist noch einer. Wer von euch zeigt Krümel, ist es denn? So, perfekt. Okay. Genug Krafttoren haben wir. Die Frage ist jetzt nur, das Feuer können wir ausmachen. Die Frage ist, wie viel Fleisch hat denn die Tante noch? Ja, die hat ja noch ein bisschen was. Er läuft. Das läuft hier, ne? Was soll ich gerade machen? Die Eier reinlegen. Ein Ei. Noch ein Ei. Ja, das war's. Wo hast du die Krallen hingelegt? Im Tierschrank. Der ist hinten durch. Ganz rechts. Blaue Elemente, Rüstung, Perlen. Ganz rechts wäre hier, ne? Aber da ist nix. Werkzeugwaffen. Rüstung, Perlen. Also ich bin blind. Ach, scheiße. Hier habe ich ihn. Der zweite. Da ist Tiere. Entschuldigung. Der erste meinst du? Der erste in der Ecke, ja. Der erste in der Ecke ist eigentlich Fasern und Dings. Da steht doch drauf. Fasern, Stroh, Tiere. Ja, ja. Fasern, Stroh, Tiere. Und der andere steht Holz, Altmetall und Elektronik. Ja, ich kann ja immer nur an einen Schrank, also das Schild ist zwei Schränke breit, sozusagen. Ach so. Ja, mir ist das nicht auffallen, dass die Schränke quer stehen. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich verstanden. So, wie sieht es aus mit den Bauern? Bei mir? Ja. Das geht nicht. Reicht mal eine Foundation hier raus. Gucken wir mal. Ja, aufheben kann ich es. Ich kann nur nichts mehr platzieren. Okay, das ist natürlich komisch. Eine größere Basis bauen. Ja, tatsächlich. Aber auch hier. Wir wollen die hier abbauen und hier drumherum so eine richtig geile Base bauen im Halbkreis. Und dann oben die Dinos, so wie die Rexen da stehen. Aber halt, ne, dann hinten runter. Aber das wollten wir heute noch anfangen. Wir wollten nur ein bisschen in den Höhlen rumkruscheln da. So ein bisschen blöd. Ach so. Lucy Peng. Was ist denn los? Ist aber nicht befruchtet, ne? Ne. Das Ding ist, ich finde halt auch nicht heraus, welche Taste, also wie platzieren heißt, weißt du? Weil es heißt nicht platzieren. Ja, du musst ja schon mal auf der Maus gucken, ne? Du machst das ja mit der Maus. Das heißt, du musst irgendwo linke Maustaste dann. Eigentlich linke Maustaste, ja. Aber die ist halt nirgendwo vergeben. Hm. Das würde mich wundern. So gut auf dem Controller kann es ja nicht sein. Ah, links nach rechts. Ah, Feuer. Es ist in der Tastaturbelegung Feuer. Left Mouth Bastel. Ja, Feuer. Ja, ja. Kann mir das bitte jemand erklären? Vielleicht auch von Schießen oder so, ne? Ja, oder Schlagen, weißt du? Alles Mögliche, ne? Man feuert ja im Gegenstand ab, ne? Ja, irgendwie so vielleicht. Und das eine Axt ist oder so. Ja, dann stell das noch einmal kurz auf eine andere Tastatur und dann wieder zurück. Ja, ich hab's jetzt wieder. Es funktioniert wieder. Ah. Und auf was stand es? Es stand halt auf, äh, auf gar nichts. Ah, das ist geil. Ah, hier sind unsere kleine Raptor. Und warum folgt ihr mir denn? Ich sollte vielleicht auch mal mit dem Abpfeifen mal tatsächlich einfach mal, weißt du, hingehen, es einmal anders belegen und dann wieder dorthin setzen. Die Frage ist, auf was soll ich es belegen? Auf ein Komma. Und dann wieder, uh, anwenden. Fortsetzen. Ne, ich krieg's nicht abgefiffen. Vielleicht muss ich es einmal speichern. Warte mal, warte mal, warte mal. So. Anwenden. Fortsetzen. Krieg's nicht mehr abgefiffen, die Dinos. Ich weiß nicht, warum. Das muss irgendein Bug sein, oder so. Ist aber egal. Ist nur ein bisschen anstrengend halt, ne. Also immer alle einzeln abzupfeifen. Weil er, er macht es ja, ne. Ach, ihr habt schon wieder ein Kind gefressen, ne. Ihr seid so doof, ne. Die Wölfe. Also die, die mag ich auch nicht wirklich. Muss ich mal so, so wirklich sagen. Aber das ist mir viel zu krass. Also ich bin froh, wenn die alle groß sind und, äh, dass man die aus Kanonenfutter benutzen kann. Ja, also findest du, dass die Insel nicht groß genug ist? Ich find schon. Ja, da steckt Potenzial in der Insel. Kundula. Oh, wir gucken mal. Doch. Guck mal, wir haben da kaum was da drauf. Warte, warte. Doch, doch. Also wenn wir hier unten drin, so ein bisschen wie es jetzt steht, aber nur ein großes Haus im Halbkreis bauen und oben, wo die Rechse stehen, da alle Dino-Gehege drumrum. Das reicht doch vollkommen aus. Weil, weil das da, was wir jetzt da haben in der Mitte, mit, mit all diesen Dinos, das ist ja fürchterlich. Das macht einen voll Kirre. Also, für meinen inneren Monk ist das auf jeden Fall gar nichts, ne. Die stehen hier irgendwie alle so aufgelöst und durch in der Landschaft drum. Ich weiß es halt nicht. So, pass auf. Wir wollten nun immer noch einen vernünftigen Dino. Ah, ich brauch noch ein paar Betäubungspfeile, ne. So, pass auf. Äh. Nachgau, ne. Ähm, hallo. Ne, die kann ich einfach so machen. Dafür brauch ich die Werkbank ja gar nicht. Weg da. Herstellen. Einmal. File. Ich müsste Kristall ein bisschen farmen gehen. Auf dem Berg. Auf dem Berg. Ja, ich will noch den Höhlen Dino da holen gehen, damit wir den dann, damit wir tatsächlich mal benutzen können. Den, welchen? Entweder den Baryonyx oder auch gehen uns tatsächlich so, so ein, so ein Kollege nehmen. Ja, da von oben sieht die schon größer aus. Ja, also die, die ist, die ist wirklich nicht schlecht, die Insel. Äh, Nachteil ist natürlich immer, man muss alles teleportieren, weil es halt eine Insel ist, ne. Man könnte jetzt noch eine Brücke rüber bauen oder so, aber ich weiß nicht, ob das das Richtige sein soll. Was sagt ein Inventar? Meins? Ne, ich spreche mit mir selbst. Was ist denn das für ein Inventar? Wo kommt das denn her? Das ist ein Herstellungsinventar? Das ist Maus. Ah, besser. Okay, du fliegst jetzt gerade wieder in den Sumpf, ja? Ja, ich versuche den Kerl schon mal zu finden, ja? Aber dafür brauche ich doch diesen Fisch. Ah, den habe ich. Super. Hey Silvia, schön, dass du wieder da bist. Schon lange nicht, wer von dir gehört. Wolltest du mal Hallo sagen? Ah. Hör mal, dafür brauchst du dich erstmal gar nicht zu entschuldigen. Denn, äh, jeder hat so sein privates Leben und, äh, wenn das reinpasst, einfach einem Streamer zuzugucken, dann findet man das natürlich schöner als Streamer, aber wenn man keine Zeit hat, da geht das Leben immer vor, ne, egal wie. Ja, und dafür braucht man sich definitiv nicht zu entschuldigen. Ja. Und wenn die Arbeit dich so krass einnimmt, dann will man doch einfach mal seine Ruhe haben, ne, also dafür habe ich vollstes Verständnis, definitiv. Also. Ja. Wollen wir uns den Loot Drop mal holen? Ich fliege gerade drauf zu, den wollte ich mir gerade mal holen gehen. Ja, geil. Aber trotzdem schön, dass du mal wieder reinschauf. Oh. Oh. Leerer Kryo-Kapsel, das ist ja mal geil. Nimmst du mit dem Bauplan dafür? Das heißt, wir müssen nicht mehr in den, äh, Obelisken? Da musst du immer hin. Ach so. Ja gut, dann ist es ja... Also, nice to have, aber... Ah, ich bin im Herstellen, so. Okay. Super. 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 Die Frage ist, pass auf, wir brauchen hier noch den Enter-Hake, ne? Darf ich gerade ganz kurz? Super random, aber du und dein Vogel, ihr habt beide gerade das gleiche Level. Echt? Ja. 101? Und ich habe auch... Ja. Oh, nicht schlecht. Meinst du jetzt, wo sie Gustavina heißt, seid ihr besser synchronisiert, ja? Nein. 100%ig nicht. Ja. Aber hör mal, Silvia, wie kommt denn das, dass du so viel arbeiten musst? Also, jeder muss da viel arbeiten, aber ich... Also, ne, ist das schon ein bisschen extrem so, ne? Findest du nicht? Weil das ist ja auch nicht gut für die Gesundheit, ne? So, vielleicht finden wir hier direkt mal so einen Baryonyx. Aber ich überlege gerade, pass auf, wir brauchen ja den Enter-Haken für zu klettern, soweit ich weiß. Und dafür brauchst du ja die Armbrust, die haben wir ja mal, ne? Sind hier gar keine Dinos mehr? Ah, doch. Viele Fische da. So, wo bist du? Und... Ich frage mich gerade, wenn man Baryonyx haben will, zu tauchen. Oder wir nehmen uns mal so so ein Krokodil mit. Ja, nein. Ich will auch gleichzeitig mal... Achso, du sprichst mit mir. Ähm, ich will auch gleichzeitig mal nach Perlen noch gucken. Nach Siliziumperlen. Ja, da musst du im See gucken. Ich weiß aber nicht... Ist das im Sumpf, ja? Im See. Ah, im See. Oder im Meer. Ist das so? Dann glaube ich mal, da habe ich ihn mal gesehen. Okay. Muss halt irgendwo, wo es ein bisschen tiefer ist, ne? Ja, die sind aber oft auch in so Flussmündungen, ne? Ich habe die noch nie in so seichtes Gewässer gesehen, tatsächlich. Okay. Aber kann trotzdem sein, ne? Warte mal. So ist doch viel Einwahrung zu gucken. Mhm. Das ist mit K, die Einstellung da, ne? Ja. Und dann rauszoomeln und dann kannst du von oben nach unten gucken. Ich weiß halt nicht, ob diese kleine Dinger da Kristalle sind. Also Perlen. Ich glaube, ich habe die immer irgendwie aus Tieren rausgekriegt oder so. Hm. Ist egal. Lass uns mal in den Sumpf fliegen. Da sind wir schon auf dem Weg. Ja, das ist halt krass. Wenn man dann halt so viel noch für die Familie drumherum machen muss, ne? Dann ist das schon ein bisschen heftig. Aber solche Tage, ja. Das ist halt nicht so cool, ne? Ich frage mich gerade. Ja. Hier sind keine. Aber ich möchte gerne so ein Krokodil mitnehmen. Weißt du, ich glaube, das ist viel einfacher. Wir haben doch schon eins gezähmt. Wir bräuchten aber zwei. Okay. Weil ich weiß nicht, ob der so einen doppelter Sitz hat. Also. Silvia schreit. Am besten findet man die im Strand. Okay. Also eigentlich bei uns quasi direkt. Ja. Ich sehe gar nichts. Flieg mal ein bisschen höher hier. So. Welcome to the Sumpf. Mhm. Hast du noch eine Idee, wo unser Krokodil war? Nein. Läuft bei uns. Ich hatte das Gefühl, dass meistens immer die Weibchen, die am höchsten Level, das höchste Level haben, ne? Lass es sein, Junge. Lass es sein. Oh, ey. Stürb doch einfach. Wer ist es? Was ist es? Ach, so ein... Keine Ahnung, wie er heißt. Mega Neura. Gewichtsschaden. Oh, fuck, ey. Was? Irgendwas hat mich gerade. Oh, oh. Ja, ich werde das nicht überlegen. Und fall mal ein scheiß Vogel. Kannst du mir helfen kommen? Ich sehe dich leider nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Dauernd von meinem Vogel rumfliegt. Ne, die kille mich. Der hat mich im Biss. Ich sehe leider gar nichts. Ich weiß nicht. Du wirst mir gerade auf der Karte nicht angezeigt. Nein, versuch doch einfach im Sumpfbecken. Du siehst doch, wo ein Megasprass ist. Ne, sehe ich halt nicht. Sogar mein Vogel ist dabei. Der hat es rausgefunden. Da fahren die Schlitten hier mit mir. Jetzt bist du wieder da. Weil ich überhaupt noch lebe. Eine Güte. Cool. Das hat Spaß gemacht. So, wer hat denn den Blutigel? Er hier, ne? Grabischen. Sorry, genau in dem Moment habe ich dich nicht gesehen. Ja, habe ich den Blutigel? Ja, du hast ihn. Also, sie... Warte, ich komme mal runter. Ja, ja. Zieh den mal von mir ab. Ich habe sogar zwei Stück, sehe ich. Es dauert ein bisschen. Ja, ist okay. Ist weg, ist weg. Okay. Boah, ey, wie heftig. Das war dieses Kappbrot-irgendwas. Oh, das war ein Krokodil für mich. Heftiger Shit, ey. So, und essen habe ich auch nichts mehr dabei. So kann ich mich nicht mehr Dingsen hier heilen. Komm mal hier. Liegt vor dir. Danke, danke, danke. Eine Güte, ey. Hat der mich auseinandergenommen, ey. Okay, okay. Es ist jetzt nach unten gewandert. Ja, ich habe wirklich mein Glück erst verstanden, ne? Also, das waren noch ein paar. Aber, äh, die Sarah, sie, sie, sie kann nichts dafür. Ich weiß es auch. Aber sie ist doch immer so voll abwesend, ne? Wenn irgendwas richtig losgeht, ne? Ja, es tut mir leid. Ich war halt irgendwie zu weit weg wahrscheinlich, weil ich habe dich nicht mehr gesehen, nur so in den dichten Bäumen. Ja, die haben mich da reingesogen. Ja, ja, das glaube ich dir. Du kannst, du musst das blöde Spyglass aktivieren und dann siehst du die Umrisse grün. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das wäre jetzt noch eine gute Sache gewesen. Aber da, so auf die Idee bin ich so schnell nicht gekommen. Ja, aber ich nutze das immer, wenn ich hier unterwegs bin. Allein für zu sehen, wo die Dinos sind und so. Ja, hast du ja recht. Boah, aber das war schon heftig. Das ist wirklich heftig. Was soll ich? Ich muss mal gucken, was mein Vogel überhaupt für eine Haltung hat. Was bist du? Greif dein Ziel an. Okay, ich war froh, dass er es hatte, aber er muss wieder auf neutral gehen, weil, wie ist das so krass? Wie steht denn deiner? Meiner, ich glaube. Ja, guck du gerade. Neutral. Boah. Baut euch mal einen Kotter und macht euch mal Heiltrecke. Jo. Kommt sein Kotter. Ja, wäre wahrscheinlich langsam sinnvoll, so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, man muss immer so vieles in diesem Spiel gleichzeitig machen, dass man teilweise gar nicht weiß, was man zuerst machen soll, weißt du? Ja, es war... Duplu... Kaulus? Das ist so, keine Ahnung, ich nehme mir immer irgendwas vor, was ich machen will und dann mache ich alles andere, außer das, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist immer so ein bisschen ätzend. Aber es ist nicht schlimm, es macht ja Spaß. So. Das sind Krokodile. Die Metro... Wie heißt denn der? Das ist schon wieder ein anderes... Das Krokodil heißt eigentlich Sarko. Ja, und wie heißt das andere? Das, was ich eben gerade versucht habe zu killen. Ja, was heißt versuch... Ja. Kapro... Tschi... Irgendwas. Krieg's wieder. Ja, genau. Versuch mal hochzukommen. Gleich rennst du wieder weg. Und wenn der so weitermacht, dann ist der Wegschleif hier oben. Und der geht jetzt schlafen. So, was kriegst du? Ist er schon? Ach so. Meistens Fleisch. Ja, ja. Großfleisch. So, dann hätten wir den einfach... Mit dem können wir ja auch in die Höhle gehen. Dann brauchen wir nur einen Kryopod. Weißt, da kommt der da rein. Geh mal in die Höhle rein. Mit dem Wolf oder so. Bis der dann... Keine Ahnung. Und die richtige Geburt... Also, bis wir dorthin kommen, wo wir schwimmen müssen. Dann nehmen wir den Dino und schwimmen... Ja. Mit dem weiter. Boah, der Hund hat gefurrt. Und das stinkt irgendwie nach Sauerkraut. Und du wirst ihn gleichzeitig. Aber okay. Ist halt ein Hund, ne? Effektiv... Effektivness. 100%. Okay. Uh. Ja, da kommt wieder noch einer. Jetzt nicht auf den anderen schießen, wenn es geht, ne? Das ist doch eine Schlange. Ah ja, die Vögel klären. Okay. Schnelles Fleisch rein. Und schnell wieder hoch. Okay, ich komme nicht hoch. Oh, perfekt. Und mal, Teamwork funktioniert hier zwischendurch. Oh. Nicht schlecht. In Ausnahmeregelungen, ne? Ja. So. Der hat auch Hunni. Und der hat einen Hunni. Jetzt haben wir einen Sarko und einen Sarko. So. Cool. Cool. Jetzt müsst ihr ja nur noch irgendwann mal was essen. Und dann werden wir glücklich. Was bist du denn für... Die Morphodon. Aha. Kaprosokos. Genau. Ähm. Ja, du liegst ein bisschen schlecht. Lohnt es sich? Nein, nein, nein. Das tut weh. Das tut weh. Oh, der liegt aber auch so schlecht. Nein. Nein. Ich sehe, du kommst wieder hervorragend klar mit deinem Vogel. Ne, der ist nicht das Problem, aber der andere Vogel, der liegt ein bisschen hoch. Da hinten ist wieder so ein Kaprosokos, aber Level 4. Ich müsste den von hier aus füttern können, aber ich gehe nicht. Wo ist denn Kapros? Wo? Ach, da. Da links in der Mitte und er dreht sich da so im Kreis. Glaubst du, der hat mich entführt? Das war der, ja. 100%ig. Boah, der hat mich voll übel gepackt, ne? Also ich war mal sicher, ich werde sterben. Ihr müsst auch irgendwann mal was essen, Leute, ne? So, ach, guck mal. Warum hat der nur noch Effektivität, äh, Effektivität nur 90%? Magst du mein Fleisch nicht? Ist mir egal. Irgendwann wirst du. 82%. Den haben wir gleich, den da, den. Guck mal, so ein Frosch können wir uns ja auch mal noch gönnen. Wollte ich gerade sagen, ich bin hier gerade am gucken und da ist so ein 42er. Nicht drauf schießen, die kannst du mit rohem Fleisch oder gekochtem Fleisch, äh, Dingsen. Nein, ich will da hinten den nehmen. Ja. Den ersten haben wir. Aber die müssen sich jetzt erstmal behaupten hier, ne? Also. Verhalten. Dein Ziel angreifen. Ja, wir stellen dich mal auf neutral. So. Nein. Jetzt mach das zu. Ah, ich komm nicht auf den Vogel. Wir sollten vielleicht auch mal bei uns so eine Fischfalle aufbauen, weißt du? Bei uns am Strand. Gibt es sowas? Ja. Also für den, äh, Sattel brauchen wir Zement. Das haben wir jetzt natürlich. Also für den Sattel vom Krokodil, ne? Ja, aber was heißt es doch nicht auf den schießen, wenn ich alleine bin? Natürlich schieße ich drauf, wenn ich alleine bin. Das macht das doch gar keinen Spaß. Aber der hat mich doch gerade vom Übelst entführt. Also. Haben wir die zwei jetzt? Ja, der zweite ist jetzt auch unser. Aber ich würde die, hast du die Kryo-Kapseln dabei? Ich hab eine dabei. Ha. Können wir es tragen vielleicht? Musst du probieren. Nein, sie sind zu schwer. Aber ist ja nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Ja, sind zu schwer. Die kommen ja. Ach so, wir können ja auch teleporten, richtig. Das stimmt. Wollen wir das vielleicht gerade machen, weil dann sind die safe. Ach so. Mit denen möchte ich gerne dann wieder in die Höhle gehen, ne? Ja, können wir. Also jetzt heute noch, oder was? Also, oh, ist schon mega spät. Du hast recht. Ich hab's gerade mal geschafft, in der Base mal wenigstens das Lager wieder ein bisschen in Ordnung zu machen jetzt. Super. Aber wir haben noch zwei Menschen. Das ist halt mega blöd, ne? Ja, ich weiß halt nicht. Wir haben ja noch einen gezähmt. Ich weiß halt nicht, ob das ein Weibchen war. Ist egal. Ich möchte gerne... Ne, Leute, bleibt mal da. Ich will nichts mit euch zu tun haben. So, habt ihr die Kiste? Ne, ihr seid zu weit weg von der... Doch, ihr habt die Kiste. Super. Ich möchte gerne mal... ...noch auf den einen Terminal gehen. Ich glaub, der hier war das, ne? Wo ich die Sachen reingelegt habe. Weil dann kann ich da vielleicht noch eine Kryo-Kapsel herstellen. Aber wir brauchen ja sowieso zwei. Ja, gerne. Wo stehe ich denn hier jetzt rum? Hä? Wie sind wir noch gerade jetzt weg? Ich kann mich an dem letzten Ort wieder teleportieren. Vögel 2? Nein. Terminal grün. Okay, da möchte ich hin. So. Also, ich soll nicht auf diese kleinen Vögel schießen. Wenn die in einer Gruppe sind, die sind übel und schießen schnell. Okay. Ja, die einen so betäuben, ne? Ja. Guck mal, hier haben wir ja die, ne? Guck mal, das eine Artefakt, das haben wir ja, ne? Wir brauchen noch... ...des Gewaltigen und des Jägers bräuchten wir, für die zu beschwören. So, und die hier fehlt uns Polymer 8. Das ist der Grund, warum wir schon noch kein Dings gebaut haben, ne? Ich glaube schon, an den Anfang, wenn wir komplett ahnungslos waren. Und jetzt... Ey, ich bin immer noch so ahnungslos. Das sieht nur ein bisschen besser aus, ne? Es wirkt etwas souveräner, aber ganz ehrlich sind wir es nicht. Ja, wir sind noch viel zu viel unstrukturiert, aber das wird mit der Zeit, ne? Pass auf, ich will jetzt mal wieder Home. Home, sweet home. Jo. Ähm. Ich glaube, ich bin in der Plattform. Danke. Achso, du stehst drauf. Äh, was ist hier los? Was? Okay, es wird nur Nacht, es wird nur Nacht. Alles gut. So, die da, die sollte ich vielleicht trotzdem mal kurz mal aufs Seite ziehen. Was macht der? Genau, und stopp. Super. Okay, die Nacht ist sowieso gleich wieder rum, ne? Das ist ja immer das Beste. Was haben wir? Ja, das geht schnell. Ein paar Minütchen. Was hast denn du schon wieder? Hunger. Der ist nur am Fressen, ne? Wo ist mein Vogel? Ich sag mal, mein Vogel backt genauso in der Plattform, wie ich drin gebackt habe, ne? Wenn wir die Dinos nicht runtergenommen haben. Da kommt er. Super. Ach, hier der arme Aki. Okay. Ähm. Ich kann nicht drauf gehen. Aki, teleport dich einmal mit mir weg. Hoffentlich geht das, ne? Komm, wir gehen noch einmal dahin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geht der mit? Ja, super. Er ist wieder, er ist wieder frei. Ja, das ist mir auffallend in dem Spiel. Das ist ziemlich viel Buggy, ne? Weil, was das anbelangt. Aber ist nicht so schlimm. Das sind dann, wenn man es mal richtig überlegt, sind es nur Kleinigkeiten, ne? Okay. Äh, wieder einpacken. Was machst du denn jetzt? Also ich versuche jetzt gerade mal tatsächlich hier diesen Kochtopf mal noch in Betrieb zu bekommen. Das würde mich jetzt nämlich mal voll interessieren. Weil wir haben ja das Rezept für ein medizinisches Gebräu schon gefunden. Ich brauche Tintobeere, Narkosemittel, Wasser. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Wasser funktionieren soll, aber okay. Ja, du musst das Wasser in die Wasserflasche packen und dann einfach reinlegen, dann ist das wahrscheinlich. Ah, meinst du? Ja. Komm, wir gucken mal, ob wir hier Lampen, ne, Lampe geht nicht. Vielleicht muss ich die auf der Werkbank herstellen. Ich weiß auch nicht, wie die heißen, ne? Licht da, ne? Ja, da hätte ich auch voll Bock drauf. Hab wir gestern sonstige Strukturen und Satteln? Ich gucke mal einfach so durch. Oder hab ich es so einfach gemacht. Lampen? Ne? Licht? Nein. Vielleicht muss ich die oben herstellen. Im Fabrikator, ne? Ja, guck mal, hier sind sie doch. Ich mache uns mal zwei Stück. Hoffentlich haben wir so viel Mads. Kristalle fehlen uns. Okay, da muss ich tatsächlich einmal auf den Berg. Boah, die ganzen, die, guck mal, die müssen alle hier geprägt werden, aber ist egal. Guck mal, hast du es ins Haus reingeschafft? Das ist nicht verarschen. Ah, ne, hinterm Haus. Oh, oh, jetzt dachte ich noch. Ah, komm, ich muss ehrlich sagen, wenn es hier Nacht ist, ist es Nacht im Spiel, ne? Danke. Also irgendwie raff ich das nicht, wie das funktionieren soll mit dem Kochen. Ah, doch, jetzt klappt's. Er macht das tatsächlich ganz von alleine. Warum? Kommt die Hedge, wie die Eier hier nicht abholen? Weil das keine befruchteten Eier sind. Okay, dann kann sie ja liegen lassen. Ja, sorry, ich nehme uns Gustavina mal weg hier. Pass auf, wir wollen noch gerade mal Kristalle holen gehen, ne? Hm, kleinen Moment, kleinen Moment, Berg. Super. Guck mal, ist der Kokon dann? Ah, das ist nur so eine Sphäre. Okay, nicht, dass ich jetzt hier alles mit teleportiere, ne? Das wollen wir ja nicht, ne? Hier waren doch irgendwo mal Kristalle. Hier, direkt hier oben, super. Zack, abspringen. Mach mal schnell mit der Hand, ne? Ja. Ja, easy go here, ne? Ah. Ich kann mich nicht bewegen. Wann soll denn das denn, Scheiß? So, null. Boah, was ist hier leuchtet? Weißt du, alles am blinken und oh mein Gott. Ich hätte jetzt gedacht, ich sehe vielleicht die Insel von hier, aber das ist zu dunkel, ne? Ja. Die, boah, boah, hier. Ey, hör mal, das mit dem Kibbel, ne? Also, ich habe bis jetzt noch nicht gecheckt, für was ich das tatsächlich brauchen sollte. Weil, wenn ein Dino Kibbel will, dann pack ich ihn in die Kryo-Kapsel und nehme das Zeug wieder raus und dann will er kein Kibbel mehr, weißt du? Ja, aber ich glaube, das Trockenfutter ist effektiver beim Zähmen und bei der Prägung oder irgendwie sowas. Also, ich glaube, das gibt dir mehr Punkte. Oh, ich bin dezent überladen, ist nicht schlimm. Äh, was habe ich gerade noch gebaut oder was wollte ich denn gerade bauen? Ah, Lampen, Lampen, Lampen. Lichterhebel. Wir schleppen uns hier nur dezent langsam hoch. Das ist nicht schlimm, wir haben ja Zeit, ne? So, guck mal hier, die Kristallskis. Komm mal da rein und dann... Herstellen. Wo waren sie da? Super. Einschalten. Herstellen. Herstellen! Ach so, das gibt einen Bonus beim Zähmen. Heißt, die Dinos bekommen einen höheren Level? Okay, wie geil ist das denn? Das war mir so noch gar nicht bewusst. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Lichtern hier funktioniert. Wir versuchen das mal, weil... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Fackeln hier, die sind richtig nervig. Also, pass mal auf, Inventar, dann mal E, dann würde ich... Ich habe doch gerade E gedrückt. Hä? Warum kann ich die Lampen nicht platzieren? Was sind das für Dinge? Ohne viel Wärme aufzugeben, sie sind genau das, was wir wollen. Ach so. Ich kann die nicht an die Deck... Ach so. Ich hätte gesagt, das wäre so einfach eine normale Lampe, aber ist okay. Mach mal... Pass auf, dann stehe ich die mal hier draußen hin, weil hier haben wir ja Strom. Hier, dann einfach... Oh. So stellt man sich das vor, Leute. Ein richtig scheißes, grelles, weißes Licht. Das macht doch mal Stimmung, ne? Boah, bist du hässlich, ey. Also, können wir dich noch irgendwie einstellen? abreißen pincode ausschalten ich denn sie den anderen von niedrig hoch aber mittel ein bisschen schöner ist ja noch schön wenn man irgendwie die farbe ändern könnten ausschalten abreißen auf dem deckel flutter decke decken flutter ja ein moment wenn so ein deckel flutter bis aber also egal aber guck mal jetzt sehen wir die bude wenigstens abends wo ist das schon mal richtiger fortschritt hier ich bin hier gerade am garten am kuscheln ich bräuchte mal wieder kot ja ich glaube wir haben genug dinos die rumkacken aber guck mal sieht es doch voll hässlich aus aber hey es macht wenigstens mal licht ne den generator den muss man umstellen aber wie gesagt wir gucken dass man die dinos erst oben die gehege machen und dann würde ich sagen dann reißen wir das haus auf einmal ab so und dann wird alles neu gebaut ja also die steckdosen ist nicht so richtig so wirklich glücklich habe ich das gefühl naja ist egal sie funktioniert okay cool ein bisschen künstliches licht haben wir ja auch noch drin das passt ja passt ja okay leute ich würde jetzt aber sagen wir hören hier an dieser stelle auf wir haben jetzt kurz nach 10 das ist ja ja ich will noch gerne was essen heute gendai in das spiel ja ich muss doch mal pipi machen ich habe es geschafft zwei dingens herzustellen zwei heiltränke und wieviel heilen die kann eine ordentliche menge an was du bin halten ist aber etwas schwerer okay ist doch nichts drin ach da medizinisch jetzt sind sie weg da sind sie wieder ich habe sie nicht weggenommen haften zwerg hilft aber bei der regeneration an der gesundheit okay gewischt ja ich merke ich sitze auch jetzt schon irgendwie seit vier stunden jetzt hier ist es reicht mir jetzt so langsam ich muss mich ein bisschen bewegen und die hunde müssen raus leute vielen 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 dank fürs zuschauen das war's heute ja